Wenn du dir so denkst, Detektiv Conan 1038 folgen, ich mag aber nur die schwarze Organisation, ich weiß aber nicht, wie ich da anfangen soll, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Alles, was du zur schwarzen Organisation wissen musst, was auch schon eine Anime-Adaption erhalten hat, von 1996, der allerersten Detektiv Conan-Folge, bis 2022, wie immer für euch wunderbar zusammengefasst nach dem Intro. Ich wünsche viel Spaß. Wie ihr bereits wisst, geht es heute um die schwarze Organisation, vielmehr um den ersten Teil, der erklären soll, wie sich die Organisation aufgebaut hat, was vor Detektiv Conan passiert ist. Denn eigentlich fängt der Detektiv Conan für uns erst an mit dem Schrumpfen von Shinichi Kudo, von der schwarzen Organisation durch das Apoptoxin 4869 und dann die Reise von Conan Edogawa. Aber im Verlaufe der Detektiv Conan Zeit und Geschichte in allen Fällen, die wir bekommen haben, kriegen wir ja immer mehr Informationen zu der Vergangenheit zur schwarzen Organisation. Und das haben wir jetzt mal so ein bisschen chronologisch geordnet mit Zeitangaben, dass es für euch besser einzuordnen ist. Und ich hoffe auch, dass ihr durch diesen ersten Teil versteht, wie die Organisation tickt, was sehr, sehr wichtig ist und welche Entwicklung diese hingelegt hat. Lasst uns keine Zeit verlieren und direkt anfangen. Jede Geschichte hat ihren Anfang und dieser Anfang wurde gemacht in der Episode 140. Schüsse im Stadion, wer das Ganze nachlesen möchte, Kapitel 189 bis 191, Band 19. Hier sind wir quasi im Stadion, wie es der Titel schon verlauten lässt, und Conan und Ihabara unterhalten sich. Ihabara hat ein bisschen Angst vor der Organisation, möchte sich verstecken, trägt eine Brille, Conan setzt die Brille ab und setzt ihr eine Mütze auf. Während Conan das Spiel genießt, ist Ihabara in Gedanken versunken und denkt sich so, Hm, Shinichi, wenn du wüsstest, in was du hereingeraten bist. Denn vor einem halben Jahrhundert, vor 50 Jahren, gab es nämlich den Anfang der schwarzen Organisation, als sie vorhatte, an einem geheimen Projekt zu arbeiten. Und hier gibt es explizite Hinweise auf das Projekt, welches letzten Endes das Cellgift ist. Hier gibt es mehrere Bezeichnungen, unter anderem Silver Bullet, Traumdroge oder den neuesten Arbeitstitel, wie wir ihn kennen, Apoptoxin 4869. Und gerade weil er davon berührt wurde, weil das Apoptoxin 4869 ihn schrumpfen lassen hat, ist er quasi Teil der schwarzen Organisation und Teil des Masterplans, der seinen Ursprung schon vor über 50 Jahren hatte. Nach dieser ersten Information machen wir erstmal einen gewaltigen Timeskip, nämlich 20 Jahre danach, was für uns jetzt vor 30 Jahren ist. In der Episode 995 im Dreiteiler Makoto Asatschauspieler kriegen wir nämlich etwas zu der Vergangenheit der schwarzen Organisation zu hören, beziehungsweise zu Aheibaras Vater Atsushi. Eigentlich ein easy Setup. Wir befinden uns auf einem Schauspielset, also Conan, Ran, Sonoko, Makoto, Masumi und in der Zwischenzeit chillt Ayumi, Genta, Mitsuhiko mit Aheibara bei Agasa. Aheibara wird auf einmal krank, hustet, niest, Agasa denkt, okay, vielleicht habe ich ja noch etwas Medizin, ist also losgegangen, um etwas zu finden. In der Tat, er hat Medizin gefunden, aber er dachte sich wahrscheinlich, dass die Medizin abgelaufen ist, dass sie schlecht sei. Warum jetzt halt wieso? Weil auf dieser Medizin Shirohato drauf stammt. Denn wir müssen wissen, dass Shirohato eine Kompanie war, eine Firma, die Medikamente hergestellt hat. Und genau hier hat Aheibara eingegriffen, weil sie mehr zu erzählen hat. Sie hat nämlich gesagt, dass ihr Vater, nämlich Atsushi, quasi das Elternhaus seines Vaters verlassen hat, um bei Shirohato zu arbeiten, um quasi dort halt einfach in der Wissenschaft tätig zu sein, um zu forschen, um Medikamente herzustellen. Und sein guter Freund, nämlich Idegima, also der Freund von Atsushi, hat in der Zeit auf das Haus aufgepasst. Aber während Ai immer weiter zählt, merken wir, dass das Ganze noch einen etwas negativen Verlauf hat. Denn fünf Jahre später, was wir aber auch in diesem Fall erfahren haben, also vor 25 Jahren, ging nämlich die Firma Shirohato pleite. Und deshalb, weil man ja quasi einen Job braucht, haben Atsushi, das ist immer noch der Vater von Aheibara, Akashio Miano, und Elena eine kleine Praxis eröffnet, um sich einfach den Lebensunterhalt verdienen zu können. Fünf Jahre später, also für uns vor 20 Jahren, kriegen wir dann nun die ersten Informationen zu dem einen oder anderen, für uns sehr, sehr wichtigen Mitglied der schwarzen Organisation. Ein herausragender Star wurde geboren. Eine berühmte Schauspielerin Sharon Vinyard hatte bereits einen Oscar bekommen. Wir wissen, dass sich unter dem Deckmantel von Sharon Vinyard Wermut versteckt. Denn Sharon Vinyard alias Wermut sind ein und dieselbe Person. Sie ist eine überragende Schauspielerin. Ja, sie ist ja auch eine sehr, sehr gute Freundin von der Mutter von Shinichi, nämlich Yugiko. Beides überragende Schauspieler, die aber einen großen Teil ihrer Kunst, ihrer Ausdrucksweise, ganz besonders ihrer Verkleidungskünste gelernt haben. Von keiner geringeren Person als von dem allerersten Kaito Kid, den es jemals gegeben hat, nämlich Toichi Kuroba. Und diese Person ist nämlich der Vater von dem aktuellen Kaito Kid. Kleine Side-Notes für euch, ja, den wir ja schon bereits kennen. Das erzähle ich euch an der Stelle, weil, ganz wichtig, um einen kurzen Exkurs zu machen, Wermut ist ja dafür bekannt in der schwarzen Organisation, Stimmen nachzuahmen, aber sich generell auch zu verkleiden, ja. Wie, so ein bisschen wie Kaito Kid, sich als andere Person auszugeben, aber nicht nur auszugeben, sondern durch das Verhalten eins zu eins nachzuahmen, zu adaptieren, damit es quasi auch nicht auffällt. Und das ist auf jeden Fall eine Meisterleistung. Jetzt wisst ihr vielleicht, falls ihr euch immer mal gefragt habt, warum ist denn Wermut überhaupt in der Lage, sich so gut zu verkleiden, sich so gut ausdrücken, okay, ihr habt das, Toichi hat ihr geholfen, genauso wie Toichi unserer lieben Yukiko geholfen hat. Falls ihr das Ganze mal nachlesen wollt und die ersten Informationen zu dem, was ich gerade angesprochen habe, nachvollziehen wollt, dann Episode 108, Mord in New York, für alle, die es nachlesen wollen, Band 34, 35, Kapitel 350 bis 354. Vor 20 Jahren ist dabei nicht nur das passiert, sondern ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der schwarzen Organisation für uns auch sehr, sehr wichtig, denn wir wissen, schwarze Organisationen, es gab ein geheimes Projekt an diesem geheimen Projekt, was für uns jetzt der Arbeitstitel einfach mal Apoptoxin 4869 ist, Traumdroge alias das Hellgift, ja, alias, wir spüren mal ganz kurz Gott, müssen wir natürlich Informationen sammeln über Elena und Azushi. Und hier ist es nämlich passiert, dass diese beiden mit ihrer Tochter, nämlich Akimi, war damals 5, 6 Jahre alt, zurück ins Vaterhaus von Azushi gegangen sind, wo sein guter Freund Dejima, den ich vorhin auch kurz erwähnt habe, aufgepasst hat. Sehr, sehr wichtig, ja. Side Notice, wir wissen ja auch im Vorangehen der Story, dass quasi Notizen aufgenommen wurden, ja. Darüber kommen wir aber zu einem späteren Teil des Videos nochmal zu sprechen, die sich dann quasi allheilbarer anhören konnte, um quasi eine Verbindung zu ihrer verstorbenen Familie aufzubauen. Und wenn ihr dachtet, dass das schon alles war, was vor 20 Jahren passiert ist, dann habt ihr euch gewaltig geschnitten, denn hier hat einer der wichtigsten und großartigsten Blutfäden, aka Vendettas, angefangen, die wir uns vorstellen können. Denn vor 20 Jahren hat Wermut ihren Vater getötet. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, welchen Vater, wen meint er mit ihr? Nämlich den Vater von Jodie, die wir unter anderem kennen als FBI-Agentin. Ihr müsst euch das so vorstellen, Wermut hat den Vater getötet von Jodie und wollte dann quasi als Beweisvernichtung das gesamte Haus im Brand stecken. Was sie auch getan hat, dann hat sie aber Jodie gesehen. Sie konnte sie aber nicht töten, Wermut wollte das nicht. Sie hat ja auch irgendwo am Ende des Tages Gefühle und Mitleid. Und dann hat sie zu Jodie gesagt, eins der legendärsten Zitate überhaupt, natürlich das legendärste von Wermut, a secret makes a woman woman. Und hat sie quasi zum Sterben zurückgelassen. Wie wir aber natürlich wissen, kleine Side-Notes, um im Video schon vorzugreifen, Jodie hat natürlich überlebt. Und natürlich wie immer der Hinweis, eine oder andere Informationen kann man natürlich auch nachlesen. Episode 371, wenn man es sich anschauen möchte, direkte Konfrontation, das war dieses Special Ampyr, nämlich zwei Mysterien in einer Vollmondnacht, Band 42, Kapitel 429 bis 434, wo wir diese Halloween-Party hatten als Reminder, wo sich da alle Ampyr getroffen haben, Wermut, Jodie, wo die gesprochen haben, Ran, Alhaibara, Shuichi Akai, Calvados und so weiter und so fort. Und ein Jahr später sollte sich dann der Kreis schließen, also für uns vor 19 Jahren. Azushi hat ja also erst bei Shirohato gearbeitet, ist dann pleite gegangen, die Firma, dann hat er mit seiner Frau Elena eine kleine Praxis eröffnet und zu dieser Zeit, kurze Zeit später besser gesagt, wurde dann auch Elena schwanger, war schwanger mit, für uns natürlich, Shiyomiano aka Aihaibera. Und zu der Zeit hat er ja auch ein Angebot bekommen, von der Karasuma Group, als Wissenschaftler zu arbeiten, im Zuge der Wissenschaft, und es hätte natürlich dann auch ein bisschen mehr Geld gegeben, was dann, ich sag mal, ein Grund dafür war, aber nicht der ausschlaggebende Grund, denn wir müssen wissen, dass Elena und Azushi, gerade Azushi, ein extrem eifriger Wissenschaftler war und es war eine sehr, sehr große Möglichkeit, für ihn dort zu arbeiten, was er natürlich dann angenommen hat. Zeitnotes, um mal wieder ein bisschen vorwegzugreifen, ihr wisst natürlich, worauf es hinausläuft, Spoiler, 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 Karasuma Group, Renja Karasuma, wissen wir natürlich, ist Anokata der Boss der schwarzen Organisation, also auch der Boss der Karasuma Group. Zwei Jahre, nachdem also Azushi und auch Elena für die Karasuma Group, alias die schwarze Organisation, angefangen haben zu arbeiten, also für uns jetzt vor 17 Jahren, ist, wie ich sehr, sehr oft in meinen Videos betont habe und immer noch betone, der wichtigste Detektiv-Connen-Fall passiert, den es gibt, der so viele Mysterien bis heute noch birgt und der quasi alles, die gesamte Detektiv-Connen-Lore überschneiden lässt, der Koji-Haneda-Fall. Denn vor 17 Jahren wurde Koji-Haneda durch das Apoptoxin 4869 in Amerika, in den USA, genauso wie Amanda Hughes, getötet worden. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wer diese Leute sind. Dazu bin ich ja da. Koji-Haneda ist ein Shogi-Spieler gewesen, ein sehr, sehr erfolgreicher Shogi-Spieler und im Zuge dieser Shogi-Meisterschaft ist er halt in Amerika gewesen und Amanda Hughes hat ihn besucht, weil Amanda Hughes ein berüchtigter Shogi-Fan war. Ja? Und weil Koji-Haneda ein sehr, sehr erfolgreicher Shogi-Spieler war, haben sie sich also getroffen. Dann ist es passiert, Amanda Hughes wurde getötet und auch Koji-Haneda. Es gibt nämlich eine Apoptoxin-Opferliste von der schwarzen Organisation. Das heißt, jede Person, das durch dieses Projekt, durch Silver Bullet, Apoptoxin 4869, getötet wird, wird dort eingetragen. Unter anderem stand auch Shinichi drauf auf der Liste. Wer das Ganze nochmal nachverfolgen möchte, nachlesen möchte, nachschauen will, Episode 850, ja, Teil 2, das Passwort der E-Registrierung, Band 89, Kapitel 945 bis 947. Dort hat nämlich Ahabara nochmal explizit darauf hingewiesen, dass Koji-Haneda auf dieser Apoptoxin-Opferliste drauf stand. Sehr, sehr interessant. Da fragt man sich natürlich, Amanda Hughes, ist es jetzt einfach nur eine Omi? Ja, es ist nämlich eine sehr, sehr alte Frau gewesen. Wieso wurde die jetzt umgebracht? Hä? Was hat eine alte Oma zu tun mit einem Shogi-Spieler? Wieso Apoptoxin mit der schwarzen Organisation? Amanda Hughes hatte nämlich, ich sag mal, Kontakte gab zu den Geheimorganisationen, zum FBI, aber auch ganz besonders zum CIA. Und weil sie so ein hochrangige, ich sag mal, wertvolle Person war, die so ein bisschen vermittelt hat, hatte sie auch einen Bodyguard gehabt. Und dieser Bodyguard, der sich Asagat schimpft, der ist verschwunden. Von dem fehlt jede Spur. Das heißt also, Amanda Hughes wurde getötet, Koji-Haneda wurde getötet und der Bodyguard konnte sie nicht schützen und ist weggerannt. Und seitdem gilt natürlich Asaka als Tatverdächtiger, der quasi dann beide getötet haben soll. Ja. Jetzt geht es aber weiter. Wenn wir also danach gehen, ist Amanda Hughes das eigentliche Ziel gewesen und Koji-Haneda ist quasi nur ein Kollateralschaden, der gar nichts mit der Problematik zu tun hatte. Was dann aber die schwarze Organisation nicht weiß und jetzt wird es so ein bisschen kribbelig. Ich hoffe, man kann mir immer noch folgen, ist, dass der Vater von Koji-Haneda ein sehr, sehr guter Freund war von Trommelwirbel Shuichi Akais Vater, nämlich Tsutomo Akai. Tsutomo Akai war ein sehr, sehr guter Freund von Koji-Haneda's Vater, der dann auf diesen Fall angesetzt wurde. Damals wusste man noch nicht genau, wo ist der Tsutomo Akai, aber man wusste irgendwie schon, okay, vielleicht in irgendeiner Geheimorganisation, MI6, FBI, CIA, was vielleicht Polizisten, Detektiv, auf jeden Fall schien, Koji-Haneda's Vater ihm sehr zu trauen. Also ist Tsutomo Akai dort hingeflogen, hingegangen, um den Fall, um den Mordfall von Koji-Haneda zu untersuchen. Ja, das ist auf jeden Fall auch schön, denn dort, sage ich jetzt mal, gibt es einen Fall, den wir auch wunderbar nachlesen und schauen können, nämlich in der Episode 861, derselbe Tatort wie vor 17 Jahren, Band 89, 90, Kapitel 948 bis 950. Dort, Subaru, Okia, Akai, Shuichi Akai und Conan haben einen Fall. Dieser Fall hat so ein paar Parallelen, Conan recherchiert und findet dann quasi alles raus, was damals passiert ist. Nachdem wir also den wichtigsten Fallen der Detektiv-Connel Lore Lohr behandelt haben, gehen wir sieben Jahre weiter. Also für uns vor zehn Jahren, was auch ein sehr, sehr magischer Moment für viele Detektiv-Connel-Fans ist, das Treffen am Strand. Ja, vor zehn Jahren. Dort gibt es meiner Meinung nach auch einer der geilsten Fälle überhaupt zu, was auch schon animiert wurde, Episode 881 bis Episode 882, nämlich ja, der Strandfall der Zauberer der kleinen Wellen, so wie sich das auf Deutsch schimpft. Und hier erfahren wir extrem viel. Ich habe in der letzten Information, also ich sage mal, dass das Sotomo Arcade darauf angesetzt wurde, so ein bisschen vorgezogen. Dazu erfahren wir hier nochmal ganz viel und ihr müsst euch vorstellen, an diesem Strand von vor zehn Jahren haben sich sehr viele Leute getroffen. unter anderem war es die Reunion von der Akai-Familie, denn Shuichi Akai hat zum ersten Mal seit sieben Jahren seine Mutter Mary, Sera und seinen Bruder Shukichi gesehen. Das war aber noch nicht alles, denn er hat seine Schwester überhaupt noch gar nicht gesehen gehabt bis zu diesem Zeitpunkt. Dort hat er nämlich die ganz kleine Masumi zum allerersten Mal gesehen. Fun Fact, Side-Notes für euch, Masumi fand immer, dass Shuichi Akai sehr, sehr grimmig geguckt hat, und sie war ja fasziniert von ihrem Bruder, sie ist klein und wollte sie eben immer zum Lachen bringen, hat so viele Grimassen gemacht, hat sich Pommes in die Nase gesteckt und sie hat es nie geschafft, sie hat es nie geschafft. Conan hat es dann aber letzten Endes geschafft und seit dem Moment, das war so ein Moment für Masumi, der hat sich quasi in ihrem Kopf eingebrannt, war Conan für Masumi beziehungsweise Shinichi immer der Zauberer. Warum Zauberer? Weil er die einzige Person war ist, die quasi ihren Bruder Shuichi Akai zum Lächeln bringen konnte. Aber das nur so am Rande. Wir haben natürlich noch weitere Informationen, ja, nebenbei kann man natürlich jetzt noch sagen, dass sich auch Shinichi Shuichi zum ersten Mal gesehen haben und das erwähne ich hier nochmal explizit, weil ja Shinichi, die Beziehung von Shinichi Akai Conan und Shuichi Akai sehr, sehr wichtig ist. Unter anderem hat hier auch Shuichi Akai Shinichi als Holmes Lehrling bezeichnet und die haben dann zusammen Fälle gelöst, ja Shuichi hat dann auch Shinichi beschützt, Ran haben wir auch gesehen, Yukiko haben wir auch gesehen, ja also da haben sich alle getroffen, irgendwie sehr, sehr lustig und Conan war damit schon so ein kleiner Detektiv und hat immer erzählt und hat dann gesagt zu Shuichi Akai, dass ein würdiger Watson wäre, ja wir wissen, dass zweiergespannt Sherlock Watson extrem cool und schöne Sherlock Holmes Referenzen am Start. Weg vom sonnigen Strand, den schönen anblicken, den schönen Menschen in Bikinis und Badeanzügen, die dort rumlaufen, von Transfetten in Form von Pommes hin zu einem der geilsten Fälle, den es überhaupt gibt, ja. Fünf Jahre später, Informationen darüber kriegen wir 497, Zusammenstoß von Rot und Schwarz, der Clash für uns also auch vor fünf Jahren. James Black, das ganze FBI, also auch Jodie, André Camille, Shuichi Akai natürlich, schwarze Organisation, CIA Agentin, alles involviert, richtig spannend, reden miteinander und Conant fragt bei James Black und Jodie einfach mal nach und dort hat er auch Antworten bekommen und unter anderem hat er hier erfahren, dass sich Akai vor fünf Jahren mit einer Frau angefreundet hat, in der er sich dann auch verliebt hat und diese Frau ist keine geringere als Akimi Miano. Er hat sich mit dieser Frau anfangs angefreundet, nur weil er wusste, dass diese in der schwarzen Organisation ist, um sich dann quasi heranzuheften, um sich dann dort über diese Frau einzuschleusen, aber natürlich, wie das Schicksal so immer seine Fingerchen im Spiel hat, hat er sich angefangen in diese Person, nämlich in Akimi, zu verlieben. Des Weiteren kann man sagen, hatte Akimi, der hat ja keinen Deckname gehabt, also dementsprechend auch keinen hohen Rang, denn wir wissen, Leute mit einem hohen Rang in der schwarzen Organisation kriegen einen Deckname als Höronymen, der immer ein, ja, ein alkoholisches Getränk ist, ja, Bourbon oder Wermut oder Gin, Wodka, also hatte sie keinen hohen Rang. Und man hat ja noch die Information, dass die Schwester von Akimi eine wichtige Wissenschaftlerin für die schwarze Organisation sei. Wir wissen, die Schwester ist Aihybera, aka A, Shiho, Miyano, die Tochter von Azushi und Elena. Elena war damit schwanger mit keiner geringen Person als Aihybera, aka Shiho, Miyano. Und da sehen wir also, dass die ganze Miyano-Familie einen sehr, sehr großen und wichtigen Aspekt und Teil der schwarzen Organisation ausmacht, denn die Organisation hat quasi ihren richtungsweisenden Durchbruch eigentlich theoretisch erst durch die Miyanos bekommen in Form von den Wissenschaftlerinnen Elena Azushi und dann noch ihre Tochter nämlich Aihybera, aka Shiho, Miyano. Warum sage ich das immer? Weil Aihybera für euch vielleicht ein bisschen bekannter ist, weil ihr mit dem Namen mehr anfangen könnt, aber im Endeffekt ist das ein und dieselbe Person. Ja, und hier haben wir sogar noch die Information, dass sie 13 Jahre alt war. Ja, also Aihybera war mit 13 Jahren schon eine wichtige Wissenschaftlerin in der schwarzen Organisation. Man kann also auch davon ausgehen, dass sie schon einige Monate beziehungsweise einige Jahre davor schon da war. In diesem Fall sollten wir aber noch mehr Informationen kriegen, ja, die aber quasi ein kleines bisschen später erfolgt sind, also in der Zeitschleife, ein Jahr später, für uns also vor vier Jahren, weil ich ja gesagt habe, dass CIA involviert. CIA ist hier in erster Linie involviert, weil zwei Personen, nämlich Hidemi Hondo, seine CIA-Agentin, ist ein NOC, also ein Spion, ein Agent in der schwarzen Organisation, die also eingeschleust wurde. Ja, hat dort auch einen Decknamen, nämlich Kier, ist also hochrangig und wichtig und die schwarze Organisation weiß es ja noch nicht und wollte also quasi sie wiederholen und zu gucken, okay, hat sie vielleicht geplauert, müssen sie vielleicht töten oder ist sie immer noch ein wertvolles Mitglied für uns und wir haben quasi noch ihren Bruder, nämlich Eske Hondo, der sich um sie gekümmert hat. Dort kriegen wir nämlich auch viel miteinander zu tun und wir kriegen auch heraus, dass sie einen Vater haben und dieser Vater, den hatten sie gehabt, weil er leider schon tot ist. Bei diesem Vater handelt es sich nämlich um Ethan Hondo und Ethan Hondo ist nämlich ein ebenfalls sehr hohrrangiges Mitglied des CIA gewesen. Aber leider hat die Tochter nämlich Hidemi Hondo, also Kier einen Fehler gemacht und der Vater Ethan hat das getan, was ein Vater tut. Er hat diesen Fehler weggemacht, der Tochter, aber um diesen Fehler zu kaschieren, musste er Suizid begehen. Das heißt, er hat sich geopfert, damit seine Tochter weiterleben kann und wer war dafür verantwortlich? Genau, die schwarze Organisation. Deshalb auch, ja, warum ist die wohl in der schwarzen Organisation als Nock? Genau, um ihren Vater zu rechnen. Sie will also auch Vendetta und Blutrache. Und das ist der Punkt, Leute, wenn wir mal uns überlegen, Jodie will Rache für ihren Vater, weil Wermut ihren Vater getötet hat, Kier will Rache für ihren Vater, der getötet wurde. Mehr oder weniger hat sich selber verbockt, aber die Organisation war zuständig, aber natürlich auch Shuji Aker bei seinem Vater nämlich Tsutomo verschwunden sein sollte. Das war aber noch längst nicht alles, denn in der Episode 836 Band 88, 89, 936 Kapitel bis 938 kriegen wir eine weitere Information. Wir sind hier in einer Band, also Masumi Sonoko ran, wollen eine Band gründen und dort hat Masumi auch eine wunderbare Anekdote. Als sie über ihren Bruder erzählt hat, hatte sie Freund berichtet, über Shuichis Freund. Und dann haben wir eine Rückblende und dort sehen wir nämlich, dass wir Hiro sind. Hiro Aker Hiro Mitsuh Aker Scotch ebenfalls ein Knock der Schwarzen Organisation kommt also von der Sicherheitspolizei war damals als kleine Side Not wieder mit Amuro Aker Bourbon in der Schwarzen Organisation waren zusammen auch auf der Police Academy beide von der Sicherheitspolizei als Nox in der Schwarzen Organisation Scotch also auch sehr sehr wichtig für die Organisation aber auch für den Werdegang von Bourbon aka Amuro um den geht es jetzt in diesem Video aber vorrangig erstmal noch nicht wir sehen aber als Masumi immer noch über Scotch geredet hat ja warum hat sie über ihn geredet wir waren ja bei der Band sie war nämlich ganz fasziniert davon als Kind dass quasi der Freund von was beigebracht hat und in dieser Ansicht sehen wir auch dass hinten quasi Amuro aka Bourbon gewartet hat also Masumi kannte quasi schon mehrere Organisationsmitglieder ohne das überhaupt genau zu wissen langsam aber sicher Leute nähern wir nach Großbritannien gegangen weil der Vater nämlich zu Tomo gesichtet worden sein sollte ich habe euch vorhin über den Fall berichtet am Strand am Treffen vor zehn Jahren dort gab es auch einige Informationen da habe ich also wieder probierten nahtlosen Übergang zu finden da gibt es also auch noch welche aber die richtig wirklich konkreten Informationen gibt es hier im Kapitel 1048 dazu gibt es leider noch keine Anime Adaption beziehungsweise Umsetzung ihr müsst euch das nämlich so vorstellen dass damals auch bei diesem Strand um jetzt einen Übergang zu schaffen kam auch die Sprache ok warum war Shuichi überhaupt weg ja ich habe darüber gesprochen dass der Vater beim Koshianeder Fall zu Tomo gefragt hat ob er sich quasi den Fall anschauen möchte aber zu Tomo ist nie wieder gekommen und für Shuichi Akai war das natürlich extrem okay mein Vater ist weg ich weiß aber nicht ob er lebt oder tot ist die Leiche wurde nie gefunden also ist er widerwillig von Marys Seite aus zum FBI gegangen weil wir wissen Mary also seine Mutter ist beim MI6 und er ist beim FBI das heißt wir haben hier einen englischen und einen amerikanischen Geheimdienst und er ist zum FBI gegangen um sich Know-how anzueignen Fertigkeiten anzueignen und so weiter und so fort um quasi dann seinen Vater zu finden das ist jetzt also die große Mission und in dem Kapitel 1048 gibt es halt nämlich die Spekulation dass sich Zutomo Akai nämlich hier befinden soll also Mary ist ja eine liebende Ehefrau die auch Sehnsucht hat nach ihrem Ehemann die sie ihn sehen will und man muss ja auch klar sagen dass Zutomo immer noch der Vater nie wirklich dort weil es war eine Finte von Wermut Wermut hat quasi dieses Gerücht selbst gestreut damit quasi Mary aus der Ecke gelockt wurde ja um quasi sie sich zu entledigen Wermut das ist eine der besten Szenen aus ganz relativ Conan hat dann quasi Mary geküsst Wermut und Mary küssen sich Leute unglaublich und hat ja aber beim Kuss da waren noch ein paar Hampelmänner hatten dann auch so einen Schlagabtausch hat Wermut quasi mit dem Kuss ihr das Apotoxin verabreicht und nachdem sie quasi so ein bisschen rumgetorkelt ist ist sie dann aber ins Wasser gesprungen damit sie nicht erschossen wird und Wermut dachte sie ok sie ist tot tot aber wie wir ja wissen ist sie nicht gestorben nein sondern sie ist in dem Hotel in dem quasi die Tochter gewartet hat mehr oder weniger hingekommen und hat gesehen ok Leute ja die wurde geschrumpft Masumi war quasi ungefähr ich sag mal in dem gleichen Alter wie wir sie jetzt aktuell kennen ja Pi mal Daumen paar Jahre also um genau zu sein können wir sagen dass das Alter von der Masumi die wir so kennen von vor drei Jahren weil das ja vor drei Jahren passiert ist in diesem Zeitraum passiert sein und das ist auf jeden Fall eine krasse Sache stell dir vor du wartest weil deine Mutter deinen Vater sucht und dann kommt deine Mutter wieder aber nicht als Mutter sondern als geschrumpfte Mutter und das musst du natürlich erst mal verarbeiten extrem kranker Fall also wenn das irgendwann mal animiert wird Leute Wermut und Mary haben sich geküsst unglaublich krass ein Jahr später für uns also vor zwei Jahren geht es dann nochmal extrem weiter dort haben wir wieder sehr sehr viele Informationen einige gibt es unter anderem in der Episode 502 Zusammenstoß von Rot und Schwarz sehr sehr viel könnt ihr wieder nachlesen Band 58 59 605 Kapitel bis 609 dort haben wir die Informationen gehabt dass sich Shuchiakai an Akemi rangehangen hat um in die Organisation zu kommen hat sich dann in die verliebt wollte dann quasi Rache weil Akemi gestorben ist weil sie ihre Schwester aus der Organisation holen wollte wurde dann leider von Jinn umgebracht er war in der Organisation hat sich hochgearbeitet Shuchiakai hat dann sogar den Decknamen Rai bekommen ist also schon ein hochrangiges Mitglied weil ich ja gesagt habe dass hochrangige Mitglieder eigentlich immer einen alkoholischen Decknamen bekommen ja leider ist dann etwas schief gelaufen denn es war eigentlich ein normaler Fall ja dort hatten wir eine Lagerhalle einen alten Mann André Kamell war auch da Korn war da und dann hat sich aber André Kamell verraten ja er hat sich verraten es war eine Übergabe André Kamell hatte Angst ja man wollte sich treffen Shuchiakai war ja quasi mit FBI Agenten dort und man hat einen Lageplatz ausgemacht wo man sich trifft und dann kam ein alter Mann hier wird es gleich gefährlich was aber die Leute nicht wussten was André Kamell nicht wusste weil er zu fürsorglich war dass der alte Mann ein Mitglied der schwarzen Organisation war und er hat den Braten natürlich gerochen seinen Leuten Bescheid gegeben und dann wurde es abgesagt und dann kam natürlich auch Spitzel und dadurch ist natürlich auch Shuichi jahrelange Einsatz verdeckt aufgeflogen und seitdem hat er quasi auch Jun als Erzfeind also kurz vorm Ziel hat das André Kamell verkackt einfach weil er zu nett war und das ist eigentlich schon mal das größte Ding in die Falle getreten dann meine lieben Leute vor zwei Jahren ist auch noch etwas passiert nämlich kennen wir alle Tequila Tequila ist nicht nur schön um Absturz zu kriegen und ich kann euch sagen Leute bitte wenn ihr Tequila trinkt erst mal sage ich generell Leute trinkt gar keinen Alkohol und wenn ihr Alkohol trinkt dann bitte erst wenn ihr überachtet seid und immer nur in Maßen und wenn ihr Tequila trinkt bitte kein unter 20 Euro Tequila denn davon kriegt ihr zu 100% Absturz Tequila ist aber nicht nur ein Drink um Absturz zu kriegen oder Shot zu trinken Nein Tequila ist auch ein Mitglied der schwarzen Organisation genau vor zwei Jahren hat er sich erkundigt bei einem Software Entwickler nämlich Itagura und Itagura hat nämlich an einer Software gearbeitet aber diese Software hat er quasi seit einem Jahr nicht weiterentwickelt und da Tequila gesagt okay komm ich habe auf jeden Fall Interesse wie sieht es aus und das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt den solltet ihr merken wer das Ganze nochmal nachlesen möchte kann dies dann natürlich auch wie immer tun wir haben unter anderem Episode 56 Band 12 Kapitel 114 116 380 und 114 dort haben wir quasi verschiedene Informationen zu dieser Thematik die ich gerade angesprochen habe ein Jahr später Leute wir sind jetzt also quasi für uns vor einem Jahr seit Conan geschrumpft wurde Wermut wollte Schurge Arkay töten wo ist das Ganze passiert ich habe vorhin mal den Fall angesprochen Mord in New York bei dem sind wir wieder wo es eine gewisse Sharon Vignard gab eine gute Schauspieler die einen Oscar gewonnen hat und wir wissen ja auch dass es Wermut ist und Wermut hat sich dort halt verkleidet als Sharon Vignard ja was ja quasi wie so eine Art Promi Geschenk ist das hat sie verloren ist nachgelaufen Ran hat auf dem Weg Shuchiaka gesehen Shuchiaka gesagt ey komm geh mal bitte weg hier ist gefährlich und wurde dann fast umgeholzt ja Wermut verkleidet als Typ wollte dann Ran töten abschießen ist dann quasi aber von der Brüstung gefallen und obwohl Wermut Ran gerade bedroht hat und runter gefallen ist fast in den Tod hat Ran ihr geholfen dann kam noch Shinichi haben die dann beide hoch gezogen und dann hat Shinichi noch epische Sachen gesagt wie ich weiß nicht was mit einem Fallstein muss um anderen Leuten Leid zuzufügen aber es braucht auf jeden Fall keinen Grund jemanden zu retten das war die erste Geburtstunde für Wermuts Gefühle denn Wermut aka Sharon Winyard ist ja eine Person die auch immer gesagt hat Motto New York ja das dem hat mir nicht ein einzelnes lächeln geschenkt nach dem Motto dass sie quasi immer betrogen wurde dass sie nicht an Karma glaubt dass sie immer hintergangen wurde und für sie war das ein Moment den sie nicht erklären konnte weil okay ich bedrohe dich aber du hilfst mir trotzdem das die Gebutstunde von Cool Guy und Angel sie hat nämlich Shinichi als Cool Guy und Ran als Angel also Engel bezeichnet und das war auch so ein bisschen der Knackpunkt seit dem Moment denkt Wermut halt so ein bisschen drüber nach gut zu sein und ist quasi im ständigen Konflikt aber steht auch natürlich im Kontrast zwischen der Organisation und der guten Seite so ein typisches gut oder böse Ding ja das war aber noch längst nicht alles was dort passiert ist denn wir kennen vor zwei Jahren Tequila hat sich mal erkundigt bei Itagora und dann hat er auch mal Wermut mal angerufen ein bisschen Druck gemacht und Gin und Wodka und dann haben die so gesagt jo ja unser Kollege war ja letztens bei dir wir möchten gerne dass du das Programm was du abgebrochen hast beendest ja du kriegst ein Jahr von uns Zeit um das zu beenden und wenn nicht dann wissen wir ja was passiert ja sehr sehr wichtig Itagoras Software ist einer der wichtigsten Sachen in ganz Detektiv Conan ja Software da gab es verschiedene Theorien was macht man im Endeffekt ähm gab es da noch Austausch mit sehr sehr vielen ähm Computerwissenschaftlern beziehungsweise mit Computerinformatikern ja das ist eigentlich die korrekte Bezeichnung da kann man sich natürlich so denken okay was wollten die machen wollten die vielleicht irgendwas hacken wollten die Daten sammeln aber auf diesem Kanal gibt es natürlich auch noch sehr sehr gute Videos zu dieser Thematik wo das Ganze noch mal ein bisschen ausführlicher erklärt wurde last but not least meine lieben Leute jetzt ein halbes Jahr vor Beginn der Detektiv Conan Saga ja also seit dem Beginn des Schrumpens von Conan Edokawaka Shinichi Sharon Vinyard stirbt meine lieben Leute Sharon Vinyard stirbt da fragen sich doch Leute hä wenn Wermut Sharon ist wie kann die denn dann sterben aber jetzt aktuell noch da sein Sharon war quasi einfach nur die Kunstfigur die Wermut erschaffen hat damit sie in der Öffentlichkeit stattfinden kann und sie hat quasi ihr Tod vorgetäuscht und auf einmal war nicht mehr Sharon da nein sondern Chris Vinyard Chris Vinyard ist quasi die Tochter von Sharon Vinyard die aber in Öffentlichkeit nie stattgefunden hat ja warum hat sie das getan wir wissen natürlich Wermut da möchte ich jetzt noch nicht zu viel reingrätschen weil das halt in den zukünftigen Videos dieser Videoreihe erklärt wird wir wissen ja dass sie jedenfalls das Aproposin 4869 benutzt hat aber wenn du quasi nicht alterst manche Leute wurden geschrumpft wie Conan oder wie I aber manche Leute stecken in dieser Zeitschleife fest wie zum Beispiel Wermut die kann quasi nicht altern und wenn du quasi Chris Vinyard nicht wärst ja sondern immer bei Sharon Ryan würdest du kannst halt nicht für ewig ein paar und 40 bleiben du musst ja irgendwann altern und irgendwann fällt es halt auf und um diesen Verdacht vorzukommen hat sie sich quasi einfach selbst umgebracht vorgetäuscht zumindest und dann hat Chris Vinyard erschaffen dass sie quasi einfach als Tochter als junge Tochter in der Öffentlichkeit stattfinden kann eine sehr sehr schlaue Art und Weise das gesamte Problem zu lösen meine lieben Leute und das war der erste Teil dieses Organisations-Special wir nennen das irgendwie so die Geschichte oder den Anfang die Vorgeschichte der schwarzen Organisation mit allen Sachen die so wirklich extrem meiner Meinung nach wichtig sind die vor Detektiv Corner passiert sind also quasi alle das was passiert ist bevor Shinichi im Tropic-Gelände geschrumpft wurde das Wichtigste zusammengefasst natürlich gibt es hier und da noch Informationen wie Pisco ist geboren und andere Sachen halte ich jetzt für nicht so relevant also wenn ihr dieses Video angeschaut angehört habt und ich hoffe verstanden habt ich hoffe ich habe das relativ deutlich und klar erklärt dann solltet ihr eigentlich in der Lage sein die ganzen Organisations-Beweggründe oder so komplett verstehen zu können angekommen im Tropic-Gelände verbringt Shinichi und Ran einen wunderbaren Tag bis zum Abend Shinichi hat etwas bemerkt und sagt äh Ramuri ich muss mal kurz weggehen ich bin gleich wieder da und wir alle kennen es aus Horrorfilmen ja gerade wenn der Killer unterwegs ist und man sagt oh lass uns doch trennen ich bin gleich wieder da dann sterben die Leute immer Shinichi hat dann einen mysteriösen Deal beobachtet ja ein Mann hat einen Koffer gegeben der andere hat irgendwie was anderes bekommen er hat es nicht genau gesehen und dann wurde er niedergeknüppelt von einem Mann in schwarz schwarzer Mantel schwarzer Hut blondes Haar er war irgendwie benebelt er hat nur noch mitbekommen dass ihm irgendwas verabreicht wurde eine Pille welches Apoptoxin 4869 ist ja mit so ein bisschen Wasser was ihn daraufhin eigentlich töten sollte das ist also ein Nervengift welches während der Obduktion nicht nachweisbar ist das Ganze ist dann schief gelaufen ja er hatte höllische Schmerzen ist ohmächtig geworden und ist dann als kleines Kind wieder aufgewacht Sachen waren also definitiv zu groß und er dachte sich so einen Moment mal was ist denn hier verkehrt im Endeffekt kam er zu der Tatsache ja scheiße ich wurde verjüngt was macht man dann man sucht einen Freund er ist zu Professor Agassar gegangen was üblicherweise auch ein Nachbar ist ein Wissenschaftler der ab und zu mal ein paar Sachen macht er hat immer verklickert ja ich bin Shinichi er hat den Anfang sich geglaubt er konnte ihn dann aber überzeugen und dann dachte man sich so okay wir müssen behutsam vorgehen denn die Leute die dich töten wollten dürfen nicht wissen dass du noch lebst also brauchst du einen Decknamen gesagt getan leider gab es eine wunderbare Situation in der Bibliothek Ranmuri hat nämlich Conan gesehen und gesagt du kommst mir irgendwie bekannt vor wer bist du denn und ihm ist natürlich kein Name eingefallen er konnte sich ja nicht als Shinichi vorstellen hat sich also als Conan Edogawa vorgestellt was im Endeffekt die Geburtstunde ist Geburtstunde Conan Edogawa ist hier also mit dem Schrumpfen so gesagt der erste wichtige Punkt in diesem Conan Act Punkt Nummer 2 ist natürlich dann eine Angriffsfläche zu finden du kannst ja nicht als kleiner Junge einfach auf der Street entlang laufen und dann irgendwelche Leute ansprechen kennen sie Leute in schwarz wenn die sagen ja schwarz ist eine schöne Farbe schwarz ist eine Mode schwarz macht blank es gibt viele Leute in schwarz was braucht man also man braucht einen Zugang und diesen Zugang übrigt sich von selbst denn seine Kindheitsfreundin Ranmuri ist nämlich die Tochter eines mhm erfolglosen Detektiven nämlich Korgoror Muri der aber zu bittigerweise eine Detektar hat also hat er sich an Ranran gemacht und ist zu Korgoror gegangen man hat sich so ein bisschen unterhalten ja er hat irgendwie gesagt wo er herkommt und im Endeffekt hat er dann bei Ranmuri und bei Korgoror gelebt um dann letztendlich einen Zugang zu der schwarzen Organisation zu finden also Punkt Nummer 2 er hat sich in die Detektar geschleust Punkt Nummer 3 um nicht aufzufallen musste man natürlich auch nochmal ein Alibi haben ja man musste also eine komplett neue Identität anlegen und das ganze glaubwürdig verkaufen er ist dann also die Schule gewechselt er hat die Schule gewechselt ist jetzt nun also Schüler Grundschüler der Taitan Grundschule ja hat dann auch wunderbare Leute kennengelernt was aber später kommt der nächste Punkt der jetzt wichtig ist und Grundlage ist für die danach folgenden Punkte ist eine Person es gab nämlich einen Fall einen 1 Milliarde Yen Rauch ja das war ein Banküberfall im Endeffekt ist da mehr oder weniger alles glatt gelaufen aber dann gab es einen ja einen Streit zwischen dieser Person die diesen Banküberfall geplant hat nämlich Akemi Miano so ist der richtige Name und zwischen den Männern in Schwarz die wir ja bereits schon kennen die Conan bereits gesehen hat von denen er auch geschrumpft wurde dann gab es Meinungsverschiedenheiten im Endeffekt gab es einen tödlichen Schusswechsel bei der Akemi verletzt und dann letztendlich gestorben ist kurz vor ihrem Ableben ist Conan zur Not eingeschritten ja eingeritten hat sich dann kurz mit Akemi unterhalten und gesagt ja die Männer in Schwarz musst du aufpassen die sind gefährlich und Conan hat ihr dann den richtigen Namen verraten nämlich dass er in Wirklichkeit Shinichi Kudo ist ein Schülerdetektiv und dass er sich zur Aufgabe machen wird diese Organisation zu schlagen und die Männer zu Fall zu bringen das ist sehr sehr wichtig was wir gesehen haben also Akemi Miano eine Person die für uns noch unbekannt ist ist gestorben das ist der nächste Punkt wichtig seine Eltern sind nicht nämlich irgendwelche Eltern nein sein Vater Yusaku ist ein sehr sehr berühmter Schriftsteller ein Autor und seine Mutter Yukiko ist eine Schauspielerin die auch international sehr sehr bekannt ist sie haben ein Spiel gespielt und zwar haben sie sich verkleidet um Shinichi zu Fall zu bringen um Conan einzuschnappen und letztendlich wissen wir auch durch dieses wunderbare Gespräch dass Yusaku nämlich Kontakt hat Kontakt unter anderem zu Geheimorganisationen und gesagt Moment mal ich kann dir doch helfen die schwarze Organisation ausfindig zu machen und etwas gegen dieses Apoptoxin 48690 Unternehmen vielleicht ein Gegengift zu entwickeln Conan hat diese Hilfe seiner Eltern aber abgelehnt und gesagt ja ich möchte das alleine klären das heißt also wir wissen auch seine Eltern haben ihm Hilfe angeboten seine Eltern haben Kontakt aber Conan möchte natürlich die Leute um sich herum schützen ja und möchte im Verborgenen bleiben was unter anderem auch durch diese ganze Zusammenarbeit mit Professor Agassar begünstigt wurde das war aber noch längst nicht alles wir neigen uns aber sicher dem Ende zu des ersten Conan Arks denn es gab noch eine Convention wo wir ein nächstes Organisationsmitglied getroffen haben nämlich Tequila Tequila sollte einen Anschlag verüben der Anschlag ist leider fehlgegangen Bombe ist explodiert Bum Tequila ist gestorben aber das war noch nicht alles denn es hatte etwas damit zu tun mit einer Software und diese Software hat etwas mit einem Entwickler zu tun nämlich Itakura Itakura Software Tequila und eine Bombe haben auf jeden Fall eine sehr sehr starke Korrelation zueinander haben etwas damit zu tun man konnte es aber noch nicht wirklich ich sag mal einordnen wie das Ganze zueinander steht wir wussten aber in dem Moment okay die Organisation probiert also einflussreiche Leute aus dem Weg zu räumen was auf jeden Fall nicht sehr sehr gut ist und ja die Frage ist natürlich was wird die Organisation mit dieser Software angefangen bei einem Organisationsmitglied wenn wir uns zurückerinnern wissen wir dass im ersten Tag uns vier Mitglieder vorgestellt wurden natürlich Gin Wodka dann noch Tequila und zu guter Letzt Akemi Miyano nun würde zum A5 vorgestellt und zwar Kishiro Nomabuchi und dieser Kishiro ist wirklich das was man als bösartigen Bösewichten klassifizieren würde denn dieser war ein ehemaliges Organisationsmitglied und sollte eigentlich die Funktion eines Auftragskillers nehmen er war aber in der Hierarchie relativ weit unten ja das heißt er hatte keinen Decknamen und als Auftragskiller erwies er sich auch als unbrauchbar und wurde dann in eine Abteilung für Forschung gesteckt und sollte da als lebendes Versuchsobjekt fungieren dementsprechend hat er natürlich Angst gehabt und ist seitdem auf der Flucht vor der schwarzen Organisation und auf dieser Flucht hat er eine extreme Paranoia entwickelt und hat dort den ein oder anderen umgebracht weil er gedacht hat dass eben diese Leute ihn irgendwie ausspionieren und zur schwarzen Organisation gehören also ein wirklich abdrüngiger der uns das Schauer nähert gerade mit seinem Erscheinungsbild etwas flach sehr sehr magersüchtig schon quasi langes Haar große Augen er wirkt schon wirklich wie ein radikaler Killer das zweite sehr sehr große und wichtige Ereignis im Hybarer ist halt die Vorstellung dieser Person nämlich Ai Hybarer wenn ihr euch zurückgeändert habe ich euch im ersten Arc am ersten Part erzählt dass Akmi Miano eine Schwester hatte und dass sie in der Organisation war und dann letzten Endes gestorben ist nun wird diese Schwester vorgestellt Ai Hybarer aka ihr richtiger Name Shiho Miano ist auch ein Mitglied der schwarzen Organisation und war eben in dieser Forschungsabteilung tätig tätig wo Numabuchi als Forschungsobjekt fungieren sollte sie hat herausgefunden dass ihre Schwester getötet wurde hatte dann keinen Sinn mehr gehabt weiterzuleben hat an einem Gift gearbeitet nämlich das Apoptoxin 4869 womit auch Conan Edogawa am Anfang geschrumpft wurde und eigentlich war das ja eher nicht der Hauptzweck sondern das Gift soll ja in erster Linie töten sie hat dieses Gift eingenommen mit der Absicht Selbstmord zu begehen ist dann aber aufgewacht zwar nicht im Himmel oder in der Hölle nein sondern als kleines Mädchen hatte also denselben Effekt wie bei Shinichi aka Conan dass sie einfach verjüngt wurde dann konnte sie ausbrechen und ist dann dorthin gerannt wo das Haus von Shinichi war weil sie ja natürlich wusste okay Moment mal Apoptoxin Shinichi Moment mal was ist denn da passiert ist dann zusammengebrochen es war eine regnerische Nacht und Agassar hat sie letzten Endes gefunden ja dann Ai Haibera ist ein kleines Kind was da war hat auch direkt auf den Tisch gehauen ja ich bin Mitglied der Schwarzen Organisation ehemaliges Mitglied und wurde dann der Klasse vorgestellt sie wurde also auch in die gleiche Klasse eingeschult umgewechselt wie man es auch immer betiteln möchte in der Conan geht nämlich die Tätern Grundschule zu guter Letzt wird der Haibera abgeschlossen mit einer weiteren Person die sehr sehr wichtig ist für die darauffolgende Story und zwar Tomoaki Araide ja das ist quasi der Schularz der spätere Schularz und er wird uns halt auch vorgestellt in einem Fall wo sein Vater angeblich einen Unfall hat in der Badewanne dabei war es einfach Mord Mord Conan war natürlich auch da das Ganze wurde dann letztendlich auch aufgeklärt und diese Araide ist wirklich sehr sehr wichtig denn in den nächsten Arks ich kann es schon mal vorweg nehmen werden Personen auftauchen die eventuell die Möglichkeit besitzen die Fähigkeit besitzen sich zu verkleiden sich als andere Personen auszugeben um so zum Beispiel an Informationen zu gelangen es hat alles angefangen am Haido City Hotel dort war eine Gala wir sehen viele bekannte Gesichter Conan Ai Haibara die uns ja vorgestellt wurde ehemals Sherry also auch ein ehemaliges Organisationsmitglied dann sehen wir auch noch Gin Wodka die sind uns geläufig ebenfalls Mitglieder der Schwarzen Organisation und noch für uns damals ein unbekanntes Mitglied nämlich Pisco scheint aber auch im Rang ja relativ hoch zu sein denn wir wissen ja umso wichtiger du der Organisation bist umso mehr Aufgaben du hast umso höher gestellter du bist umso höher ist die Schwarzen Organisation war natürlich nicht einfach so im Heido City Hotel sondern sie hatten einen Auftrag Pisco sollte eine Person umbringen im Endeffekt gab es dann auch noch Komplikationen und Pisco hat herausgefunden dass Sherry also Ai Haibara diese Person die quasi eingeschult wurde das kleine Mädchen dass sie in Wirklichkeit Sherry ist und verjüngt wurde ja dass sie quasi geschrumpft ist wurde dann von Pisco entführt und in so einer Art Weinkeller ja ich sag mal versteckt er wollte das dann der Organisation melden unter anderem natürlich seinen Kollegen wie zum Beispiel Gin und Wodka dann gab es aber Komplikationen Ai Haibara in der Bredouille hat ein temporäres gegen Mittel eingenommen ja ist dann also wieder erwachsen geworden in ihren Ursprungskörper zurückgekehrt damit konnte sie sich letzten Endes befreien bevor das Ganze aber dann letztendlich zur endgültigen Befreiung geführt ist hat Gin sie gesehen Gin hat also die Verräterin Sherry wir wissen sie ist ja damals aus der Organisation geflohen sie wollte sich umbringen nachdem sie herausgefunden hat dass sie ihre Schwester nämlich Akimimiano umgebracht haben ja Ai also Sherry wird hier auch mehrmals von Gin angeschossen wurde verhört sie hat aber nichts gesagt und Conan hat ihr dann das Leben gerettet Pisco hat Gin aber nicht gesagt dass es sich bei Sherry um Ai Haibara handelt dass sie quasi verjüngt beziehungsweise geschrumpft wurde sie sind letztendlich dann aus dem Fang der Organisation entflohen konnten sich befreien und das Problem ist was ich vorhin angesprochen habe ist dass Pisco diesen Auftrag nicht wirklich zufrieden ausgeführt hat denn es gibt ein Beweisfoto dass Pisco auf diesem Bild bei diesem Mordanschlag zu sehen war mit dem Auftrag von Anokata Anokata ist der Boss der schwarzen Organisation hat er Gin den Auftrag gegeben sich Pisco zu entledigen ja im Endeffekt hat dann Gin seinen Kollegen Pisco erschossen und zurückgelassen ziemlich viel auf einmal und nun wurde natürlich uns auch ein neues Mitglied vorgestellt um das es ja hier auch im ARK geht nämlich Wermut Wermut auch bekannt als Chris Winyard ist eine amerikanische Schauspielerin und sie hat nach diesem Vorfall nachdem sie einiges mitbekommen hat sich dazu entschieden erstmal in Japan zu bleiben ja also ein Mitglied das in Japan bleibt welches erstmal nach Japan hingeflogen ist ja war in Amerika mehr oder weniger stationiert das heißt also wir können hier auch schon davon ausgehen dass die Organisation global beziehungsweise international handelt weg von dem Fall in der Schule der Aufführung gab es nun einen Bus Überfall und in diesem Bus Überfall von einer Gang saßen einige krasse Charaktere unter anderem saßen da drinnen nämlich Jody Shuichi Akai der für uns ja eigentlich auch noch ich sag mal relativ unbekannt ist und Tomoaki Araide also der Schularzt aber ich sage es nochmal Tomo Araide war jetzt hier nicht der normale Arzt sondern es war Wermut die sich nur für ihn ausgegeben hat und dann ist etwas sehr sehr interessantes passiert Conan und Haibara saß natürlich auch in diesem Bus Haibara hatte Angst sie hat ja auch die Aura der schwarzen Organisation gespürt was sehr sehr wichtig ist als ehemaliges Mitglied hat sie nämlich die Fähigkeit Mitglieder die immer noch in der Organisation aktiv sind oder aber auch ehemalige Mitglieder zu orten das heißt immer wenn ein Mitglied ein ehemaliges Mitglied in ihrer Nähe ist kriegt sie diese Aura der schwarzen Organisation Angstzustände und sie spürt dass es sein Mitglied in der Nähe ist hätte sie niemal da gewusst wie recht sie hat und dann ist etwas interessantes passiert nämlich dass ein Bus Mitglied ja dieser Bande Conan eine Waffe vorgehalten hat ja wollte abdrücken und dann hat sich Tomuaki Arede vor Conan gestellt da denkt man sich so okay handelt er jetzt heldenhaft wir wissen ja es ist Wermut dann fragt man sich warum hat sich jetzt Wermut schützend vor Conan gestellt wenn sie doch eigentlich schon weiß Moment mal Conan Shinichi es gibt eine Kausalität warum beschützt sie ihn als eigentlich böses Mitglied das sind Fragen die wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht beantworten konnten Al Heibera wollte dann sitzen bleiben im Bus sich quasi in die Luft sprengen lassen Conan hat ja aber das Leben gerettet und die damit wirklich signalisiert komm Al Heibera du bist nicht hier nur Mittel zum Zweck damit ich die Organisation zerschlagen kann sondern du bist wirklich eine Freundin und ich kümmere mich um dich sehr sehr wichtige Sachen die hier uns mitgeteilt wurden zu diesem Zeitpunkt sind aber noch andere Sachen passiert unter anderem wo die ganzen Aufzeichnungen von Kokoror Mori über die Polizei abgezapft denn wir wissen ja war mal in der Polizei es gibt ja Ordner es gibt Akten und die sagten rund um Kokoror Mori wurden entwendet da kann man fragen wer hat die entwendet und natürlich warum in welchem Zusammenhang zu welchem Zweck komisch Organisationsmitglieder tauschen auf Informationen über den schlaf in Kokoror der Fälle im Schlaf löst werden auf einmal entwendet das war aber noch nicht alles weg von dieser Organisationssache hin zu einem mysteriösen Treffen in einer Villa Abenddämmerung Villa der Abenddämmerung dort wurden viele Detektive eingeladen unter anderem war dann auch Kaito Kitta der etwas klauen wollte ja beziehungsweise unter dem Vorwand unter anderem wurden uns hier noch weitere Protagonisten vorgestellt wie Saguru Hakuba war hier sein Debüt ist eigentlich aus dem Magic Kaito Universum ja also ist ein Konkurrent von Kaito Kid der ebenfalls am Start war ist ja auch ein Detektiv und letzten Endes war es ein wunderbarer Fall in der Villa mit einer Geschichte über einen Renya Karasuma der quasi Besitzer Eigentümer dieser Villa war und im Endeffekt ist dieser Villa wirklich aus purem Gold gewesen überall haben wir Raben Initialien gesehen und so weiter und so fort Renya Karasuma mit so einer Versteigerung er ist wild geworden richtig extrem reich hat dann quasi alle umgebracht weil keiner den er angeheuert hat diesen Schatz finden konnte letzten Endes war die Villa der Schatz an sich selbst und dieser Renya Karasuma sollte für uns noch wirklich wichtig werden Renya Karasuma merkt euch diesen Namen das war nicht einfach nur ein reicher Boy nein sondern wie es sich später herausstellt kommt Zeit kommt Rat Leute ganz ruhig wird sich herausstellen wer dieser Renya Karasuma wirklich ist komisch dass so viele Protagonisten hier eingepflegt wer denn unter anderem haben nämlich Conan und die Detective Boys eine weitere Person kennengelernt nämlich James Black James Black war aber kein zufälliger Passant Urlauber nein denn er ist beim FBI und er ist dort extra hingereist in Japan nach Japan um seine ich sag mal Kameraden zu unterstützen denn Shuichi Aker den wir auch schon mal kennengelernt haben ist nämlich ebenfalls ein FBI Mitglied das Schöne bei der ganzen Sache ist dass es einen Fall gab woran zufälligerweise diesen Shuichi Aker sieht und irgendwie dann denkt Moment mal den habe ich doch schon mal gesehen aber irgendwie kann ich ihn nicht zuordnen wo habe ich diesen Shuichi diesen Mann mit schwarzen Haaren schon mal gesehen ich kann mich nicht daran erinnern kurz Zeit später wurden diese entwendeten Details Informationen Akten über Kogoromori wieder zurückgegeben der Polizei und Shuichi hat das Ganze im Auge er wusste davon er verfolgt die Datenströme er beobachtet ihn wir sehen also okay schwarze Organisation FBI irgendwie gibt es eine Korrelation irgendwie gibt es dann einen Zusammenhang und ja Jodie Starling Jodie Sentiment in die Englisch-Serie dann ist irgendwie komisch Conan hat ein schlechtes Gefühl aber er konnte nicht mal mit der Hilfe von Heiji etwas über sie herausfinden also das heißt irgendwie ist es im Sande verlaufen vielleicht ist sie ebenfalls ein Mitglied der schwarzen Organisation oder aber auch nicht währenddessen konnte sich Ran nachdem sie wirklich nochmal überlegt hat herausfinden wo diesen Shuichi Aker schon mal gesehen hat denn damals war sie mit ihrem Freund in Anführungszeichen nämlich Shinichi in New York ihre Mutter nicht ihre Mutter sondern Shinichis Mutter nämlich Yukiko ist ja eine Schauspielerin und sie waren dort um zum Beispiel auch eine Freundin zu treffen nämlich wer hätte es anders sein können Chris Vinyard und wir wissen Chris Vinyard Wermut irgendwie sind das ein und dieselbe Person ist es vielleicht auch nicht hat sie sich nur verkleidet auf jeden Fall gibt es einen Zusammenhang zwischen diesen Personen und ja dort wurden unter anderem auch Ran und Shinichi fast Opfer eines Raubüberfalls sehr sehr schöne Sache sie wurden hier von einem Mann mit Pistole bedroht waren auf so einer Geländerbrüstung die saß dann aber runtergefallen und obwohl er gerade Ran und Shinichi bedroht hat hat Shinichi schützend die Hand ausgereicht und diesen Typen der sie beide gerade umbringen wollte hochgeholfen dann gab es einen Dialog ja und im Endeffekt hat sich herausgestellt dass dieser Typ kein Typ war nein sondern sich dabei um Wermut also ein Mitglied der schwarzen Organisation gehandelt hat das sich quasi einfach nur verkleidet hat ja und dieser Shuji Akai war damals auch anwesend der hatte nämlich Ausschau gehalten nach diesem Mörder beziehungsweise nach Wermut das heißt also auch damals in Amerika gab es schon ich sag mal eine Anspannung einen Auftrag von der Organisation und natürlich auch das Interesse des FBI also Shuji Akai Mitglied des FBI Chris Winleyard kann sich verkleiden Wermut ein und dieselbe Person Shuji Akai Organisationsmitglied und die Geburt von Cool Guy und Angel Cool Guy in dem Sinne ist natürlich Shinichi Akai Conan und Angel ist in diesem Sinne Ranmori jetzt wissen wir auch ok Dr. Areida war ja wie ich vorhin bereits erklärt habe im Bus Wermut die sich verkleidet hat und Wermut weiß ja inzwischen dass Conan in Wirklichkeit Shinichi ist aber aus irgendeinem Grund hat sie die Organisation noch nichts gesagt und möchte deshalb etwas zurückgeben hat sich quasi deshalb schützen vor Conan gestellt ja Auge um Auge Zahn um Zahn vielleicht ist sie ja doch nicht so böse wie wir es irgendwie gedacht haben währenddessen ging es weiter ich habe euch ja im zweiten Akk auch schon etwas über Kishiro Numabuchi erklärt ein Organisationsmitglied ja da sollten eigentlich Experimente dran verübt werden er ist dann letzten Endes aus Angst aus der Organisation geflüchtet und dort gab es den ein oder anderen ja Fall mit den Detective Boys ja Mitsuhiko hatte da auch ich sag mal ein paar wunderbare Gedanken beziehungsweise Erlebnisse mit diesem Kishiro Numabuchi gehabt was ich damit sagen will er ist auf jeden Fall wieder da er ist noch nicht von der Bildfläche verschwunden wenn wir gerade schon bei der Organisation sind gibt es natürlich auch eine weitere Entwicklung und zwar hat Conan Informationen bekommen über die Organisation und hat festgestellt es gibt einen Zusammenhang denn ein berühmter Software Entwickler nämlich Itakura besser gesagt Suguru Itakura ist ja eine Person die ich euch ja damals vorgestellt habe gerade im Zusammenhang mit Tequila ja der war ja damals auch schon vertreten auch alles im halber arg passiert wurde auf einmal umgebracht und es gibt eine Korrelation einen Zusammenhang mit der Organisation was sollte denn ein Entwickler irgendwie zu schaffen haben geht es vielleicht um einen Virus ziemlich nice währenddessen hat Shuichi irgendwie das Gesicht von Shio in Ai wieder erkannt ja wir wissen Shinichi wurde ja auch verjüngt ja ist geschrumpft und Shinichi sieht ja eigentlich auch aus wie Conan er sieht halt genauso aus wie er damals ausgesehen hat mit 6 7 Jahren und bei Shio ist das Ganze genauso und auf einmal hat Shuichi starkes Interesse gehabt ja in Shio Miano in Alhaibera was ist dieses Interesse beziehungsweise mit was ist dieses Interesse begründet das sollten wir später auf jeden Fall auch noch erfahren ja das Problem ist auch dass es auch nicht nur von Conan Zeit ich sag mal Wanzen gab Abhörungsgespräche und so weiter und so fort nein Wermut hat auf jeden Fall auch einige Informationen und Gespräche im Haus von Agassah abgehört Wermut Organisationsmitglied warum ist das Interesse über Conan so stark Agassah wir wissen Wermut scheint irgendwie mehr zu wissen als alle anderen Organisationsmitglieder dieser Arc neigt sich aber langsam aber sicher dem Ende ich weiß es sind sehr sehr viele Informationen und um wirklich alles zu verstehen wirklich müsst ihr euch die Arcs nach und nach angucken und wenn ihr euch die Arcs von Arc 1 alle miteinander verknüpft die Personen die in dem einen Arc auftauchen tauchen meistens auch wieder in dem anderen auf schließt sich damit dass Ai Heibera und Conan ich sag mal mysteriöse Kassetten gefunden haben die zurückgelassen wurden von ihrer Schwester und diese Schwester ist hier keine Unbekannte wir wissen Akimi Miano ist gestorben war ein Organisationsmitglied und Akimi ist die Schwester von Shio aka Ai Heibera und auf dieser Kassette wurden emotionale Nachrichten hinterlassen ist natürlich immer schön gerade wenn die eigene Schwester tot ist dass du die Stimme nochmal hörst mit wertvollen Informationen Wermut hat dann eine wunderbare Halloween Party organisiert Spaß nein sie hat aber Shinichi eingeladen das Ganze war auf einem Schiff Pier und hier geht es nochmal richtig ab hier geht es ab Halloween Party es ging dort um ein Mix Getränk es war wieder ein Fall Silver Bullet ein Wehrwolf ein verkleideter Wehrwolf wurde dabei umgebracht es war so ein vergifteter Cocktail und auf einmal kam Shinichi auf diesem Schiff die denken uns dann hä was er war doch erst Shinichi durch das Gingriff von Ai wie konnte er wieder groß werden das war aber nicht Shinichi sondern es war Heiji der sich einfach nur als Shinichi verkleidet hat und diesen Fall aufgelöst hat währenddessen haben wir am Pier eine wunderbare Begegnung nämlich zwischen Jodie und Wermut Jodie ist nämlich gar keine Englischlehrerin Heiji und Conan haben ja verzweifelt probiert Informationen über sie herauszufinden nein sondern sie ist in Wirklichkeit eine FBI Agentin und sie wusste auch dass es sich hierbei Dr. Araide um Wermut handelt das heißt also die ganzen Dr. Araides die wir gesehen haben waren waren gar nicht er selbst sondern es hat sich hierbei immer um Wermut gehandelt und diese beiden verbindet eine Geschichte denn Wermut hat damals nämlich das Haus von Jodie niedergebrannt und ihren Vater umgebracht was letztendlich der Grund dafür war dass sie zum FBI gegangen ist und komisch ist dass Wermut genauso alt ist wie damals obwohl das vor 10 Jahren passiert ist das heißt also Wermut altert nicht und wir wissen okay vielleicht gibt es auch eine Korrelation zwischen dem Altern und dem Verjüngt während dem Schrumpfen von zum Beispiel Shinichi zu Conan oder Shio Miyano zu Eiheiber Ja es gab einen miesen Schusswechsel Wermut wurde angehittet Jodie wurde angehittet Conan war auch da ja er hat sich im Kofferraum mehr oder weniger verschanzt Eiheiber war da und im Endeffekt wollte Wermut Eiheiber töten ja es gab auch wunderbare Aussprachen gab es auch noch ein paar Dialoge Eiheiber wollte sich dann der Organisation übergeben hat gesagt komm Wermut ich überreiche mich dir selbst wenn du dann meine Freunde in Ruhe lässt ja dann war es fast so weit auf einmal Kanran aus dem Kofferraum rausgesprungen hat sich schützend auf Ei geworfen Wermut hat Warnschüsse abgegeben hat links rechts geschossen gesagt move angel move angel move bla 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 und das schöne ist hierbei dass angel wie ich ja bereits erwähnt habe eine Anspielung ist denn Wermut wollte Ran nicht töten weil Ran ihr damals das Leben gerettet hat cool geil und angel ihr merkt also die Elemente die damals passiert sind Sachen aus der Vergangenheit holen uns immer wieder ein und die zeigen auch einfach das Charakter auch Charaktere aus der schwarzen organisation tiefgreifend sind und auch irgendwie doch eine moral besitzen auf einmal kam auch schulich jake aus dem nicht pumpt einfach kalvaros nieder wer ist kalvaros denkt ihr euch jetzt ja kalvaros ist auch ein Mitglied der schwarzen organisation wurde sehr kaum bis selten gezeigt war auf jeden fall ein waffennah der auch mit wer zusammen am pier war der aber von schulich jake ausgeschaltet wurde ihm wurden gliedmaßen gebrochen er war also bewegungsunfähig und hat dann wer mut weg gepumpt hat auch ein paar epische sätze gesagt mit du bist zwar von außen immer noch schön aber von innen bist du verfault wie ein apfel ist natürlich eine anspielung auf damals fall in new york wermut ist natürlich nicht gestorben sie hatte eine kutte an beziehungsweise besser gesagt eine kugelsichere weste hat das ganze überlebt konnte dann auch fliehen also im endeffekt hat das fbi eingegriffen es ist kaum etwas großes passiert wermut hat alhabra nicht bekommen aber das ganze wurde noch etwas krasser als wir wussten denn im endeffekt hat sich wermut raus geschlichen und wer saß im auto konnen dann gab es einen wunderbaren zweikampf ja mit schlafgas es gab einen wunderbaren krassen dialog zwischen konnen und wehrmut und im endeffekt war es ein gipfeltreffen wehrmut hätte konnen töten können hat es aber nicht getan und konnen hat sachen angebracht im falle seines todes dass informationen direkt an agasser weitergeleitet werden hat dann über die telefonnummer heraus bekommen moment mal telefonnummer irgendetwas konnte man daraus ableiten die vorwahl aus der diese telefonnummer getötet wurde und ja es hatte etwas mit der telefonnummer des bosses zu tun er war also der organisation näher als er jemals gekommen war so nah war er ihr noch nie aber im endeffekt konnte wehrmut sich befreien hat konnen nicht getötet und es gab noch einen wunderbaren anruf eine nachricht von an kater in der er ihr gesagt hat wehrmut ich habe ihr zu viel freie hand gelassen kehre umgehend zu mir zurück das heißt also wir wissen wehrmut ist da organisationsmitglied aus gründen die ich euch genannt habe kann sie konnen will sie konnen nicht töten aber sie ist immer noch im dienst der organisation und anukata hat ihr eine nachricht gegeben anukata der boss der schwarzen organisation und zwar wissen wir ja gerade durch den hybara ark also durch ark 2 und dem wehrmut ark 3 das hybara organisation es gibt auf jeden Fall ein kreuzfeuer sachen sind passiert hybara wäre fast drauf gegangen also shio mihano und durch die ganze situation die sich entwickelt hat gerade auch mit jody man konnte die am anfang gar nicht zuordnen bis dann jetzt hier auch letztendlich raus kommt dass jody beichtet dass sie beim fbi ist damit ist das fbi trio innerhalb von japan perfekt james black und jody starling hey jio und konnen haben damals vergeblich probiert herauszufinden ob sie jetzt ein organisations mit ist bzw was sie denn mehr war als eine bloße reine englisch lehre das wurde hier auf jeden Fall enthüllt und nicht nur dass sie jetzt mit fbi sondern dass sie shio also a hibara auch ein angebot vorgeschlagen hat und zwar ein zeugenschutzprogramm das heißt also man gibt bei diesem zeugenschutzprogramm das ist halt auch oft in der realität so einer person die gefährdet ist meistens ich sag mal zum beispiel wenn man sich mit kriminellen eingelassen hat einer großfamilie oder halt einfach gefährlichen leuten dass man quasi eine andere identität kriegt ja das heißt die eigene identität wird aufgegeben wird verschleiert man kriegt quasi neuen passen anderen namen meistens wird man dann auch ausgesiedelt ja man zieht also in einen anderen bezirk manchmal sogar auch einfach in ein anderes land kriegt dort ich sag mal eine wohnung gestellt hausgestellt kriegt dort einen job vermittelt und so weiter und so fort dass man quasi nicht mehr existiert somit hat man also auch ich sag mal etwas mehr Sicherheit iHibara hat das ganze aber ganz wichtig abgelehnt mit ihrer gehen würde trotzdem noch angst hätte hat ja dass sie irgendwie erwischt wird durch schwarze organisation würde sie dann trotzdem finden ist auf jeden Fall mal schön dass sie überhaupt das angebot bekommen haben sehr sehr wichtig ist meiner Meinung nach auch fast das wichtigste hier im Cellphone Arc denn durch einen Fall gelingt es ganz besonders durch die Person Kiyosuke Haga erfährt nämlich Conan dass die E-Mail Adresse von Anokata an das Kinderlied zumindest die Melodie an das Kinderlied nahezu NoCo angelehnt ist und dadurch kommt er quasi durch dieses Tippen das erzeugt quasi Töne und dadurch kommt er auf eine Adresse er hat die Nummer Takagi weitergegeben damit er dann einfach wirklich wissen kann ok wem ist die Nummer zugeordnet und so weiter und so fort aber Hayver hat hier wirklich dazwischen gefunkt und das ganze verhindert und hat gesagt Moment mal wenn du das tust dann hast du die Büchse der Pandora geöffnet dann gibt es kein zurück mehr und hier merken wir auch wie viel Angst Hayver hat denn eigentlich will ja Conan von Anfang an die Organisation zerschlagen und er war so nah dran in die Organisation ich sag mal nicht zu Fall zu bringen aber er war relativ nah an der Organisation dran mit solch einem Hinweis den er davor noch nie hatte hat er sich das aber so ein bisschen von Hayver kaputt machen lassen das heißt also sie spielt die so ein bisschen gegen ihn natürlich aber auch aus Angst aus Selbstschutz ganz klar sie möchte ja auch natürlich nicht dass Conan etwas passiert also hier sehen wir halt auch ganz schön wie gefährlich das Ganze ist nun haben wir auch endlich die Auflösung in den ersten Axt ging es ja um Dr. Araide ja Axt 2 Axt 3 wurde ja eingeführt der Schularzt der aber nie wirklich der Schularzt war sondern wie wir auch im Wermut Axt festgestellt haben war es Wermut die sich immer als Araide verkleidet hat und wie die Leute die sich jetzt fragen oder gefragt haben was ist denn mit denen passiert wurde er von der Organisation umgebracht oder so nein er hat auch ein Zeugenschutzprogramm erhalten und war einfach weg nun kehrt der tatsächliche Dr. Araide wieder zurück das heißt jede Erscheinung die wir jetzt sehen sollten ist wieder der echte Dr. Araide und nicht die verkleidete Wermut womit hat alles angefangen natürlich mehr oder weniger mit ihrem ersten Auftritt wir kannten sie gar nicht als Kier nein sondern den ersten Kontakt hatten wir mit dem Decknamen Rena Mitsunashi und Rena Mitsunashi hat bei Nichiro TV gearbeitet mit Yoko Okino ziemlich nice da war Kokoro bestimmt sehr sehr gut gelaunt diese Stellung hat sie dann jedoch aber aufgegeben dazu müssen wir in die Episode 425 springen wir erinnern uns zurück dieser übelst krasse Special Fall ja Black Impact auf Deutsch der Moment in dem die Organisation in greifbarer Nähe ist dieser übelst kranke Fall die ganze Organisation war mit eingebunden wir haben quasi Nana Tsunoko Anspielungen auf Anokata wir haben die Organisation to the fullest interessanterweise gibt es hier noch einen extrem krassen Fall meiner Meinung nach einen der krassesten Fälle die wir überhaupt bis dato jemals gesehen haben ja etliche Anspielungen Querverweise auf andere Organisationsmitglieder viele Anschläge Attentate und so weiter und so fort Shuichi Arkay gegen Jin Kogoror sollte an sich fast viel beseitigt werden weil er ein Problem war für die Organisation und das Gipfeltreffen ich sag mal worum es hier eigentlich genau ging war dass die Organisation ihren Move gemacht hat und Konne mit Hilfe des FBI eine Gefangene nehmen wollte und zwar nicht irgendeiner aus der Organisation nein sondern Wermut das Ganze ist dann aber ich sag mal nicht so aufgegangen ja man dachte man hat Wermut umzingelt weil sie auf dem Motorrad gefahren ist aber hierbei hat es sich nicht um Wermut gehandelt nein sondern um Kier ja die hat man mehr oder weniger dann gefangen genommen um es mal so zu sagen die Organisation hat dann probiert sie zu befreien ja ist ja quasi ein Feind in den feindlichen Reihen dann wurde natürlich etliche Sachen ihr unterstellt zum Beispiel dass sie Nock ist und so weiter und so fort sehr sehr interessant und hier hat Conan natürlich dann auch herausgefunden dass es sich bei Rena Mitsunashi nicht nur um eine Mitarbeiterin von Nichiro TV handelt sondern um ein Mitglied der schwarzen Organisation dann hat man Kier noch so ein bisschen als Falle genutzt um die Organisation rauszulocken und wie das Ganze weitergegangen ist das wisst ihr brauche ich euch nicht erzählen das war auf jeden Fall der Einstieg in diesen wunderbaren Kier eine weitere wichtige Person im Kier neben Kier natürlich ist Eske Hondo Eske Hondo hat quasi seinen ihren besser gesagt am Anfang wusste man fand ich persönlich gar nicht was ist denn Eske ist sie eine Frau ist er ein Mann also er ist natürlich ein Mann das wissen wir mit so einem sehr Ladyboy haften Verhalten meiner Meinung nach ist auch egal auf jeden Fall ist er zu der Tatern Highschool gewechselt wo Ran und Sonoko und auch eigentlich Shinichi sind ja Shinichi hat ja leider ich sag mal eine Befreiung aufgrund des Apoptoxins bekommen und ja er hatte von Anfang an sehr sehr großes Interesse in Korgoror gehabt an Korgoror ja der große Meisterdetektiv der seine Päde im Schlaf löst aber hier sehen wir auch genau dass Eske gar nicht so doll an Korgoror interessiert ist sondern eher an Conan und irgendwie war es einer der ersten Personen von Anfang an die sich so auf Conan versteift haben und er hat auch eigenartige Sachen gesehen ja dass Conan immer geholfen hat und auch so sein Narkose chronometer benutzt wer das Ganze sich nochmal anschauen möchte hier gibt es quasi die ersten Hinweise die ganzen Sachen die ich kurz erklärt habe in der Episode 446 und in der Episode 447 das Ganze kann man sich natürlich auch in Manga Form nochmal durchlesen Band 51 530 bis 532 springen wir direkt weiter Eske ist natürlich ich sag mal gar nicht per Zufall einfach mal so an die Schule gewechselt und hat Interesse an Conan und Korgoror erkundet nein er schien von Anfang an ein großes Interesse an Rena zu haben ja also an Kier aber wir konnten noch gar keine genaue Zuordnung herausfinden außer dass Conan Eske so ein bisschen an Rena Mitsunaschi erinnert hat und da fragt man sich in welcher Verbindung stehen jetzt Eske und Rena also Kier zueinander und irgendwie hat sie von vornherein immer probiert Informationen über Rena zu kriegen und sie auch so ein bisschen zu manipulieren also irgendwie hatte man dann doch schon Angst ja in welchem Zusammenhang stehen die beiden gehört Eske vielleicht auch zur schwarzen Organisation Zudem der Fall in dem das Ganze diskutiert wurde auch sehr sehr wichtig ist hier sind wir nämlich bei den Episoden 462 und 463 dort ging es nämlich um ein und schlängelt sich so ein bisschen rum zwischen Organisationen Conan Korgoror dem FBI und Rena Mitsunaschi und jetzt fragen sich natürlich auch viele wie ist denn das damals überhaupt passiert ja wie ist es passiert dass man quasi nicht Dermut gefangen hat sondern Kier wie wurde das Ganze begünstigt dieser übelste Clash vom FBI und der schwarzen Organisation es hat nämlich alles angefangen mit einem Autounfall ja mit einem Unfall wodurch das FBI profitiert hat und dieser Unfall wurde begünstigt von keiner geringeren Person als Toji Fonemoto und Toji Fonemoto ist ein kleiner 8-jähriger Junge ihr habt richtig gehört wir springen dazu in die Episode 464 unglaublich krass Band 53 54 Kapitel 553 bis 555 ja und das Lustige ist hierbei dass halt herauskam er war daran schuld und er hat quasi seiner Mutter und einem Mann erzählt was da passiert ist und dieser Mann hat auch eine Homepage und hat das Ganze übers Internet veröffentlicht gerade in Bezug über Rena Mitsunashi sehr sehr interessant ja Rena Mitsunashi ist ja quasi eine Person des öffentlichen Lebens ist also interessant für viele Leute und das hat wiederum Fragen aufgeworfen und durch diesen Artikel ist halt Eske draufgekommen was passiert ist aber natürlich auch die schwarze Organisation die haben natürlich auch Internet also ist Wermut zu diesem Toji hingefahren und Ehrenfrau an der Stelle sie ist keine eiskalt erwarmungslose Kinderin nein sie hat doch noch irgendwo das Herz am rechten Fleck wir wissen ja dieser ewige Zwiespalt zwischen Gut und Böse bei Wermut aber geht es gar nicht um Wermut sondern um Eske und also haben wir quasi Informationen von Eske und von Wermut die wissen über hier Bescheid und dann ist aber zufälliger weise später die Mutter von Toji ermordet worden und er dachte sich okay komm das ist bestimmt Wermut weil ich ihr erzählt habe was von diesem Unfall passiert ist wie der passiert ist aber nein im Endeffekt kam heraus dass es der Vater war also der Mörder das heißt Wermut hat weder das Kind getötet noch den Vater noch die Mutter und so fort sehr sehr nice FBI wurde dann auch involviert und hat dann angefangen den kleinen Jungen zu beschützen so eine Art Zeugenschutzprogramm das heißt also dieser kleine Junge der 8 jährige der alles eingeleitet hat hat im Endeffekt dafür gesorgt dass dieser Artikel über diesen einen Mann ins Internet gekommen ist und was im Internet ist ist natürlich für ihn abrufbar definitiv wurde das FBI und die Schwarz Organisation ebenfalls informiert und wenn wir uns diese Arcs in der ich genauer anschauen sehen wir natürlich dass es immer viele Zusammenhänge gibt die auf dem ersten Moment vielleicht gar keine sind so auch wie in diesem denn eine weitere wichtige Person taucht im Zusammenhang auf in der Episode 479 drei Tage mit Heiji Hattori nein nicht Heiji ist hier gemeint auch nicht Kasua oder so nein nein sondern Hakuba Hakuba ist quasi eigentlich Protagonist aus Magic Kaito also aus Kaito Kid aus dem eigenständigen Manga Magic Kaito aus der Anime Episoden und so weiter und so fort der hier aber auch einen Auftritt hat und es geht hier nämlich eigentlich um einen ganz normalen Fall um eine verschwundene Frauenleiche und das Schöne ist wir haben hier Bild Material und auf diesem Bild Material ist nämlich eine junge Frau zu sehen Nämlich Kier damals als Junge Frau sehen wir einfach wie sie einkaufen gegangen ist wir sehen in ihrer Einkaufstüte ein bisschen Brot ich glaube noch ein bisschen Milch oder Butter was natürlich auch mal sehr sehr interessant ist weil darüber hinaus konnten wir viel über Kier erfahren zum Beispiel dass Conan und Eske dann darüber gerät sie Moment mal wenn das Foto vor längerer Zeit entstanden ist weil sie dann auch jung und knackig war was sie natürlich immer noch ist muss es ja heißen dass sie die meiste Zeit ihrer Jugend in Osaka verbracht hat langsam aber sicher kommen wir zu dem Ereignis im Kier Arc welches Licht ins Dunkle bringt welches uns die Zusammenhänge erkennen lässt denn die Frage ist doch warum hat Eske so ein großes Interesse an Rena Mitsunashi einer Mitarbeiterin von Nijiro TV und warum hat er Mitglied an Kier ein und dieselbe Person ein Organisationsmediet ist er selber in der schwarzen Organisation ich kann euch diese Frage sehr sehr leicht beantworten dazu springen wir in einen Fall der am Anfang wirklich sehr klein zu sein scheint 484 485 Zweiteiler der Aufenthaltsort der schwarzen Fotografie eigentlich wie gesagt ein irrelevanter Fall Agatha wird überfallen es geht um ein Fotoalbum um ein Modell unsere zwei Nebenprotagonisten sind Sohei und Tago im Endeffekt wurde Tago entdeckt hat sich dann entschuldigt Moment mal eigentlich wollte ich nur ein Foto klauen er hat das ganze Fotoalbum genommen er wollte das ganze nämlich auf seinem Blog veröffentlichen gab es also ein paar Sachen Conan hat es dann angenommen hat aber eine Gegenleistung verlangt im Endeffekt wollte man nämlich gucken woher kommt dieses Foto und Sohei und Tago haben dann geholfen und haben etwas sehr interessantes erkannt und zwar haben sie einen Mann erkannt der kennen war und im Endeffekt hat er dieser Mann für die Firma gearbeitet nämlich The Company englischer Spitzname für das CIA also die Geheimorganisation CIA wie FBI und so weiter und so fort und er war nämlich auch damals drin als Taucher und er hat auch erzählt okay Moment mal eigentlich tragen die Mitglieder immer Anzüge in Schwarz da haben Agassar Conan natürlich nicht an das Beste gedacht denn am Anfang dachten wir natürlich Moment mal schwarze Organisation sehr sehr nice und warum weshalb wieso ist das interessant dieser Mann auf dem Foto war nämlich Ethan Hondo und die kennen ja auch Eske Hondo Moment mal Nachname gleich ja nämlich ist Ethan Hondo der Vater von Eske Hondo und es kommt sogar heraus dass Hideme Hondo der richtige Name ist von Rina Mitsunashi Aka Akir sie ebenfalls verwandt ist mit Ethan Hondo nämlich die Tochter und die Schwester von Eske ist unglaublich und zu guter Letzt obendrein noch ein Nock ist in der schwarzen Organisation vom CIA eingeschleust weil ich nehme es vorweg der Vater nämlich Ethan Hondo sich mehr oder weniger geopfert hat weil die schwarze Organisation in Bedrängnis gebracht hat und Kier definitiv ich sag mal der Organisation die Schuld gibt das war auch die Schuld der Organisation um quasi ihren eigenen Vater zu rächen sehr sehr nice quasi das gleiche Motiv wie bei Trichy Archive warum er zum FBI gegangen ist natürlich um seinen Vater zu finden der noch nicht tot ist zumindest nicht offiziell Nachdem wir also wissen dass Kier eigentlich auf der guten Seite ist ja und wir alle Zusammenhänge die für uns wichtig waren erkannt haben kommt jetzt wahrscheinlich einer der wichtigsten Ereignisse überhaupt ganz Detektiv Conan nämlich die Situation am Raya Berg Pass ja die Organisation hat es quasi geschafft Kier zu befreien ja man musste natürlich Fragen stellen wurde sie korrumpiert hat sie Informationen weitergegeben um quasi die Loyalität gegenüber der Organisation zu beweisen musste sie ihm antöten und zwar das Silver wurde nämlich Shuichi Archai also haben sie sich am Raya Berg getroffen Kier hat besser gesagt wartet Leute einen Körper ins Auto gelegt und dann das Auto explodieren lassen und zufälligerweise waren die Fingerabdrücke an Connins Handy genau übereinstimmend mit der Leiche die am Tatort gefunden wurde Moment mal meine lieben Leute das klingt ja fast schon zu einfach um wahr zu sein aber ihr wisst ja wie das Ganze ausgegangen ist da möchte ich diesmal gar nicht so weit vor weggreifen Wer das ganz übrigens nach schauen nach lesen will übelst krankes Special Episode 504 auf Deutsch Zusammenstoß von Rot und Schwarz in Teens getötet Band 58 59 Kapitel 605 bis 609 Last but not least nachdem also Kier es geschafft hat der Organisation ihre Treue zu zeigen ist jetzt ich sag mal aus der Schusslinie kann also weiter gegen die Organisation intern ermitteln und unser guter Eske verlässt uns nämlich er sagt nämlich Conan dass er bald nach Amerika gehen wird um sich der CIA anzuschließen also die Organisation in der schon sein Vater war in der seine Schwester immer noch ist ja und dann gab es ein wunderbares Gespräch zwischen Conan und Eske nämlich die Beichte Eske wurde jetzt damit auch ein offizieller Geheimnisträger Conan hat schon irgendwie mehr über Conan als man am Anfang dachte und ja hat ihn so ein bisschen beobachtet für ihn war es klar und nachdem Conan das halt zugegeben hat ist es auch für uns offiziell gewesen ja wer das Ganze nochmal nachschauen möchte Episode 507 sehr sehr nice unglaublich krass Band 59 bis 60 Kapitel 619 bis 621 Der Börben und Akayak startet mit der Episode 509 im Manga ist das Kapitel 622 und das erste großartige Highlight was uns hier vorgestellt wird ist natürlich die Einleitung eines Protagonisten das erstmalige Auftreten von Subaru Okia Subaru Okia ist eine Person die relativ aus dem Nichts erschienen ist man wusste gar nicht die wirklichen Zusammenhänge wer ist diese Person warum ist er da aber irgendwie wusste man dass Conan dieser Person etwas Vertrauen gegenüber schenkt und man weiß aber nicht warum es ist so für den Zuschauer als ob Conan diese Person irgendwie kennen könnte das Problem ist aber dass es hier eine großartige Komplikation gibt denn auch in dem Subaru vorgestellt wird ebenfalls Episode 509 ist I Heibera auch anwesend und wir kennen I Heibera sie hat eine besondere Fähigkeit nämlich die Wahrnehmung der Aura der schwarzen Organisation das heißt immer wenn ein ehemaliges oder aktives Mitglied der schwarzen Organisation auftaucht in der Nähe von I Heibera kann sie diese Person wahrnehmen ja das heißt wir wissen okay I Heibera hat diese Erscheinung das heißt irgendwo im Umfeld muss eine ehemalige oder aktive Person da sein wobei sie natürlich nicht direkt so eine Art Kompass hat und mit dem Finger drauf zeigt und sagt diese Person war mal da oder nicht aber man kann hier schon irgendwie merken Moment mal natürlich kann man aber sagen dass es ein sehr sehr großer Zufall ist eine unbekannte Person taucht auf I Heibera spürt die Aura der schwarzen Organisation ein Haus brennt ab ein Fall passiert und diese Person nämlich Suburo Kia ist auf einmal obdachlos und Conan bietet ihn an einfach bei sich zu Hause zu wohnen also im Hause seiner Eltern am Hause der Kudors und das ist natürlich schon ein krasser Vertrauensbeweis und ich würde sagen das war auch wunderbare Einleitung zum Börben und Akayak nach der häuslichen Unterbringung von Suburo Kia und dem Bewerbungsgespräch bei Ranmori geht es jetzt hier wirklich heiß her wir wissen ein sehr sehr trauriges Ereignis liegt nicht lange zurück nämlich ist Schötschi Akay der FBI Agent ums Leben gekommen ja es hat die Runde gemacht Jin hat Kia beauftragt ihn zu töten und sie hat es getan Explosion Leiche wurde gefunden und Jodie hat natürlich ziemlich stark damit zu kämpfen aber in dem Moment in dem sie es eigentlich schon vergessen wollte und akzeptieren musste sieht sie eine Person die Schötschi Akay ziemlich ähnlich aussieht und ja Schötschi Akay hat nämlich eine Narbe um genau zu sein eine Brandnarbe und da hat sie gezweifelt Moment mal Akay ist hier Schuh ist hier haben wir vielleicht uns alle getäuscht warum ist der hier mit einer Brandnarbe das passt doch irgendwie zu dem Autounfall ja zu der Verletzung zu der Explosion zu der Schusswunde und obwohl Schötschi Akay in der Narbenvariante aufgetaucht ist gab es hier noch einen wunderbaren Fall nämlich Bankräuber und das komische ist dass dieser Schötschi Akay den wir so gesehen haben mit dieser Brandnarbe sich irgendwie komisch verhalten hat er hat sich anders verhalten und er hat Conan sogar das Leben gerettet jetzt können wir natürlich rätseln warum ist Akay aufgetaucht ist er noch am Leben wie gelang es ihm alles irgendwie zu vertuschen ist er es wirklich ist es vielleicht irgendeine Verkleidung das und vieles mehr haben wir uns in diesem Moment natürlich gefragt das Ganze wurde von einem sehr sehr coolen Fall am Einkaufszentrum begleitet jemand wollte sich in die Luft sprengen es wurde über den Narben Akay geredet und derweil etwas sehr sehr wichtiges ist nämlich passiert die Schwarzorganisation hat sich nämlich vorbereitet den Narben Akay zu eliminieren weil sie denken dass er der echte Schuichi Akay ist da fragt man sich natürlich wer ist der Narben Akay jetzt aber dann ist etwas passiert und zwar hat sich Jin zurückgezogen weil Wermut Jin darüber informiert hat dass sie einen Plan hat der vom Boss bestätigt wurde also irgendwie dachten sie am Anfang dass es der wahre Akay ist aber nun ziehen sie sich zurück weil Informationen im Hintergrund gestreut wurden die dies vielleicht nicht belegen können dass es sich hierbei um den wahren Akay handelt also die Spannung ist da man fragt sich immer mehr wer ist denn jetzt nun dieser Narben Akay man hat ja vielleicht den Gedanken ist das jetzt ein Bösewicht ist das jemand von der Schwarzorganisation ist es hier vielleicht sogar der echte also das wird immer interessanter es wird eine weitere Person vorgestellt die sehr sehr wichtig ist nämlich ein smarter Gentleman so würde ich ihn bezeichnen in der Episode 667 also knapp 150 Folgen nach Anfang des Arks lernen wir nämlich Toro Amuro kennen bei einem Vorabend der Hochzeit ein extrem geiler Fall ein alter Kollege hat Kogoro angefangen der heiratet und er war da und dieser Amuro stellt sich dann als Privatdetektiv vor der eine Aufgabe hatte und der ziemlich ich sag mal stilvoll auftritt und detektivmäßig sehr sehr stark und schlussfolgungsmäßig auf einer Augenhöhe mit Conan ich sag mal konkurrieren kann also der ist auf jeden Fall nicht zu vergessen hat auf jeden Fall hier Manga und im Anime sehr sehr viel Screentime bekommen Leute checkt den unbedingt ab und natürlich kann man hier auch wieder ein bisschen liebäugeln okay wieder eine neue Person ist aufgetaucht er ist schon sehr sehr stilvoll wer ist diese Person ist es ein wahrer Name ist es nicht sein wahrer Name oh 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 mal gucken was denn noch kommt zumal wir hier auch direkt schon die Informationen kriegen dass er wieder in der Story auftreten wird als relativ wichtiger Teil sage ich jetzt mal weil er quasi hier auch dann zugehabt er ist eigentlich kein richtiger Detektiv nein sondern er arbeitet eher so Teilzeit mäßig im Café Poirot und des weiteren wird er Corcoran Maurice Schüler ja der natürlich auch schon einiges über den schlafenden meisten Detektiv gehört hat das heißt eine Person taucht auf aus dem Nichts macht detektivische Schlussfolgerungen arbeitet Teilzeit mäßig im Café Poirot und zeigt starkes Interesse an Corcoran Maurice einfach so aus dem Nichts sehr sehr verdächtig Leute und da stellt uns natürlich wieder die Frage für uns alle wie es immer ein Detektiv Conan ist wenn andere Personen auftauchen ist die jetzt gut oder ist die böse was sind denn jetzt nun die Absichten dieser Person bin ich auf jeden Fall mal gespannt nach der Vorstellung von Amuro der jetzt quasi ein Schüler von Corcoran ist kriegen wir jetzt endlich einen Fall und Aufschluss darüber was er in Wirklichkeit ist was er vorhat und so weiter und so fort zumal es ein sehr sehr wichtiger Fall ist in dem viele neue Charaktere die in diesem Arc wir haben hier Amuro und wir haben hier Masumi und wir haben die schwarze Organisation was ist im Kern passiert ganz einfach Conan wird gekidnappt ja Conan wird gekidnappt entführt und Amuro hilft hilft quasi Ran und Corcoran Conan wieder zu kriegen Masumi ist hier auch involviert guckt sich das Ganze so ein bisschen distanziert an Haibara und Agatha haben es dann letztendlich geschafft Conan zu lokalisieren ja und das Schöne ist er war nämlich in dem Auto von Okia von Subaru Okia ja und das Schöne ist natürlich auch warum weshalb wieso wir wissen natürlich dass Okia sehr sehr nett ist er scheint sehr sehr hilfsbereit zu sein er hilft den Leuten und wir erkennen auch dass Amuro Masumi die sich ja die ganze Zeit so ein bisschen verdeckt gehalten hat erwischt ja sie nimmt sie war auch so ein bisschen das ist sehr sehr komisch die können sich irgendwie alle nicht so riechen alle sind sich gegenseitig so ein bisschen suspekt und zu guter letzt zu guter letzt kriegen wir nämlich einen anruf von wer 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 wird führt ein telefonat und die frage ist natürlich mit wem wer wird ein telefonat führt nämlich mit bourbon bourbon hat ein telefonat mit wer ihr wisst es ist der bourbon arkei und nach 675 episoden der arg hat mit 509 angefangen das heißt nach über 100 knapp 160 episoden kriegen wir das erste mal etwas über bourbon zu hören was natürlich schon mal eine ziemliche ansage ist das heißt bourbon ist hier also ein Mitglied der schwarzen organisation so leute das ist erstmal in diesem fall schon mal extrem krass zumal auch ein halber hier wieder die aura der schwarzen organisation gespürt hat in bezug auf okia und in diesen sogar angesprochen hat ja es gab also sehr sehr nice Austausch möglichkeiten und obwohl okia hier so ein bisschen gerade ich sag mal bedeckt und geheimnisvoll dargestellt wurde und halber direkt natürlich auch denkt dass er zur organisation gehören könnte ist okia trotzdem sehr sehr ruhig und besonnen und wenn man sich das ganze anguckt auch wenn es so probiert wird finde ich hat er jetzt nicht diesen Einfluss dass er ein bösartiger Killer ist und zur schwarzen Organisation aktiv Fall wo sich da alle mehr oder weniger gegenüber standen ja sich mehr oder weniger wahrgenommen in der hand geht es jetzt direkt nahtlos weiter denn Masumi spricht gerade mit Ran und Sonoko sie sprechen so ein bisschen über Ai und über Amuro dass sie komisch sind auf einmal Masumi los weil sie denkt dass sie beobachtet wurde von einer Person die sie kennt ja wo sie dachte sie kennt sie leider hat Masumi die Person nicht gefasst aber wir sehen dass sie fast der Person auf die Schliche gekommen wäre und die Person die Masumi beobachtet hat ist nämlich der Narben Arkay gewesen die Frage ist natürlich wer war dieser Narben Arkay warum hat er quasi Masumi Ran Sonoko gestalkt verfolgt das ist hier auch wieder sehr schön was auf den Tisch kommt und man hat immer mehr die Vermutung dass sie nicht Ran oder Sonoko ausspioniert hat nein sondern dass ja irgendwie Masumi beobachtet hat die Frage ist wieder wie immer warum und jetzt meine lieben leute muss ich sagen in diesem moment kommt meine lieblingsszene im ganzen Börben und Arkay Arkt zumindest im ersten Teil nämlich sind wir im Hause der Kudos und das ist das erste Mal dass Masumi Subaru KIA wörtlich trifft im wahrsten Sinne des Wortes sie trifft hin sie haben Blickkontakt sie unterhalten sich kurz und da merkt man direkt so eine Art Verbundenheit Masumi scheint Subaru zu kennen und sie macht Anspielungen Subaru probiert das Ganze zu zerstreuen nach dem Motto sie kann mich gar nicht kennen sehr sehr komisch das ist aber noch nicht alles denn in diesem Fall findet Subaru Okia heraus dass sie sich bei Conan Edo Gawa in Wirklichkeit in Wahrheit um Shinichi Kudor den Meisterdetektiv den Meister den Schülerdetektiv ja den meisterlichen Schülerdetektiv handelt und das ist natürlich ein ganz ganz starkes Brett aber auch nicht so direkt gesagt Conan ist nicht zu dem Hingang gesagt so Subaru übrigens ich bin Shinichi Kudor nein sondern er hat das mit seinem eigenen Wissen aufgrund einiger Aussagen von Conan herausgefunden und ich sag mal so er hat sich auch selbst verraten Conan ist ja ich sag mal nicht immer sehr sehr vorsichtig gerade wenn er auf Toilette geht und dann mit seinem Stimmentransposer seine Stimme nachäfft von Shinichi seine eigentliche Stimme und dann die eine oder andere Person anruft da kann es immer mal wieder sein dass eine Person lauscht und dich verfolgt und letztendlich die Wahrheit herausfindet über dich für uns ist es natürlich sehr interessant immer wenn jemand Geheimnisträger wird die Frage ist hier immer noch Conan schien Subaru sehr sehr zu vertrauen die Frage ist ist das begründet oder nicht Subaru Kier hat sich auch wenn er so ein bisschen ich Agnes für Conan dass er seine wahre Identität jetzt preisgegeben hat oder nicht auf jeden Fall weiß er es nicht Subaru weiß über Shinichi Bescheid aber Conan weiß nicht dass Subaru es herausgefunden hat das ist auch nochmal ein ganz ganz wesentliches wichtiges wichtiges Element was ich nochmal hervorheben möchte nach so viel spannenden Sachen ist man auf einmal wieder in so im Wald und man denkt sich so beobachten etwas sie müssen in einer Holzhütte flüchten die Holzhütte wird von den Gangstern abgebrannt ja alles ist blockiert sie kommen nicht draus die einzige Möglichkeit besteht hierfür all das Apoptoxin 4869 zu nehmen Spaß beiseite natürlich das Gegengift die hat es ja damals schon genommen um kurzzeitig wieder groß zu werden zu Shio zu werden ja um dann quasi mit der Axt die Detective Boys zu befreien Mitsuhiko befreit hat und währenddessen sehen wir wie Subaru Kia das Video gehackt hat und erkannt hat Moment mal diese Personen die kenne ich doch irgendwo her und jetzt kommt es aber nämlich nicht nur dass da eine ältere Frau die gerettet hat nein es ist nämlich etwas viel viel wichtigeres passiert was sehr sehr wichtig ist ja und zwar hat diese Frau nämlich Shio Miano also die groß geworden um quasi an Bord des Mystery Trains zu kommen sehr sehr nice meine lieben Leute das ist auf jeden Fall meine Ansage warum macht Okia sowas wenn er doch so gut ist nachdem wir herausgefunden haben dass es hier irgendwie um einen Mystery Train geht und um Zugangstickets in Form von Ringen hat sich nicht nur Subaru das Video angeguckt nein sondern auch noch Amuro der ich Passwort war jetzt nicht so schwer zu finden das lag er dabei um sich ebenfalls das Video angeguckt hat und er wusste natürlich direkt okay das ist Shiho Miyano aka Sherry die Verräterin der schwarzen Organisation diese Information hat er natürlich weitergeleitet und Wermut hat diese Information weitergeleitet nämlich dass Jin sich darum kümmern soll Jin weiß jetzt nun von Wermut was sie davor von Amuro Börben ist ja das Organisationsmitglied auch bekannt als der Spürend der Organisation für die Organisation arbeitet also in diesem Moment wirklich bösartig ist und Jin hat dann natürlich direkt die Information bekommen okay Sherry Verräterin ist da wir wissen wie Jin das hand hat und er wollte natürlich dann direkt den ganzen Zug weg sprengern mit C4 und das sollte auch schon so ein bisschen in die Richtung gehen Wermut und Amuro ja wir wissen ja erst der Börben war auch auf diesem Ausflug mit dabei im Zug und Leute Ska Akay Wermut hat sich also als Ska Akay verkleidet jetzt natürlich die Frage okay wenn sie sich als dieser Narben Akay verkleidet hat war sie es auch in der Vergangenheit das ist ja quasi jetzt der erste Gedanke den wir Zuschauer kriegen war Ska Akay und ich sag mal der Gedanke sehr sehr naheliegend dass es sich hierbei um Wermut gehandelt hat beziehungsweise um ein Mitglied der schwarzen Organisation und dass Shuichi Akay nach wie vor tot ist das ist ja quasi das was alle denken das was der Zuschauer denkt und Amuro hatte dann einfach die Aufgabe dann Shiho lebendig ich sag mal zu kidnappen eigentlich war das ja so ein bisschen gegen den Plan von Jin weil er wollte sie ja direkt töten das war erstmal eigentlich der Plan aber Kaito Kit kam dann zufälligerweise war auch da hat sich positioniert hat natürlich aufgrund von Connans Anruf von Connans gefallen ich sag mal gefallen dran gefunden ihn zu helfen und wir sollten auch noch schnell herausfinden dass Kaito Kits Erscheinen an diesem Mystery Train an diesem Mystery Bell Express sehr sehr wichtig ist und großer bedeutender Teil im Zuge eines Konter Plans in Bezug auf den Plan der schwarzen Organisation ist das heißt ja also Conan hat schon auf der einen oder anderen Stelle vorgesorgt es ist ja also wieder ein Gipfeltreffen der schwarzen Organisation und Conan und quasi natürlich den Kampf ums Leben ja den Kampf um den Tod ja wird Shiho Aka Ahybra diesen Train lebendig verlassen können oder nicht das ist hier die Frage das Schöne ist dass die erste Hälfte dieses Burban und Arkay AX auch abgeschlossen wird ja bei diesem Mystery Train an diesem Mystery Train und natürlich auch auf diesem Mystery Train es ist ja quasi Plan der Organisation Shio zu töten Amu hat seine eigenen Pläne und wir haben einen Konter Plan von Conan was ist jetzt nun genau passiert erst mal wird bekannt dass Elena Mirno also Bullet nennt wir wissen Silver Bullet okay Droge Traumdroge Apoptoxin es gibt verschiedene Namen das ist erstmal ein krasses Statement ja dass sie quasi die Tochter ist und wir kennen ja auch die Vergangenheit warum eigentlich in Organisation war und warum für die Organisation so wichtig war des weiteren trifft hier Masumi den Narben AX wir wissen ja im Vorfeld Narben AX ist quasi die verkleidete Wermut wollte Fragen stellen wurde dann aber ausgenockt ja K.O. geschlagen Subaru hat Haibara ausgetrickst ja dass sie sich quasi verstecken soll in einem Waggon Abteil ja und jetzt kommt's Conan hat nämlich dafür gesorgt dass sich Kaito Kit als Shiro ausgibt ja dass sie sich als Shiro ausgibt jetzt kommt's Amuro hat sich dann der Shiro Miyano vorgestellt als Bourbon also Amuro hat hier zu Shiro gesagt Moment mal hier kennst du mich noch ich bin Amuro Bourbon der Spürhund der schwarzen Organisation aber er dachte ja dass Shiro wirklich Shiro ist aber im Wald ist Shiro hier Kaito Kit also Leute ihr wisst das ist eine so krasse Sache jeder will hier hin verarschen und jeder verarscht den falschen das ist doch geil das war aber noch längst nicht alles mit ihm Leute das war und zwar finden wir auch heraus weil sich ja hier Wermut als Namen ARKAY ausgegeben hat war ja natürlich die Frage wer war dieser Namen ARKAY davor und Amuro hat die gesagt ja er war der Namen ARKAY er hat sich als ARKAY verkleidet um quasi die Reaktion der Leute zum Beispiel Jodia FBI Mitglied zu testen denn hätten sie nicht so erschrocken ich das irgendwie ein Trick da ist aber als diese Personen so schlimm und tragisch darauf reagiert haben war für ihn klar okay er muss wirklich tot sein das heißt dass sie keinen Plan haben um den Tod von Schuji ARKAY zu verschleiern das heißt in der Vergangenheit war immer der Name ARKAY abgesehen von diesem Mystery Trend immer Bourbon der sich quasi verkleidet hat das heißt also auch Bourbon hat damals bei diesem Überfall ja bei diesem Bank Überfall einfach können das Leben gerettet also er ist nicht nur schlecht ich glaube nicht dass man einfach nur jemanden das Leben rettet einfach um seine Tarnung aufrecht zu erhalten des weiteren gibt es hier noch eine sehr krasse Szene und zwar von Yukiko und Wermut Yukiko herausgefunden dass dieser Name ARKAY in Würdigkeit Wermut ist sehr gute Freundinnen sind Wermut hat natürlich Yukiko nicht erschossen wollte sich dann quasi aber auch nicht stellen und so ist quasi nichts wirkliches passiert sehr sehr nice und wir wissen ja auch gerade in Bezug auf geschrumpfte Leute ja mit Ai Halbera und mit Conan ist das ganz einfach noch viel schöner und sie hat ja auch gesagt dass sie über beide Bescheid weiß also Wermut weiß darüber nur handelt das war aber immer noch nicht alles denn sie hat hier auch ihren echten Plan erläutert und zwar dass wir hier Töten wollen ja während eigentlich Börben wollte dass wir hier lebendig fangen das Problem ist aber das war nicht ihr Plan also ist es soweit passiert und zwar hat man nämlich den letzten Waggon in die Luft gesprengt in dem Shiho Miano war und quasi Amuro Amuro hat sich ja geoutet als Börben sie quasi in dem Waggon platziert abgetrennt ist dann quasi mit C4 hoch gegangen und alle Leute dachten dass Shio Miano tot ist aber wir wissen dass Shio Miano in Wirklichkeit Kaito Kid ist und Kaito Kid konnte dieser Explosion in diesem abgetrennten Waggon der dann explodiert ist quasi dem Tod entfliehen und einfach wegfliegen Easy Reich nämlich einfach Shio Miano Aka Alhabra die Verräterin zu töten sehr sehr nice aber natürlich hatte keiner damit gerechnet dass das ganze Plan von Conan war und zu guter Letzt sieht nämlich Amuro noch durch so einen kleinen Türschlitz eine mysteriöse Figur meine lieben Leute und diese mysteriöse Figur dieses Gesicht was wir sehen ist Shuichi Akai Leute Shuichi Akai ist da und er hat natürlich direkt wieder gezweifelt ok er ist vielleicht doch noch am Leben und Leute wenn wir jetzt darüber nachdenken wir hatten den Narben Akai wir wissen aber der Narben Akai war in diesem Moment Wermut Subaru Okia war nicht Subaru Okia sondern Amuro der sich als Subaru Okia verkleidet hat und sich dann als Bourbon ausgegeben hat ja das heißt Subaru kann es nicht gewesen sein genauso wenig wie es der Narben Akai gewesen sein kann der jetzt da ist das heißt also es besteht eine sehr große Wahrscheinlichkeit dass es entweder wieder ein Trick von Conan war oder dass der wahre Shuichi Akai an Bord des Mystery Bell Express war um quasi einfach Amuro zweifeln zu lassen meine lieben Leute also nach dem Mystery Bell Express haben wir der Waggon ist explodiert dabei wussten wir die ganze Zeit dass es nicht Cherry Akashio Miyano war nein sondern Kaito Kit nach diesen Ereignissen ist erstmal etwas Ruhe eingetroffen und Conan und natürlich auch Agatha und Ai haben das ganze Revue passieren lassen Ai war natürlich sehr bestürzt dass sie gar nichts davon wusste von dieser ganzen Täuschung der schwarzen Organisation aber halt durch diesen Plan von Conan konnte er mithilfe von Kaito Kit wirklich herausfinden und hat ihn eigentlich auch so schon geoutet dass es sich bei diesem Kellner um den Schüler von Korgoron Mori auch um ein Organisationsmitglied nämlich Bourbon handelt er hat ihn also weiterhin auf dem Schirm wird aber nicht aktiv gegen diesen Vorgehen das ist erstmal sehr sehr wichtig zu verstehen des weiteren gibt es hier noch ein sehr interessantes Telefonat von Amuro und Wermut Wermut hat nämlich Amuro gefragt warum er sich krank schreiben lassen hat um nicht mehr im Café Poirot zu arbeiten aber dennoch in der Detektei Mori vertreten ist und dann hat er daraufhin geantwortet ja das liegt daran dass ich besonderes Interesse am schlafenden Korgoror habe und dann haben wir auch diesen Augenwink dass hier Amuro Bourbon das erste Mal so wirklich extrem vermutet dass hinter dem schlafenden Korgoror jemand ansteckt nämlich Kornen Edogawa aber wie gesagt das sind hier alles nur deutliche Augenwinks es gibt noch keine hundertprozentige offizielle Bestätigung dass Amuro Aka Ray weiß dass es sich bei Kornen Edogawa um den schlafenden Korgoror handelt wer das Ganze ein bisschen genauer verstehen wird der soll sich die Episoden 705 und 706 nochmal angucken nun geht es aber weiter im Text mit dem Special 734 Jodys Erinnerung und die Falle der Blütenschau hier kommt nämlich Kornen ins Gespräch mit der FBI Agentin und hat hier unter anderem erzählt dass der Narben Aka den sie immer gesehen hat nicht der richtige Aka war sondern in Wirklichkeit Amuro Aka Burben wir enden uns zurück Jodie hat damals nach diesem nachdem sie erfahren hat dass Aka tot ist immer mal wieder ein Narben gesehen gesehen und hat entsetzt geschockt darauf reagiert in Wirklichkeit war das Amuro der einfach nur sich verkleidet hat um zu schauen wie Jodie darauf reagiert hätte nämlich Jodie nicht entsetzt und schrecklich darauf reagiert könnte Amuro annehmen sie weiß also dass Aka noch lebt hat sie aber nicht weil wie Aka gesagt hat man muss erst seine Freunde täuschen um seine Feinde zu täuschen und nach all diesen Informationen war sie so ein bisschen zwiegespalten auf der einen Seite war sie glücklich dass Conan so wertvolle Informationen über sie hatte dass sie weiß dass der Name Aka Amuro war aber auf der anderen Seite war sie extrem traurig weil sie dachte dass der echte Aka ist und sie glaubt jetzt immer noch dass der echte tot ist wenn du eine geliebte Person hast die stirbt möchtest du natürlich dass die richtige Person ist und nicht irgendein Fake der sich verkleidet hat und hier geht es noch weiter und zwar war für Conan ja klar okay wenn ich doch Amuro jetzt glauben lassen habe dass Sherry die Verräterin tot ist warum ist er immer noch in der schwarzen Organisation und genau das hat Conan dem FBI beauftragen lassen er hat quasi dem FBI die Aufgabe gestellt als kleiner Franz zu ermitteln warum Amuro immer noch nicht weg und während all diesen Sachen wegen der ganzen Informationsaufnahme und Vermittlung zwischen den beiden gab es ein Ehepaar welches dort war und dieses Ehepaar nennt sich Benzaki ja und die haben sich so ein bisschen mit Jodie angefreundet gesagt hä wir kennen sie doch wir waren damals bei den Geiseln bei der Geiseln in der Bank und im Endeffekt haben sie quasi dadurch Informationen entlockt sie war verwandzt dieses Ehepaar das heißt die haben sehr sehr viele Informationen mit gehört beziehungsweise bekommen während dann beide also Amuro und Wermut im Auto auf der Rückfahrt waren haben sie sich so ein bisschen unterhalten und ausgetauscht und Wermut hat dann gefragt ja du hast dir die ganze Zeit über die Wand mit gehört ist dann auch etwas wunderbares herausgekommen und Amuro hat hier noch mal so ein Wink gegen Ja irgendwie schon aber ich möchte das dir auch sagen wenn ich wirklich beweisen kann wenn ich weiß dass es wahr ist und dann hat er noch hinzugefügt dass er einen furchterregenden Gegner hat ja und dieser furchterregender Gegner bezieht sich auf Conan also Amuro weiß durch all das was er gehört gesehen hat dass Conan einfach wirklich ein Mastermind ist und wirklich ein ernst zu nehmender Gegner ist und das liebe ich immer ja dass Leute Conan quasi natürlich auch genauso einschätzen denn wir wissen ja Conan ist nicht nur Conan sondern ein Magier was finden Täuschung und detektivische Arbeit angeht richtig geiles Special unbedingt anschauen bis zu diesem Zeitpunkt wusste aber keiner dass sich Amuro und Wermut verkleidet haben dazu müssen wir den nächsten Fall step nämlich 738 739 Kokoro in der Bar normaler Mordfall und jetzt kommen wir zu einer wunderbaren Sache es gibt Gespräche Takagi nimmt die Ermittlungen auf und dieses Ehepaar sollte nochmal von ganz besonderer Bedeutung sein denn Conan ist dann durch die Straßen gerannt und hat sich an Takagi erinnert als Takagi Conan erzählt hat dass es mit einer Befragung mit Benzaki zu Unstimmigkeiten kam also mit dem Ehemann und wir wissen ja Amuro hat sich in der letzten Folge als Ehemann verkleidet und das ist extrem krass er hat nämlich erzählt dass er gar nicht verheiratet ist und keine schwangere Frau kenne das heißt also dass alles fake war und wenn wir das wissen kann es natürlich Conan auch ist er zählt eins und eins zusammen und nimmt auch an dass das Ehepaar welches er letztens bei dieser Show gesehen hat mit Jody gar nicht das Ehepaar war sondern in Wirklichkeit Börben und Wermut ja und dann kriegt er natürlich übelst Panik fängt an zu schwitzen und realisiert die ganze Informationen die wir preisgegeben haben die sind jetzt quasi in der Hand der schwarzen Organisation Leute und das ist mega geil und das ist ein Punkt hier möchte ich noch mal bevor denn das haben wir äußerst selten dass quasi die Bösen etwas wissen und die Guten nicht wissen sondern hier haben wir den Fall dass die Bösen etwas wissen und die Guten wissen also dass beide davon wissen dass sie sich gegenseitig verarscht haben oder verarschen wollten und das ist quasi noch mal der beste Reiz daran meistens passiert etwas was aber entweder nur die oder die böse Seite weiß unglaublich krass auch unbedingt anschauen Nachdem es gerade wirklich durchgetaktet sehr wichtig ist für die schwarze Kondition aber auch für Conan Edogaba dazu springen wir in Episode 756 übrigens ein verdammt krasser Fall die Tragödie der Roten Frau übertrieben nice ja übertrieben nice auf jeden Fall Yamato bester Auftritt auf jeden Fall lernen wir hier Mary kennen Masumi bezeichnet nämlich Mary als kleine Schwester außerhalb des Territoriums zu unserem Glück wird das Ganze dann auch ein bisschen besser erklärt nämlich in den Episoden 759 und 760 denn dort lernt Conan mehr oder weniger wirklich Mary kennen sieht ein kleines Mädchen vergleicht das dann mit dem Bild was er quasi bei Masumi gesehen hat und dann sehen wir eine wirklich extreme Ähnlichkeit zwischen Mary und Masumi und Conan kommt ins Rätsel Leute ja das ist doch unglaublich krass aber das nur kurz so am Rande der Story nachdem wir einen Ausflug zu Mary gemacht haben kehren wir umgehen zurück zu einem der wichtigsten und epischsten Specials in ganz Detektiv Conan Schalleroth 779 bis 783 einer der Fälle der so viel Inhalt bereitet dass es eigentlich unmöglich ist über alles ins kleinste Detail zu sprechen aber wir probieren es denn hier ist sehr sehr viel passiert ja also unglaublich wenn ich mich zurückerinnere als ich mir das erste Mal geguckt habe einfach nur krass erstmal fangen wir darüber an wie manche Zufälle anscheinend gar keine Zufälle sind wir fangen nämlich an mit Natsuko Shibuya Natsuko Shibuya ist eine sehr sehr gute Freundin von Jodie die als Lehrerin arbeitet die aber auch in die Machenschaften des FBI involviert war sie hat Jodie unter anderem ein bisschen japanisch beigebracht und hat ihr geholfen die Deckung der FBI Agenten aufrecht zu erhalten denn das muss ja so ein bisschen undercover machen und Amuro ist zufälligerweise auch involviert nämlich Natsuko ist eine Klientin von Amuro der ja auch ein Privat Detektiv ist und so ist eins zum anderen gekommen Bermut und Amuro haben sich ausgetauscht gesagt ja über Natsuko werde ich mein Rätsel worüber ich Theorien habe nämlich lösen was ist die Theorie er glaubt nämlich immer noch dass Chuchiakai seinen Tod nicht vorgetäuscht hat sondern dass der echte Chuchiakai irgendwo dort draußen ist ja wie es der zufall so will hatte Natsuko dann einen Unfall gehabt und dann war natürlich auch Amuro auf einmal involviert es wurde dann zu einem riesengroßen Fall ja man wollte natürlich gucken ja was ist genau passiert wer hat Natsuko die Treppe runter geschubst und so weiter und so fort und Amuro hat so ein bisschen gestichelt die ganze Zeit ja nur Conan und ich konnten dann anhand der Beweise herausfinden was da genau abgelaufen ist hat also so ein bisschen die detektivische Fähigkeit von den anderen kritisiert und warum überhaupt hat sich quasi Amuro in diese ganzen Ermittlungen reingeschlichen er wollte nämlich etwas über den Selbstmord erfahren wenn ich euch jetzt frage welchen Selbstmord dann müssen wir in Teil 2 zurückdenken den ich mit euch gemacht habe unter anderem geht es hier um Rikomichi Kasuda der ja quasi auch ein Mitglied der schwarzen Organisation war der ja Suizid begangen hat ja weil er von Shuji Akai fliehen musste und wenn man von Akai gejagt wird dann gibt es halt einfach nur noch eine Möglichkeit entweder man stellt sich oder man entflieht feige und Rikomichi ist nämlich einer der Hauptpunkte ja der eigentlich scheinbar unwichtig war in dem ganzen Story Plot ist ein Mitglied der Organisation hat so ein paar handlange Arbeiten gemacht aber sein Tod ist nämlich die Schlüsselfigur zu dem vorgetäuschten Tod von Shuichi Akai und das wusste auch Amuro und er musste aber Informationen darüber kriegen was überhaupt denn genau passiert ist und da gab es ziemlich lustige Sachen unter anderem gab es dann nochmal eine Aussprache von Conan und Bourbon Conan hat es dann auch Jodie gesteckt dass Bourbon rausfinden will was jetzt genau mit Rikomichi passiert ist und Bourbon die einfach miteinander sprechen und Conan fragt Bourbon einfach so bist du ein Freund oder Feind denn irgendwie hat natürlich Conan schon irgendwie Angst gehabt ja er weiß irgendwo Bourbon ist ein Mitglied der schwarzen Organisation das ahnt er zumindest und er ist aber gut er hat seinen Freunden geholfen er hat ihm geholfen das ist so ein bisschen wie Wermut ja irgendwie weiß Conan nicht wie er ihn einordnen Amuro ist ja quasi überall drin er ist ein Sicherheitspolizist der einfach ein Nock ist in der schwarzen Organisation der eigentlich übelst nett ist aber er muss natürlich trotzdem der Organisation dienen das ist einfach ein wunderbarer Plot und ja damit muss Conan erstmal leben mit dieser Antwort dann haben sich halt dann alle getroffen außer André Kamell der war quasi vom Gebäude und wurde dann ein bisschen von Bourbon ausgefragt über Rikumichis Tod und er hat da so ein bisschen was erzählt konnte aber noch nicht so viel erzählen wurde dann quasi von Jodie ins Gebäude erzählt gerade als er sich quasi daran erinnern konnte dass ja Rikumichi quasi einen Selbstmord gemacht hat und dann ist Jodie verschwunden und dann geht es wir dachten also alle ja irgendwie wurde jetzt André Kamell gerettet dass er noch nichts ausgeplaudert hat weil Jodie ihn davon abgebracht hat aber es kam dann halt einfach raus dass die Jodie gar nicht die richtige Jodie war sondern in Wirklichkeit Wermut ja und das ist natürlich sehr sehr krass weil dadurch hatte sie alle Informationen sie hatten die ganze Zeit alle Informationen und da hat eines zum anderen geführt und das ist eigentlich das Schlimme daran ja dass sie halt so viele Informationen bekommen haben so hat also auch Amuro erfahren dass quasi Rikumichi tot war über Wermut und das Schöne hierbei ist weil ich euch gesagt habe dass dieser Rikumichi eigentlich der Schlüssel ist um dieses Rätsel zu lösen die Theorie die damals Amuro aufgestellt hat ja als Wermut ihn gefragt hat im Auto im letzten Fall ja hast du etwas herausgefunden wo er gesagt hat ich muss meine Theorie erst prüfen genau das ist die Theorie er hat jetzt nämlich herausgefunden und glaubt dass Schüchjaka seinen Tod nur vorgetäuscht hat dann hat er eine Leiche gefunden und diese Leiche ist quasi nicht seine gewesen sondern man hat einfach den Körper ja weil Rikumichi ja tot war Selbstmord hat man also deren Körper benutzt um quasi den Tod vorzutäuschen ja das hat Amuro so vorgebracht und Wermut hat natürlich gefragt hä wie ging das denn denn das FBI hat ja auch bestätigt ja dass quasi die Fingerabdrücke übereinstimmten und dann hat Amuro halt gesagt ja dass man quasi einfach ähm das war ja immer noch seine Theorie die Leiche so benutzt hat war ja extra in der Hand in der Hosentasche halt quasi einfach um die Fingerabdrücke zu identifizieren ja dass es quasi einfach äh ein Fake war und das ist extrem nice und äh man muss natürlich immer beim Ansehen immer sagen okay irgendwie ist Amuro auf dem komplett richtigen Weg und das war irgendwie alles sehr sehr komisch und äh da muss man auch sagen dass sich dann Amuro auf dem Weg gemacht hat mit Leuten und hat dann an der Tür geklingelt und zwar bei Subaru Okia der ja anscheinend erkältet war hat den Mundschutz und der wollte dann mit ihm sprechen hat sich als Toro Amuro vorgestellt und Okia hatte gesagt okay wir können sprechen aber nur unter vier Augen und zur selben Zeit sind dann André Kamel und Jodie zum Araya Bergpass gefahren dort hat er alles angefangen weil sie irgendwie aufgrund von Connans merkwürdigen Verhalten eine Vermutung hatte und für alle Leute die sich jetzt fragen hä warum klingelt der einfach so bei Subaru Okia das macht doch jetzt gar keinen Sinn ratet mal warum Amuro nachdem er seine Theorie hat dass er tot nur vorgetäuscht war Rigomichi benutzt wurde um quasi die Leiche zu platzieren ratet mal warum er da klingelt genau weil er einfach annimmt dass Subaru Okia in Wirklichkeit einfach Shuichi Akai ist ja der aus dem Nichts aufgetaucht ist und da muss man einfach sagen Leute dass Amuros Schlussfolgerungen so extrem geil waren dass er einfach recht hatte aber egal wie gut du bist Leute egal wie gut man ist egal was man für ein Hai ist und in seinem Teich da rumschwimmt es gibt immer einen größeren Teich und in dem größeren Teich schwimmt immer ein größerer Hai und das sollte auch Amuro erfahren unglaublich krass wieso weshalb wieso das werde ich euch jetzt bis ins kleinste Detail Arzt ihr müsst euch das ganze dann so vorstellen obwohl es eine extrem angespannte Stimmung ist ja sitzen dann einfach Bourbon und Okia einfach da ja schauen die Preisverleihung und ähm reden so ja Er servieté und Bourbon und Okia mögen ja beide Rätsel so und dann hat Bourbon einfach angefangen ohne irgendwas zu sagen um den Tod nachzuerzählen ja hat er einfach gesagt wie er es glaubt und so weiter und so fort hat angefangen zu erzählen und gesagt hat ja irgendwie zweifle ich daran dass die Fingerabdrücke von Shuji Akai kommen warum deshalb wieso Shuji Akai ist Linkshänder aber die Abdrücke vom Handy stammen von der rechten Hand das passt irgendwie nicht zusammen ja da hat er gesagt okay aufgrund der Tatsache kommen für ihn nur drei Personen als mögliche Leichen in Frage ja die das quasi ebenfalls so in der Hand hielten das Handy was dann auch überraschend ist dass halt Okia dann mit ihm quasi zusammen rätselt und dann richtig errät ja die Fingerabdrücke kommen dann von Rikomichi der quasi auf der Flucht vor Shuji Akai Selbstmord begangen hat für Bourbon steht dann natürlich auch fest dass es irgendeinen Trick dabei gegeben haben muss also hat er behauptet dass Shuji Akai einfach davor seine Fingerkuppe abgeklebt hat bevor er das Handy berührt hat um quasi Spuren zu verhindern ja und jetzt beginnt die ganze Magie müsst ihr euch also vorstellen dass er Subaru Kia und Bourbon quasi bei Subaru sitzen also im Haus von Shinichi weil er ja da wohnt und zur gleichen Zeit waren ja Jodie und Kamel beim Reha Bergpass also zur gleichen Zeit an zwei verschiedenen Orten wird der exakte Tod von Shuji Akai der vermeintliche Tod nachgestellt und erklärt das heißt Jodie findet hier heraus dass der Tod nur Fake war genauso wie Bourbon der es ja eigentlich schon weiß auch herausfindet dass der Tod Fake war das heißt wir springen also immer zwischen diesen beiden verschiedenen Orten wir sind aber immer noch in derselben Zeit und dann hat es bei Jodie nämlich auch Klick gemacht am Reha Bergpass und gesagt ja okay der Wagen ist ja mit Leiche verbrannt aber die Leiche war nicht Shuichi sondern Riku Michi dem zuvor die passende Kleidung quasi angezogen wurde dann springen wir wieder zurück quasi in die Villa der Kudos wo ja Bourbon mit Okia spricht und Bourbon hat erzählt ja das konnte aber nur mit Hilfe von Kyr gewährleistet werden ja die aber nur einen kleineren Part eingenommen hat denn die wurde ja die ganze Zeit von Gin und Wodka beobachtet das heißt also da muss noch jemand die Fäden gezogen haben und er hat ja auch gesagt ja dass sich Shuichi den Plan nicht selbst ausgedacht hat sondern dass er Hilfe hatte von einer Person die quasi eh die ganze Zeit schon Respekt bekommen hat von Bourbon nämlich Conan Edogawa der quasi der wahre Mastermind hinter diesem Masterplan ist dann springen wir wieder zurück zum Reha Bergpass immer noch gleiche Zeit bloß bei verschiedenen Orten und wo sie dann quasi so nach und nach aufgeschützt haben und Jodie irgendwie klar war hm irgendwie weiß ich doch dass Shuichi noch gibt wo sie dann von verdächtigen Personen verfolgt ja und durch eine Aussage von Camille erkennt Jodie dass quasi Subaru Okia eigentlich Shuichi Akai sein muss dass Subaru Okia eigentlich nur ein Alias ist ein Pseudonym um den ganzen Verdacht zu verdrehen ja dann hat sie da quasi auch daran gedacht okay ja an diese Szene im Krankenhaus ja wo quasi das runtergefallen ist das Handy und Conan und Shuichi schon angefangen haben den Trick zu machen wo er quasi dann auch seine Fingerkuppen äh Fingerkuppen abgeklebt haben muss um Spuren zu verhindern und das ist dann Jodie auch klar geworden in der gleichen Zeit konnte natürlich auch Amuro das Geheimnis lüften und hat dann einfach zu Subaru Okia gesagt ja du kannst jetzt deine Maske runternehmen ja hat natürlich dann auch auf einen Anruf gewartet denn die wussten ja immer noch dass Andre Camille und Jodie verfolgt wurden von den Kollegen von Urban ja da gab es dann halt auch eine Straßensperre die konnten dann aber ausweichen mit einem übelst krassen Lenkmanöver dann hat Okia hat ja so eine kleine Erkältungsmaske aufgehabt die dann halt abgenommen und dann hat sich Amuro verarscht gefühlt hat gesagt ey komm bitte nimm jetzt deine richtige Verkleidung ab aber Okia wusste nicht hä über was redest du denn ja und hä was für eine Verkleidung ich bin doch der Echte und so weiter und so fort also hat Amuro schon richtig angepisst weil eigentlich wussten wir hä auf was warten denn alle und dann war irgendwie allen klar ja irgendwie spielt Super Okia auf Zeit ja hat ihn also noch ein bisschen verarscht und zur gleichen Zeit anderer Schauplatz ran hat sich auch die Preisverleihung angeguckt also genau die die auch Amuro und Okia während ihrer wunderbaren Rätselreihe angeschaut haben und wer hat da gewonnen nämlich Yusaku Kukudor ausgezeichnet für das beste Drehbuch ja und weil André Kamel wir sind also wieder am Raya Bergpass und Jody ein übelst krasses Manöver gemacht haben ist das Auto übelst hart beschädigt ja konnte nicht mehr richtig lenken und die Verfolger also Amuro's Leute konnten quasi immer mehr Zeit und Meter aufholen und dann hat auch Wörm gesagt ja hier ich weiß hier ist eine versteckte Kamera im Raum irgendeiner nimmt das Gespräch auf wir wissen Conan ist einfach im Nebenzimmer ja um das Gespräch zu beobachten und dann hat nämlich auch Wörm gesagt ja komm du hast einen Rollkragen nimm mal deinen Rollkragen ab ich glaube du hast da irgendwie so einen Stimmtransposer der einfach deine Stimme verzehrt ja und hat dann gebeten nimm den bitte ab und Okia hat dann runtergemacht und wir sehen dass da kein Stimmtransposer ist und dann haben wir alle so gedacht alle die zugeguckt haben hä was ist denn nun passiert ist das jetzt doch nicht Shuji Aka ist es doch der richtige Super Okia der ganz ganz komisch Alter und dann war er übelst geschockt er war übelst geschockt ja und zur gleichen Zeit Josie und Kamel beschädigt das Auto sie wurden quasi umzingelt konnten gar nicht mehr fliehen und auf einmal Leute kommt der echte Shuji Aka der die ganze Zeit auf dem Hintersitz gewartet hat geht quasi hoch und hat gesagt ey Kamel mach das Autodach auf ja und alle sind übelst am Arsch die Verfolger schauen zu Shuji Aka hä der musste doch tot sein was ist denn passiert die waren übelst Buff Alter und dadurch konnten die halt noch mal Meta gewinnen und dann hat Amuro endlich den Anruf bekommen von seinen Leuten die ja André Kamel und Jodie verfolgen sollten und haben die dann geerzählt ja hier ist gerade Shuji Aka der aufgetaucht und dann hat Amuro aber geguckt Leute der hat richtig geguckt der war perplex und wir ja auch weil eigentlich war ja Subaru Kia Shuji Aka und wir fragen uns hä wenn Shuji Aka gerade bei André Kamel und Jodie im Auto sitzt wer ist denn dann der Subaru Kia und Jodie war dann auch hä wie kommst du überhaupt ins Auto und er hat daraufhin nur geantwortet dass Connons Plan genau so verläuft wie er sich's vorgestellt hat Leute oh mein Gott Alter wie geil ist das denn dann haben die auch darüber gesprochen dass eigentlich Connons ja dass Connons einfach der Drahtzieher ist der Drahtzieher hinter allem von Plan A bis Z er hat alles gemacht Shuji Aka hat dann halt angewiesen Sachen zu machen André Kamel hat dann so ein bisschen rumgelenkt und äh wunderbare ich sag mal wunderbare Teamarbeit Shuji Aka hat seine Pistole genommen hat auf Reifen geschossen dadurch ist ein Auto hochgeflogen konnte halt ein Unfall verursacht werden und die konnten Meta gut machen wurden quasi also nicht von ähm Bourbons Untergebenen verfolgt oder gefangen genommen und Bourbon hat ja einen Anruf bekommen er hat vom Unfall erfahren er wusste dass das Shuji Aka ist und da war er halt wütend ja und ähm dann hat Abokir gesagt pscht ich möchte jetzt die Preisverleihung hören weil ja Yusaku Kudor da den Preis gewonnen hat und dann hat auch zur gleichen Zeit ran bemerkt dass irgendwie Yusaku anders war hat sich irgendwie verändert zur gleichen Zeit sind wir wieder am Raya Bergpass obwohl eigentlich schon alles gut war die hätten fliehen können also Shuji Aka André Kamel und Jodi sind dann aber zu den Leuten zurückgefahren zum Unfallort und haben dann einen Tausch gemacht ja Shuji Aka hat seine Waffe abgegeben die quasi auch die Tatwaffe für Rikomichis äh Selbstmord war dafür wollte er aber das Handy ja um quasi Kontakt zu Bourbon zu unter äh zu halten und dann gab es das Telefonat ja von Shuji Aka und Bourbon überkrass dann hat halt Shuji direkt angefangen zu erzählen hat gesagt ey Bourbon ich weiß von Anfang an seit ich in der Organisation bin dass du Y-Drave Ruhe heißt und ich weiß auch welchen Plan du verfolgt hast du wolltest mich den FBI und Shuji Aka nämlich ausliefern der schwarzen Organisation um in der Organisation einen höheren Posten eine höhere Position zu erhalten in der Hierarchie einfach aufzusteigen um mehr Macht zu haben ja aber dann hat er zu Bourbon gesagt bitte vergess nicht dein wahres Ziel welches du wirklich verfolgst ja was natürlich eine Anspielung ist hier weiß nämlich also auch Shuji Aka so ein bisschen okay Ray Furuya hm du bist doch Sicherheitspolizist vergess nicht dein wahres Ziel also quasi die Organisation zu vernichten und so weiter und so fort und das ist eigentlich mega geil so weißt du und äh Amuro war da komplett perplex das Telefonat wurde dann quasi auch abgesprochen dann hat halt Amuro seine Leute angerufen und gesagt ja komm brecht ab die Verfolgungsjagd dann hat Shuichi Jodi auch nochmal gesagt ey pass mal auf wir wurden ja nicht von der schwarzen Organisation verfolgt sondern wir wurden hier von der Sicherheitspolizei verfolgt ja dass die Leute quasi die gleichen Interessen haben wie wir das FBI übertrieben krass ja also irgendwie wollten alle was machen für eigentlich einen guten Zweck auch wenn so ein bisschen am Anfang die Lage gespalten waren und dann wurde quasi auch aufgeklärt ja was da überhaupt passiert ist denn wir wissen Conan war ja auch da und es hat sich dann in Wirklichkeit herausgestellt dass Subaru von dem wir damals dachten das ist Shuichi ist er ja quasi auch aber dass dieser Subaru in Wirklichkeit der Vater nämlich Yusaku Kuto war und der Yusaku Kuto der quasi in der Preisvernehmung zu sehen war im Fernsehen den auch ran gesehen hat war einfach die Frau Yukiko die einfach ihren Mann nachgeahmt hat wir wissen ja Yukiko kann sich ebenso wie Wermut verkleiden und hat ja damals auch von Tuichiko rüber gelernt also dem allerersten Kaito Kid und das ist einfach mega geil Conan alter hat er einfach so diesen übelsten Mastermind klar Digga und alle gelingt Digga wie geil ist das denn der ereignisreiche Tag ging dann zu Ende am nächsten Tag kam dann Yukiko von der Preisverleihung die sich als Mitsuko ausgegeben hat und dort gab es dann erstmal eine Ausspar ja im Endeffekt hat Yukiko die ganze Zeit geholfen dass ich Shuichi überhaupt verkleiden kann Subaru Kia Subaru Kia ist also in Wirklichkeit die ganze Zeit Shuichi Akai gewesen Yusaku hat halt nur kurz geholfen um quasi den Verdacht aufrecht zu erhalten dass es sich bei Subaru Kia nicht um Shuichi handelt ja verkleidet sie konnte sich ja immer sehr gut verkleiden hat ja Tuichi als Lehrer gehabt die bereits schon erwähnt und wir wissen ja auch dass Subaru Kia Akai Shuichi ein Stimmtranspose hat nämlich ein Halsband deshalb trägt er mal Tragen Kragen beziehungsweise Hemden und dieser Stimmtranspose dieses Halsband ist quasi genau das gleiche wie Connons ja nur dass Conan halt kein Halsband hat sondern eine Fliege zur gleichen Zeit haben sich dann auch Wermut und Bourbon in einem Auto unterhalten und Bourbon hat dann gesagt ja ich hatte ja die Theorie dass Shuichi Akai lebt jetzt weiß ich es stimmt nicht Shuichi Akai ist tot das ist ein sehr sehr wichtiges Element damit wissen wir halt jetzt auch endgültig dass Bourbon Akai Amuro auf der richtigen Seite steht ja und Wermut war dann so ein bisschen ja Zwiegespalten hat es dann einfach so akzeptiert und Bourbon hat daraufhin auch mal so ein bisschen giftig gesagt ey Wermut ich kenne ein Geheimnis und daraufhin hat Wermut direkt die Waffe gezogen ihn bedroht und dann hat aber Bourbon gesagt ey wenn du mich hier abknallst dein Geheimnis kommt dann eh ans Licht dann hat Wermut direkt schon gesagt ey pass mal auf Bourbon sei mal vorsichtig sonst endest du wie die drei Spitzel in der Organisation nämlich Shuichi Akai Eternondo und Scotch wir wissen Shuichi Akai lebt ja noch das weiß aber die Organisation nicht der einzige der es weiß ist Bourbon der hat aber stillgehalten Eternondo war der Vater von Akir und Eske ja also ein CIA Mitglied und die dritte Person die jetzt aber nicht genannt wurde war das Mitglied der Sicherheitspolizei ja der quasi den Decknamen Scotch bekommen hat der auch getötet wurde später sollten wir noch herausfinden dass Scotch eine sehr sehr gute Verbindung zu Amuro Aka Bourbon hat das kommt dann aber im nächsten Part raus meine lieben Leute so zur gleichen Zeit haben wir dann quasi in der Villa Kudo noch eine Aufklärung ja und dort wurde dann alles präsentiert dann gab es einen kleinen Themenwechsel nämlich hat Shuichi Akai eine Nachricht bekommen von einer Kollegin nämlich Kür CIA Mitglied die Tochter von Eternondo und hat gesagt ey es ist ein weiteres Organisationsmitglied aufgetaucht nämlich Rum R-U-M-D-3-W-U-Stamm Conan hat das Ganze mitgehört Shuichi hat dann auch noch erzählt dass Rum in seiner Zeit der Organisation oft gefallen ist und er glaubt dass er Rum wirklich hohe Beachtung schenken muss denn Rum soll eine enge Verbindung mit dem Boss der Organisation nämlich Anno Kata haben Conan wie gesagt hat da das mitgehört mit Kopfhörern weil er nicht im Raum war später ist Conan dann auch ins Café Poirot gegangen und hat Bourbon als Lügner bezeichnet und Bourbon hat das Ganze erwidert sehr sehr nice einig das ist so ein positives Lügner weil Bourbon ja Conan ja schon mal gesagt hat ja du hast es irgendwie falsch verstanden du verstehst mein Wesen nicht das war also ein positives Lügen ja beide haben sich ja also nochmal in höchsten Tön Respekt gezollt wir ändern uns zurück Part 3 hat damit aufgehört dass Kill die CIA-Agentin Shuichi Akai dem FBI-Agenten eine Nachricht zukommen lassen hat drei Buchstaben kurz und knackig R-U-M nämlich Rum ein neues hochrangiges Mitglied der Organisation ist aufgetaucht und da ist natürlich die Frage okay wer ist denn rum ist der denn wirklich so hochrangig ja also er handelt es sich definitiv um ein hochrangiges Mitglied und nicht um irgendein Handlanger der dann vielleicht mal hier an der Tankstelle mir eine Jackie-Dose mitbringt oder eine Lippenbüchse ihr wisst was ich meine und da sollten wir auch schon den ersten Anhaltspunkt kriegen Episode 810 bis 812 ein wunderbarer Fall in Nagano ja ein Fall der Tradition hat ein Fall der alte Wunden wieder aufreißt die über neun Jahre alt sind unter anderem haben wir natürlich wieder Yamato Yui Kome und auf einmal kam aus dem Nichts eine Person eine Person die ein sehr sehr merkwürdiges Erscheinungsbild hat aber bevor diese Person kam hat Conan schon Yamato angeschaut und sich gedacht Moment mal ja er hatte sofort die Assoziation rum ja Verletzung am Auge wirkt wie ein alter Mann aber ist trotzdem jung er hat Yamato angeschaut nach dem Motto als ob Yamato rum ist ja hat er schon als übelst die bösartigen Gedanken der kleine Conan und dann hat er Hiyoekuro da gesehen Hiyoekuro da ist das was ich meine eine Person die wahrscheinlich meiner Meinung nach das markanteste auftritt den ganzen Detektiv Conan hat sehr markante Gesichtszüge hat eine Verletzung am Auge wir sehen hier auch schon so ein bisschen auf der rechten Seite so ein bisschen vernarbtes Gesicht ja trägt eine Brille hat graues Haar ist extrem groß ja natürlich auch eine wuchtige Präsenz ein richtiger Hühne ja also damals wenn du von so einem Wikinger überfallen wirst da rennst du mal ganz schnell weg wenn ihr wisst was ich meine aber er ist Mitglied der Polizei und Conan hat ja natürlich direkt Angst gehabt ja hat natürlich dann auch Kokoro gesehen hat so ein paar Bemerkungen gemacht ja ich habe schon viel von ihnen gehört und dann hat Conan Yui über Hiyoekuro da ausgefragt und sie hat erzählt ja er ist ein Polizist der lag durch einen mysteriösen Unfall zehn Jahre lang im Koma ja und hat dann sein Aussehen komplett verändert er hatte also schwarzes Haar gehabt ja und durch den ganzen Stress wurde das schwarze Haar was er hatte einfach grau ja also ein extrem verändertes Erscheinungsbild und sein Auge ist kaputt ja also er hat quasi ein falsches Auge eingesetzt bekommen auf der rechten Seite was schon mal sehr sehr mysteriös ist mit der Beschreibung mit rum hat ja so Conan direkt schon mal zwei Anwärter zumal auch Hiyoekuro da auch ein ganz wichtiger Punkt als er mit Conan zum Beispiel ermittelt ja hat er hier auch schon das ein oder andere rausgegangen und gesagt ja man erzählt sich dass du derjenige bist ja der Kogoror immer backt dass du immer zufälligerweise wichtige Hinweise gibst ja die zur Lösung des Falles beitragen und ja Hiyoekuro da also ein hochrangiger Polizist der am Koma lag ist aufgetaucht und die Frage die wir uns stellen ist er rum nachdem also Conan für sich zwei verdächtige Personen entdeckt hat die beide rum sein könnten geht es nun weiter in einen wunderbaren Zweiteiler Episode 836 37 Band 88 89 Kapitel 936 bis 938 Sonoko möchte eine Band gründen ja und dann hat sie schon vor Augen mit Ran und Masumi Amuro war auch anwesend und hat gezeigt dass er musikalisches Talent besitzt und dann hat sich Masumi zurückerinnert als sie auf ihren Bruder gewartet hat ja ähm dann hat sie quasi auf ihren Bruder gewartet dann kam ein Freund ihres Bruders kannte sie aber am Anfang den Namen nicht und wir sehen schon oh den kennen wir das ist Scotch aka Hiro Mitsumoro Fushi der ihr dann quasi wirklich geholfen hat und gezeigt hat weil er Gitarre gespielt hat ja und das war für sie eine rein positive Erfahrung später sehen wir dann noch im Flashback wie eine weitere Person gekommen ist nämlich Amuro der dann zu dieser Person Scotch gesagt hat wir wissen Scotch im letzten Teil der Organisation habe ich ja auch gesagt dass Wermut angesprochen hat dass es ein paar Verräter gab unter anderem ja auch Scotch denn Scotch war ein Mitglied ja der Sicherheitspolizei ein Knock innerhalb der schwarzen Organisation wir sehen also dass die Familie Arkay sehr bewandert ist mit der schwarzen Organisation Masumi hat wie gesagt damals Scotch gesehen wir bleiben auch erstmal bei der Familie Arkay denn in der Episode 844 wird ein neuer Protagonist wieder aufgegriffen erinnert euch zurück ich habe euch im letzten Teil von einer Schwester außerhalb des Territoriums von Masumi erzählt und genau diese Schwester hat eine scheinbar verblüffende Ähnlichkeit mit Ihabra denn Conan findet hier heraus als Ihabra ihr ganzes Make-up noch nicht abgewischt hat ja dass diese Schwester die Mary heißen könnte mit Ihabra eine ziemlich große Ähnlichkeit aufweist und der deshalb davon ausgeht dass sie miteinander verwandt sein könnten ziemlich spooky ich glaube Conan wird irgendwann herausfinden dass er mehr mit Mary und Ihabra gemeinsam hat als er vielleicht denkt wir merken also schon dass die Familie Arkay sehr sehr wichtig ist gerade wenn es um die schwarze Organisation geht und in diesem Format geht es nun mal ausschließlich um die schwarze Organisation aber manchmal tragen auch etwas unwichtigere Charaktere in diesem Kontext zumindest dazu bei dass wir etwas erfahren Yumi ist eine Polizistin um genau zu sagen eine Verkehrspolizistin die einen Heiratsantrag bekommen hat von ihrem Freund nämlich Shukichi Haneda der ein Shogi Champion ist und es gab einen Umschlag und dieser Umschlag hat sich quasi als Heiratsurkunde entpuppt sie hat mit ihm telefoniert und erfährt dass er quasi genau am selben Tag ja sein Match und seinen Titel verloren hat deshalb keine Hochzeit das war quasi so die Vereinbarung es gibt erst eine Hochzeit wenn er quasi der absolute Champion ist und alle Titel hält des Weiteren erfährt sie und das ist eigentlich das Relevante und Elementare hier dass er einen verstorbenen Bruder ohne Blut hat der Koji Haneda heißt ja er selbst heißt der Shukichi Haneda ist ein Nachname wir haben Koji Haneda da könnte man ja meinen okay gleicher Nachname Zufall aber was heißt dann ohne Blut ohne Blut Blut heißt immer für eine Verwandtschaft das heißt also dass es nur ein Beiname ist ja und die nicht wirklich miteinander verwandt waren rein von der Blutlinie her und das Interessante ist bei diesem Koji Haneda dass er laut Haibera auf der Apoptoxin Opferliste steht was für uns wieder ein Fakt ist dass die Organisation hier mitgemischt hat denn auf der Apoptoxin Opferliste stehen nur Leute die von der Organisation mithilfe durchs Apoptoxin 4869 getötet wurden und das ist schon ein sehr sehr komischer Zusammenhang Apropos erklären Koji Haneda kam aus dem Nichts einfach ein Begriff der einen Zusammenhang mit der Organisation hat also war Conan sehr sehr erpicht darauf die Wahrheit herauszufinden und hat es gegoogelt Episode 861 862 derselbe Tatort wie vor 17 Jahren und in der Tat Conan wird fündig im Internet findet er einige Sachen zu Koji Haneda aber nicht nur zu Koji Haneda nein sondern auch noch über seinen Tod denn dieser ist nicht einfach so gestorben beim Fußballspielen oder beim Bratwurstessen nein sondern es galt hier einen mysteriösen Tod aufzuklären im Zusammenhang mit Amanda Hughes wer ist Amanda Hughes schon wieder? Amanda Hughes ist eine reiche Amerikanerin die ein überzeugter Schoji-Fan war und Koji Haneda besucht hat vor 17 Jahren gab es nämlich in Amerika auf amerikanischem Boden ein Schoji-Turnier und Amanda war dann bei Koji um ihn zu besuchen und leider wurden dann Amanda Hughes und Koji Haneda umgebracht Koji Haneda hat es aber geschafft eine Dying Message zu verfassen diese Dying Message lautet Asaka rum Asaka rum und das ist übrigens der Hinweis dafür dass es einen Verdacht gibt dass Asaka der Leibwächter von Amanda Hughes auch rum sein könnte ihr müsst es euch also so vorstellen Amanda Hughes war eine reiche Amerikanerin die sehr sehr viel Macht und Einfluss zu Organisationen hatte und wenn du so eine einflussreiche Person bist hast du natürlich immer deinen Bodyguard das Problem ist der Bodyguard hieß Asaka keiner weiß aber wer Asaka genau ist ja man weiß nicht mal ob es ein Mann ist ob es eine Frau ist und wenn wir jetzt quasi diese Dying Message von Koji Haneda haben Asaka rum ist das für uns ich sag mal ja der Hinweis Asaka ist rum also der Bodyguard von Amanda Hughes ist rum die Nummer 2 der schwarzen Organisation ihr merkt schon also es gibt einen sehr sehr guten Draht von dem Tod von Koji Haneda der Familie Akai ja und zur schwarzen Organisation ganz besonders zu rum der Nummer 2 innerhalb dieser Organisation und später ja hat halt Conan herausgefunden weil es einen ähnlichen Fall gab Agasa ist darauf aufmerksam geworden es wurde also in der Gegenwart ermittelt mit Subaru Okia hahaha der ja in Wirklichkeit Shuichi Akai ist das wissen wir hat er quasi auch gesagt dass dieser gesamte Fall der Grund war ja dass er überhaupt dem FBI beigetreten ist und jetzt fragt man sich okay warum tritt Shuichi Akai dem FBI bei wenn wenn Asaka beziehungsweise Member Hughes und Koji Haneda involviert waren welche Verbindung welches Motiv hat denn Shuichi Akai zu diesen Leuten das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch genauer unter dem Looper nehmen und herausfinden nachdem sich also die Ereignisse immer mehr überspitzen der Tatort von vor 17 Jahren Koji Haneda rum Asaka Eis Befürchtungen ja er hatte vermutet schon dass Yoeko da rum ist oder Yamato und im nächsten Fall Episode 863 bis 64 kriegen wir weitere Anhaltspunkte Conan vermutet aufgrund des Vorfalls dass halt Asaka rum ist aufgrund dieser Dying Message und jetzt haben wir einen aktuellen Fall und in diesem Fall sind mehrere Leute involviert unter anderem kriegen Masumi und die Schwester außerhalb des Territoriums mit ja dass es einen Fall gegeben hat das heißt sie wissen davon und Conan fragt sich warum weiß diese geheimnisvolle Schwester außerhalb des Territoriums um Masumi überhaupt Bescheid das heißt sie müssen irgendeine Verbindung vorweisen sie müssen irgendwie eine ja eine Beziehung zu den Opfern vielleicht haben unter anderem kann nämlich Mary innerhalb des Falls die Fliege von Conan aufheben die er verloren hat und äfft dann den schlafenden Korgoror Mori nach ja per Handy das heißt sie weiß wie die Fliege funktioniert der Stimmtransposer wie man die Stimme einstellt und da wissen wir schon diese Schwester scheint ja irgendwie mehr zu sein als ein kleines Kind ja wie kampfaffin sie ist was ich später auch noch herausstellen sollte und dass sie sofort weiß wie etwas funktioniert denn der Täter ist dann beinahe geflüchtet wird dann aber von Mary überrascht von einem kleinen Kind und den Move die sie dort gemacht hat dieser Move stammt vom MI6 einer geheimen Organisation und das ist ein riesen Ding Masumi hatte kurz Angst um ihre Schwester und hat versehentlich Mama gerufen und das hat Conan zu einem Punkt gebracht sie hat sich merkwürdig verhalten sie ist kampfaffin sie weiß mehr als sie wissen sollte und Conan hat deshalb gedacht okay aufgrund ihrer Stärke könnte doch die Möglichkeit bestehen dass Mary dieses geschrumpfte Kind diese Schwester außerhalb des Territoriums von Masumi in Wirklichkeit Asaka ist Asaka der Bodyguard von Amanda Hughes der geschrumpft wurde sei es also hier haben wir das erste Mal den endgültigen Verdacht von Conan dass sie sich bei dieser Schwester um eine ebenfalls geschrumpfte Person handelt das meinte ich vor allem mit er wird mit ihr mehr gemeinsam als er anfangen glaubt ja was haben nämlich ein halberer Conan und Mary gemeinsam genau sie wurden alle durch das Apoptoxin 4869 verjüngt so Leute wir merken also es wird immer spannender und verzwickter und das soll auch erstmal nicht nachlassen da sage ich euch so wie es ist Episode 866 bis 877 die Bühne des Verrats hier geht es nahtlos weiter und zwar fängt eigentlich alles sehr sehr simpel an und zwar gibt es ein Konzertsaal in dem ein Lied namens Asaka aufgeführt wird und Asaka ist ja der Bodyguard von unter anderem Endemänder Hughes der ja urplötzlich verschwunden ist und Conan denkt dass Asaka böse ist vielleicht Rom selbst ist ja also ein Mitglied der schwarzen Organisation aber warum sind denn andere Leute involviert denn zu diesem Konzertsaal gehen Conan Shuichi Amuro und Wermut Wermut hat sich hier die ganze Zeit als Asusa verkleidet und ran ja das heißt also zwei Mitglieder der schwarzen Organisation Amuro und Wermut sind da Shuichi natürlich unter seinem Decknamen und auch seinem Deckmantel Subaru Kia anwesend und wir wissen also dass Asaka so ein prägender Name ist dass die Organisation Interesse hat ja um zu überprüfen ist da was dran sehen wir vielleicht den Bodyguard wir haben vielleicht auch ein Hühnchen zu rüpfen aber auch die gute Seite das heißt also das ist für uns ein Beweis okay Asaka ist irgendwie so zwischen den Fronten und hier erfahren wir unter anderem auch Rückblicke Rückblicke über Scotch Scotch haben wir gesehen Masumi konnte sich erinnern das war ein Freund von Shuichi wir haben Amuro gesehen und wir wissen dann dass Scotch ein Mitglied der schwarzen Organisation war ein Nok ja das heißt er ist eigentlich ein guter Junge gewesen er kam von der Sicherheitspolizei genauso wie Amuro und wurde dann quasi eingeschleust innerhalb der schwarzen Organisation und es stellt sich auch raus dass beide sehr sehr gut miteinander befreundet sind ja Amuro und Scotch Aka Hiromitsu das ist ja sein richtiger Name kommen beide von der Sicherheitspolizei die eine von der Inneren die eine von der Äußeren und waren dann zusammen verdeckt ermittelten in der Organisation dann auf dem Dach hat es sich ereignet Shuichi Aka damals auch in der Organisation ja als Nok hat dann quasi Scotch auf dem Dach getroffen sie waren am Anfang sehr sehr skeptisch aber haben schnell herausgefunden dass sie beide Nocks sind ja Shuichi fürs FBI und Scotch für die Sicherheitspolizei auf einmal haben sie aber Geräusche gehört jemand ist die Treppe hochgelaufen und sie hatten Angst und da mussten sie schnell handeln und Scotch hat Informationen gesammelt die auf seinem Handy waren und er hat dann gesagt okay komm wir müssen hier einen Ausweg finden hat dann die Pistole genommen und sich dann selbst erschossen ja dazwischen war das Handy dass quasi alle Materialien auf diesem Handy tot sind das heißt Scotch hat sich geopfert dass ein anderer Nok weiterhin in der Organisation ermitteln kann die Person die aber die Treppe hochgelaufen ist ist keine geringere Person gewesen als Samuro der ebenfalls in der Organisation war und hat dann gesehen wie Shuichi Aka seinen Freund Scotch ja umgebracht hat und er konnte es aber im ersten Moment gar nicht so akzeptieren denn er muss ja davon ausgehen dass er ein Mitglied ist das heißt er darf nicht sagen was hast du getan und so weiter und so fort weil keiner darf ja wissen dass er Nok ist und er wusste zu diesem damaligen Zeitpunkt ja auch nicht dass Shuichi Aka ein Nok ist wisst ihr was ich meine ist also eine sehr sehr brenzlige Lage und weil Shuichi Aka die Waffe in der Hand hatte sah das dann so aus für Amuru dass Shuichi Aka Scotch erschossen hat obwohl er einfach nur Selbstmord begangen hat beziehungsweise den Trigger gepolt hat eine sehr sehr krasse Sache das heißt also ja wir sehen warum hatte Amuru immer so einen Hass auf Shuichi Aka es war die Verbitterung ja und man sieht dass es jetzt keine Absicht war von Shuichi Aka dass es kein Mord war sondern dass es ein Suizid war mehr oder weniger ein Unfall ja der begünstigt war von der Entscheidung von Scotch das war aber noch längst nicht alles denn hier gibt es noch eine sehr sehr brenzlige Situation woran sich die Leiche anschauen will und wir wissen dass Asusa verkleidet Wermut ist und sie hat dann gesagt Angel move it move it Angel und dann macht es bei uns einen Klick im ersten Teil der schwarzen Organisation habe ich über etwas gesprochen und zwar über Mord in New York Shinichi und Ran waren damals in New York und haben einem Gangster das Leben gerettet wie sich herausgestellt hat war das Wermut der sie gerade erschießen wollte und das war so der Punkt wo sich Wermut gewandelt hat das war der Beginn von Cool Guy und Angel und Angel wie gesagt Geburtstunde gab es dann nochmal wir erinnern uns zurück das war Teil 2 Ampere zwei Mysterien in einer Vollmondnacht wo Jodie herausfindet dass Dr. Aredenwürdigkeit Wermut ist Ayyabra sollte erschossen werden und Ran hat sich schützend auf Ayyabra geworfen und dann hat Wermut auch gesagt move it Angel move it ja und sie hat Wermut Stimme erkannt einfach ja das heißt sie wusste Asusa ist in Wirklichkeit Wermut sie konnte also die Stimme klar zuordnen das ist doch mal geil oder und wir sehen dadurch dass diese ganze Vergangenheit in der Gegenwart aufgegriffen wird und auch in der Zukunft und das ist einer der Aspekte warum ich Delektiv Conan über alles liebe und dann denkt man schon dass Conan alles erlebt hat aber nicht so denn sein Leben sollte sich nochmal schlagartig ändern mit den Episoden 889 und 890 hierbei geht es nämlich um eine Veränderung an der Schule ihr habt richtig gehört Conan kriegt eine neue stellvertretende Klassenleitung nämlich Rumi Wakasa die Vertretung von Fräulein Kobayashi sehr sehr schüchtern ein sehr sehr zierliches zerbrechliches Erscheinungsbild ja normal angezogen langes Haar trägt eine Brille kann auch diesen Spiegeltrick machen ja mit wie Conan ja das dann quasi mal ganz kurz mal nur die Brillen gelesen sind und die Augen auf einmal versteckt sind und hier gibt es auch einen Fall an der Schule und zwar einen Raubfall ja ganz mysteriös und wir sehen schon wie die Detective Boys angesetzt werden und wie Rumi Wakasa ein starkes Interesse an Conan zeigt an Conan und wie sie immer so zufälligerweise Sachen einwirft die dann letzten Endes zur Lösung des Falls beitragen unter anderem geht es nämlich hier um einen Schatz ja um Räuber und wir sehen auch in dem Moment Rumi Wakasa ist involviert wie die Detective Boys getrennt werden von Rumi Wakasa die dann mit den ganzen Räubern ja allein im Zimmer ist und dann sehen wir einen wahrscheinlich der genialsten Detektiv Conan Momente was Charakterentwicklung entspricht Rumi Wakasa switcht sie hat ihr schon sehr sehr verdächtig immer geguckt aber sie switcht ja einfach übelst ihre Persönlichkeiten und knockt die drei Räuber aus ja übelst die kampffine Mördermaschine was die hier für Moves ausgepackt hat ja dann hat sie quasi die Detective Boys hochgeholt und dann hat sie so gesagt ja hier war das nun versehen ich bin ausgerutscht wollte also ihre Fähigkeiten nicht zur Schau stellen dass Conan oder die Detective Boys etwas spitz kriegen sehr sehr mysteriös was noch mysteriöser ist meine liebe Leute ist dass Rumi Wakasa vielleicht auch eine Verletzung am Auge hat und wir wissen Rum hat auch eine Verletzung am Auge das heißt also auch in dieser gesamten Einführung hatte Rumi Wakasa nicht nur Conan im Auge nein sondern das beruht auf Gegenseitigkeit sie hat sich extrem verdächtig verhalten hier und da und Conan ist ja ein Meister im verdächtig sein deshalb weiß er auch was verdächtig ist wenn sich wer anders verdächtig verhält das heißt irgendwie hat er auch so eine Ahnung bei Rumi Wakasa dass sie nicht nur eine normale Lehrerin ist deshalb müssen wir Rumi Wakasa ja auch zu den möglichen Rumanwärtern mit auflösten man kann ja nicht immer nur Action haben aber ich kann euch versichern es geht mit dem besten Zweiteil dann ganz detektiv Conan weiter ihr glaubt mir nicht dann bitteschön Episode 878 Episode 879 der tote Winkel in der Umkleidekabine Conan hat Masumi die ganze Zeit beobachtet Masumi hat Conan die ganze Zeit beobachtet und ja er konnte letzten Endes sich daran erinnern wo er Masumi mal getroffen hat und dieses erste Treffen ist schon verdammt lange her da waren beide noch im selben Alter zumal wir hier in der Umkleidekabine Sonoko sehen Masumi und Ran die vier verschiedene Bikini Outfits anhaben wie geil ist das denn also ich muss sagen egal Ran egal Masumi oder Sonoko jeder Bikini hatte Vor und Nachteile und jeder Bikini also jede Person hatte mindestens einen Bikini der optimal gepasst hat ja fit extrem krass wenn ihr mich fragt ich weiß natürlich an der Stelle glaubt mir ich bin kein Leap Leute ich bin keiner aber selbst wenn man ist ist überhaupt gar nicht schlimm aber wenn ich mich mal kurz darauf herab lasse und sage okay die sind zwar fiktiv aber Digger ich würde alle zusammen auf einen Orangensaft einladen extrem nice das war aber leider noch nicht das Ende der fahrenstange was heißt leider eigentlich zum glück denn episode 881 und episode 882 zeigt uns da nämlich nochmal genau was passiert ist das woran er er sich erinnert hat sehen wir als wirklich bilder ja nämlich der fall vor 10 jahren extrem krass denn durch all diese sachen die er erfahren hat weiß er wie er was zuzuordnen hat denn vor 10 jahren hat conan mit seiner mutter yukiko und ran einen ausflug gemacht an einen strand und dort haben sie eine frau kennengelernt mit blonden haren die so ein bisschen aussieht wie mary extrem gute figur als mutter ey leute ich kann euch auf jeden fall sagen wenn ich irgendwann eine baby mama haben sollte die immer noch die figur hat schock güzel aller bonheur leute ggwp aber egal und mary war nicht alleine nein denn sie hatte noch ihre kinderchen dabei und diese kinderchen waren zufälligerweise shuchiakai shuchiyaneda und die ganz kleine masumi sera unglaublich krass oh mein gott oder was und sie weiß auch ja dass shinichi conan ist und conan hat hier in dem rückblick realisiert moment mal sie weiß also dass ich conan shinichi bin ja und sie konnte das dann so ein bisschen zuordnen sie wusste ja einiges über conan und conan hat sie beobachtet und konnte dann auch feststellen moment mal ich glaube gar nicht dass sie irgendwie so lange in amerika gelebt haben sondern in groß britannien ja durch diese akzente das haben wir auch noch mal schön im flashback gesehen yukiko hat ja mit mary gesprochen aufgrund dieser sachen und dort gab es noch einige interessante tatsachen ja unter anderem wurde hier nochmal gesagt ja dass es einen mann gab der aber weg ist weil er etwas versprochen hat und wir sollen japan verlassen unter anderem zu tomo akai nämlich der vater von masumi shukichi und shuichi und natürlich der ehemann von mary also extrem nice und er hat ja auch letzten endes erfahren dass mary also die frau die ja dem kleinen mädchen so ein bisschen ähnlich war aufgrund der gesicht struktur aufgrund der hare einfach wirklich ein und dieselbe person ist er hat ja also erkannt dass mary die schwester außerhalb des shukichi dass sie ebenfalls wie er geschrumpft beziehungsweise verjüngt worden war extrem geil unbedingt anschauen so leute wir sind jetzt erstmal angekommen bei dem letzten punkt im teil alles was du zur schwarzen organisation wissen musst numero 4 aber ich kann sagen es geht glorreich zu ende denn mit der episode 894 und der episode 895 kriegen wir hanenori wakita ist dieser hat eine verletzung am auge hat so einen rattenzahn und hat eine wirklich crazy stimme wahrscheinlich die verrückteste stimme in ganz detektiv conan aber erstmal eins nach dem anderen kogoror gewinnt beim pferdewetten und er hat gesagt jo komm leute wir gehen jetzt mal richtig schön aus sind also in ein sushi lokal gegangen wakita ist neu es gibt natürlich wieder einen fall ja der fall konnte gelöst werden und im Endeffekt wurde dann sogar wakita ein schüler des schlafenden kogoror moris im austausch für ein essen wir ernen zurück kogoror hat ja schon einen schüler nämlich amuro aka bourbon der sehr großes stress an konnen hat beziehungsweise an der wahrheit hinter dem schlafenden kogoror mori und kaninori wakita war ein sushi koch der detektiv sein zu dürfen ja er hat hier mit gefiebert hat mitgemacht und wenn wir mal ganz ehrlich sind er sieht schon sehr sehr verdächtig aus und eine sache erzähle ich euch noch damit das ganze ein bisschen konkludenter für euch wird das ist nämlich eine information die nicht im magen aufgetreten ist sondern durch ein interview von gosho auyama in diesem teil hatten wir bis jetzt vier verdächtige leute von konnen ja angefangen bei yamato dann hio eko da dann rumi wakasa und zu guter letzt kaninori wakita ich kann euch sagen dass im interview gosho auyama drei personen eingegrenzt hat und einer von diesen dreien ist zu 100 prozent rum ja nämlich kaninori wakita hio eko da oder rumi wakasa yamato ist also raus aus der rechnung und für alle leute die schon wissen wer rum ist bitte spoilert in den kommentaren nicht das wird nämlich im nächsten part endgültig gelüftet und enttönt extrem geil nach all dem was ihr so mitbekommen habt bin ich mal ziemlich gespannt für die leute die noch nicht aktuell sind was glaubt ihr wer ist rum überlegt gut überlegt zweimal und wenn ihr denkt ihr habt rum überlegt noch einmal denn manchmal ist es nicht so wie es scheint und manchmal denken wir auch einfach viel zu kompliziert aber manchmal ist auch das einfachste wirklich auch das was richtig ist egal wie ihr euch entscheidet ihr mögt euch falsch entscheiden aber vielleicht auch nicht das letzte womit wir uns beschäftigt haben war natürlich die vorstellung der drei potenziellen rum anwärter rumi wakasa kaninori wakita bei rumi wakasa steigen wir nämlich direkt ein in den zwei teil die frau mit den weißen händen angefangen mit der episode 896 bis 97 alles fängt hier wunderbar an konnen führt ein stück auf ein schulstück natürlich sind alle hin und weg denn er ist ja auch der sohn einer berühmten schauspielerin und fairerweise hat er es damals auch schon als shinichi geübt gehabt aber das wusste bis dato noch keiner auf einmal passiert etwas nämlich die gesamte kulisse wird zufälligerweise von rumi wakasa zerstört und daraufhin hat rumi wakasa die detective boys zu sich nach hause eingeladen dann haben wir zugleich auch noch einen fall ja wie immer ein paar verdächtige und da fragt man sich ja rumi wakasa ist in der vergangenheit schon sehr sehr tollpatschig aufgefallen ist es geplant ist es nicht geplant und konnen hatte schon den groben verdacht und ja dieser verdacht sollte sich bestätigen denn konnen hat eine quittung gefunden und diese quittung hat nämlich gezeigt dass rumi schon sämtliche sachen eingekauft hat das heißt also sie wusste dass die detective boys zu ihr kommen würden also war alles geplant und umso mehr wir mit rumi wakasa sehen und uns auseinandersetzen umso mehr verstehen wir dass das gar nicht so tollpatschig ist sondern dass das alles brechenbar ist es ist alles geplant und konnen hat hier einen sehr sehr merkwürdigen blick auf rumi im endeffekt wurde der fall dann aufgeklärt einer der täter wurde aggressiv obwohl die polizei anwesend war und wollte dann auf die detective boys zustürmen auf einmal macht rumi wakasa den übelsten move fällt hin während sie die detective boys beschützt der täter fällt zu boden und sie macht dann den übelsten ellenbogen wrestling move und setzt den täter außer gefecht unglaublich krass zufälligerweise kamen dann auch die ganzen journalisten ja das fernsehen war auch da hat natürlich fotos gemacht und diese gesamte tat ging viral ja die detective boys konnten es nicht fassen haben sich so gefragt ey rumi wakasa geht es ihnen gut und so und sie so ja ja das war alles nur ein unfall das war ja gar nicht geplant er ist über mich gefallen ich bin dann auf ihn rauf gefallen und alhyvera und konnen so im hintergrund ja alhyvera so zu rumi ich kann es gar nicht glauben ja ist sie einfach tollpatschig oder hat sie einfach nur glück und konnen wusste genau das hat nichts mit glück oder tollpatschigkeit zu tun sondern mit einer affinität und zwar mit einer kampfaffinität und unter der verschleierung alles so aussehen zu lassen als ob es zufall ist zufälligerweise sind wir dann noch zwei interessenten daran wie gesagt journalisten waren da das ganze wurde dann viral und von unseren zwei anderen rumanwärtern begutachtet Theo Ikuro da hat auf diesen fall geschaut und sich sein teil dazu gedacht Kanenori Wakita hat sich das ebenfalls angeguckt und nun scheint es so zu sein als ob diese beiden Personen rumi Wakasa kennen denn warum sonst sollten sich diese Leute für diesen fall interessieren haben diese drei Leute vielleicht insgesamt mehr gemeinsam als wir denken die Antwort gibt es zu späterer Stunde nachdem wir also gerade schön über rumi Wakasa gesprochen haben und über die anderen rumanwärter was wäre denn jetzt besser als wenn wir zwei rumanwärter hätten die aufeinandertreffen und genau das ist hier der Fall in dem Zweiteiler das Monster des brennenden Zeltes beginnend mit Episode 909 sehen wir nämlich genau dies Kuroda ist ja bei der Polizei hat eine hohe Position und wir sehen dass er quasi in seinem Büro Recherche betreibt Recherche betreibt zu einem der wichtigsten Detektiv-Content-Fälle All Time nämlich den Fall von Koji Haneda den Fall von vor 17 Jahren Put on Mascara der berühmte Shogi-Spieler Koji Haneda wurde umgebracht Amanda Hughes, eine reiche Amerikanerin wurde umgebracht und von dem Bodyguard nämlich Asaka fehlt jede Spur also warum hat denn Kuroda also ein Polizist solch ein Interesse daran auf einmal kam Shiratori rein und hat zu ihm gesagt ey sie sehen müde aus machen sie doch einen Urlaub gerade hat er neuer Zeltplatz aufgemacht Conan und die anderen Detective Boys sind auch dort leider ist Agatha krank konnte sie nicht begleiten sondern die Klassenlehrerin er hat sich also übertrieben natürlich dann gefreut denn wir wissen ja auch er hat sich auch für Rumi Wakasa interessiert also sind wir dann hingegangen wir haben einen Fall wir haben nette Leute die Detective Boys speisen Curry mit den anderen und auf einmal passiert es ein Zelt brennt ab und eine Leiche und Kuroda ist ebenfalls dort hat also den Ratschlag von Shiratori angenommen und das epischste ist einfach die Blicke Kuroda guckt Rumi Wakasa an und beide schauen so als würden sie sich schon ewig kennen beide haben anscheinend eine Verletzung am Auge es gab ja auch zufälligerweise davor in trauter Runde ein Gespräch der Fallleute den Leuten die man zufälligerweise auf diesem Platz getroffen hat die darüber gesprochen haben dass einer durch einen Unfall ein Glasauge bekommen hat und in dem Moment hat Rumi Wakasa Angstzustände bekommen ja sie wirkte wie paralysiert Conan und Ayabra haben das mitbekommen und sie hat sich zudem mit einer Hand an ihre Po-Tasche gefasst wo sie etwas versteckt und wir wissen natürlich das was man dort sieht hat die Umrandung und die Umresse eines Shogi Steins und tatsächlich in dieser Tasche ist nämlich ein Shogi Stein deshalb die Frage warum macht es bei Rumi Wakasa bei einer Augenprothese Klick und wenn wir uns zurückerinnern in den ersten Teil der ganzen Organisation wissen wir ja auch dass Ayabra Informationen gedroppt hat zu RUM und zwar dass RUM eine Verletzung am Auge haben soll nun haben wir also hier Heo Ikoro da eine Verletzung am Auge und Rumi Wakasa eine Verletzung am Auge hier gab es nämlich auch nochmal eine besondere Szene nicht nur in den vergangenen Fällen nämlich als sie Detective Boys Rumi Wakasa aufmerksam machen wollten ja sie war sehr sehr paralysiert weil sie Ikoro da gesehen hat auf einmal konnte sie aber nicht zuordnen wo Ayabra zum Beispiel steht die sie ja gerufen hat weil sie mit ihrem Auge nicht richtig sehen kann und das hat Conan auch nochmal gesehen und mit den anderen Fällen aus der Vergangenheit verglichen sehr sehr suspekt und wenn es dann wirklich ein Shogi Stein in ihrer Tasche ist Koji Haneda war ein Shogi Spieler und wir wissen auch dass damals etwas entwendet wurde von dem Schauplatz es ist vielleicht genau dieser Shogi Stein war Rumi Wakasa am Tatort hat sie etwas damit zu tun bei dem Koji Haneda Fall gibt es irgendeine Verbindung denn irgendwoher müssen sich ja Hioi Koro da und Rumi Wakasa kennen was gibt es denn schöneres nach einem wunderbaren Camping Ausflug endlich die Möglichkeit zu haben wieder zu Shinichi zu werden genau das dachte sich Conan denn in der Episode 925 und in der Episode 926 wurde ihm endlich klar dass die Teitan Schule einen Schulausflug macht und zwar genau die Klasse von Ran und zwar eine Klassenfahrt nach Kyoto also muss der irgendwie wieder zu Shinichi werden und wie gelingt das natürlich wenn man Aihaiwara bezirrt denn sie stellt ja das Gegengift her zufälligerweise ist ihr geliebter Higo Schlüsselanhänger bzw. Handyanhänger verloren gegangen sie ist ein riesengroßer Higo Fan und sie ist einfach quasi zusammengebrochen deshalb dachte sich Conan okay komm das ist meine Möglichkeit ich bring ihr den Higo Anhänger zurück und dadurch kriege ich das Apoptoxin 4869 bzw. das Gingmittel um dann letzten Endes wieder an der Klassenfahrt teilzunehmen und genau das hat er getan lange Rede kurzer Sinn er hat es geschafft auch wenn der Higo Anhänger ziemlich in Mitleidenschaft geraten ist Aihaiwara hat es sehr zu schätzen gewusst und hat ihn dann belohnt nach dieser langen und schweren Vorbereitung ist es dann letzten Endes soweit gewesen die epische Klassenfahrt im Special Episode 927 und ich kann euch sagen unabhängig von der schwarzen Organisation passiert hier unglaublich viel wo soll ich da anfangen erstmal Kyoto unglaublich schön geile Kulisse geile Atmosphäre ein übertrieben krasser Fall wir haben Okita wir haben Omiji Oka wir haben Mary wir haben Masumi wir haben Heiji ja und wir haben einen Fall der durch Shinichi gelöst wurde Shinichi Masumi aber natürlich auch Heiji und zufälligerweise war bei der Berichterstattung dieses Falls die Presse anwesend wir wissen sobald Shinichi einen Fall löst hat ja immer wieder der Polizei gesagt er möchte fern gehalten werden er soll bitte nicht erwähnt werden weil die meisten Leute denken ja dass Shinichi im Ausland ist irgendwelche Fälle bearbeitet denn die Organisation glaubt ja auch dass sie ihn damals getötet hat ja das heißt er war also immer unter dem Radar Shinichi war tot stand auf der Apoptoxin-Opferliste Al Heibera hat ihn ja quasi dahin geschrieben und ja so konnte er quasi verdeckt aus dem Schatten ermitteln aber dadurch dass er quasi in der Öffentlichkeit auf einmal war er war Teil der Öffentlichkeit es ist rausgekommen war natürlich die Schwarzorganisation sofort alarmiert und das hat zum Wendepunkt in ganz Detektiv Conan geführt denn wie gesagt die Organisation dachte Shinichi wäre tot damit hatten sie den Gegenbeweis Shinichi lebt noch und zufälligerweise hatten alle drei Roman Werte also Hiyo Ekoroda Rumi Wakasa und Kaninori Wakita großes Interesse an diesem Fall der von drei Schülerdelektiven gelöst wurde extrem krass zumal hier auch Masumi wirklich nochmal richtig spitz kriegt dass Shinichi Conan wir wussten ja schon in den vergangenen Teilen ja sie wusste es von Anfang an dass es sich bei Conan um Shinichi handelt auch wenn Shinichi glaubt dass Masumi es noch nicht weiß kommt sie ihr hin wieder auf die Schliche und sie wusste wirklich okay es muss eine Person geben die Shinichi das Gegengift gibt dass er quasi wieder zu Shinichi wird das hat Masumi ihrer Mutter Mary berichtet wir wissen Mary die Mutter von Masumi Shuichi und Shukichi die ja ebenfalls geschrumpft wurde und sie hat auch gesagt ja dass sie nicht aus den Augen verdienen soll und dass sie sofort wie es geht dieses Gegenmittel sicherstellen soll beziehungsweise herausfinden soll von wem er das hat ganz ganz geil oder und ich kann nur sagen meiner Meinung nach ist das der Wendepunkt im ganzen Detektiv Conan neben dem Kuss von Ran und Shinichi ja unglaublich geilen Ereignissen Momenten Zurückverwandlung ja er hat sich glaube ich hier vier fünf mal zurückverwandelt in Shinichi wieder zurück musste quasi immer die Zeit überbrücken Teiji sehr sehr oft geholfen unglaublich nice Leute und dieser Fall wie gesagt ist sehr sehr wichtig um zu verstehen dass die Organisation jetzt wieder weiß dass er da ist und die Organisation aktiv gegen Shinichi handen kann beziehungsweise auch Informationen sammeln kann und muss nach dem Abschluss der Klassenfahrt ist uns eine Sache klar die Kacke ist am dampfen die Organisation weiß Conan aka Shinichi ist am Leben ja werden nach ihm suchen die drei Romanwärter Nummer zwei der Organisation sind aufmerksam geworden wir haben den Höhepunkt der Liebesbeziehung zwischen Ranu und Shinichi mit dem Kuss aber ich kann euch sagen Leute das war noch längst nicht alles denn jetzt kommt eigentlich der wichtigste Fall in der ganzen schwarzen Organisation Episode 941 Episode 942 der Zweiteiler sucht nach Maria unglaublich krass erst mal spüren alle Beteiligten das Nachbeben ja das Nachbeben der Paparazzi Shinichis Haus wird bombardiert wo bist du wo warst du die ganze Zeit Conan hat sich bei Agatha versteckt kriegt Anmerker von Alhyabra weil er Regeln hatte ja Bedingungen unter dem er nur an den Klassen verteidnehmen durfte unter anderem sich nicht die Öffentlichkeit zu zeigen ja ging nach hinten los ja Yuki und Yusako mussten zurückkehren nach Japan die haben ja nicht in Japan gewohnt die haben ja in Amerika gelebt und haben quasi mit einer Blogbesitzerin verhandelt die das dann auch publik gemacht hat dass Shinichi dort gesehen wurde und so weiter und so fort im Austausch für Autogramme aber egal die alle wussten bereits Bescheid das war hier quasi also nur ich sag mal eins der brennenden Häuser zu löschen trotzdem brennt es weiter das Gerücht ist also immer noch da also hat dann Rom Bourbon aka Muro ist ja der Spion der schwarzen Organisation in Auftrag gegeben Informationen über und zu Shinichi zu sammeln unter dem Code Time is money Time is money ist also die Phrase der Satz das Sprichwort was wir uns unbedingt merken müssen wenn es in Bezug auf Rum geht Time is money die erste Assoziation sollte Rum sein Rum die erste Assoziation sollte Time is money sagen dieses Sprichwort wird oft benutzt wurde oft benutzt und ist quasi im Einklang immer mit rum zu nennen unglaublich krass aber Leute das war es noch nicht denn hier kommt es endlich zu dem Punkt wo sich jeder Delektiv Conan Fan endlich gefreut hat nämlich der Entüllung von Anno Carta dem Boss der schwarzen Organisation seit der ersten Episode fragt man sich wer sind die Leute in schwarz wer ist in der schwarzen Organisation gibt es einen Anführer wer ist der Anführer und Yusaku Kudo hat dann quasi dieses Sprichwort damals bei dem Tatort Asaka Rum war ja die Dying Message von Koji Aneda und er hat das Ganze aber anders übersetzt nämlich zu Karasuma Karasuma ist der Boss der schwarzen Organisation besser gesagt Renya Karasuma für die Leute die jetzt nicht wissen sollten wer ist denn Renya Karasuma Renya Karasuma ist ein alter Mann der unter anderem auch die Karasuma Group gegründet hat ihr wisst in den vorherigen Teilen die Eltern von Alhabara Aka Ashiomiano und Akimi Miano Elena und Tatsushi haben dort gearbeitet sie haben in der Wissenschaft gearbeitet im Namen der Wissenschaft sie haben quasi den Vorgänger des Apoptoxins von dem Silver Bullet gearbeitet sie haben die Organisation unterstützt er war sehr sehr mächtig hatte viel Geld hat sehr sehr viel Einfluss es gab auch viele Sektoren Finanz Gesundheit überall und für die Leute die es immer noch nicht wissen damals gab es einen Fall und zwar mit Kaito Kid Villa Abenddämmerung der Fall wo Kaito Kid da war wo diese ganzen anderen Detektive eingeladen wurden wo natürlich auch Conan da war wo Korgoror da war die Villa aus Gold mit der Oma mit den Lautsprechern Renya Karasuma der Typ mit dem Raben Emblem wir wissen das ganze Haus Besteck mit Raben überall der Rabe war quasi so das Merkmal von Renya Karasuma und er ist der Boss der schwarzen Organisation was übrigens unter anderem auch mit all diesen Aspekten die ich genannt habe einer der mächtigsten Männer ganz Japans ist und zu guter Letzt Leute es ist noch gar nicht alles Renya Karasuma war schon extrem alt und ich kann euch sagen dass Renya Karasuma ja sollte er so noch leben wie wir ihn kennen wäre er ja der älteste Mensch der Welt Leute also ich kann euch sagen wenn Renya Karasuma so wie wir ihn kennen noch leben sollte ist er sehr sehr alt eigentlich schon zu alt um noch leben zu können es sei denn oh da gab es doch noch dieses Apoptoxin 4869 aber Leute das ist alles nur Theorie wie gesagt Yusaku Kodor hat jetzt hier herausgefunden wer der Boss der schwarzen Organisation ist Anokata alias Renya Karasuma damit meiner Meinung nach einer der krassesten Fälle was die schwarze Organisation angeht nach der Enttüllung von Anokata aka Renya Karasuma was damit quasi einherging natürlich eines der größten Rätseln ganz Detektiv Conan welches gelöst wurde aber nicht von Shinichi nein sondern von seinem Vater Yusaku Kodor wir erinnern uns zurück Klassenfahrt Shinichi ist aufgetaucht was ja nicht sollte und rum hat Amuro eine Nachricht geschrieben dass er sich um Shinichi kümmern soll beziehungsweise Informationen sammeln soll und genau damit geht es weiter in den Episoden 952 und folgendes ein Dreiteiler nämlich mit dem wunderbaren Titel der Ungelöste Kork der wer das Ganze nachlesen möchte in Mangaform Band 95 sollte sich hier die Kapitel 1009 bis 1012 anschauen also Amuro hat es sich zur Aufgabe gemacht und es fängt schon mal sehr sehr sneaky an denn Ran schließt ab ja Amuro aka Bourbon sieht das und später im Verlauf des Fight der sich in einer Cocktailbar eignete nimmt sich quasi Amuro den Schlüssel Ran hat ihn zufälligerweise verlegt um dort dann eine Kopie von zu machen um sich dann Zutritt zu verschaffen zu Shinichis Haus denn wir wissen Ran hat einen Schlüssel zu Shinichis Haus um dort zu putzen was sie ja jetzt nicht mehr braucht weil ja die Eltern von Shinichi jetzt wieder in Japan leben zusammen mit Subaru Okia aka Shuichi aber sehr sehr nice aber das war längst nicht alles denn zu guter Letzt wurde der Fall geklärt wir kriegen auch extreme Flashbacks von Amuro unter anderem wie er damals Arkemi getroffen hat dass sie sich geprügelt hat weil er diskriminiert wurde aufgrund seines Aussehens ja also wir haben ja also eine Rassismusdebatte und wir sehen auch dass sich Arkemi und ihre Eltern also Elena und Azuchi in ihrer kleinen Praxis rührend um Amuro gekümmert haben und Elena hat die Amuro wirklich aufgebaut also hier haben wir schon quasi den ersten Kontakt von Amuro zu Mitgliedern der schwarzen Organisation zum Höllenengel Elena Miano die hier sehr sehr liebevoll war wie gesagt Fall war abgeschlossen und auf einmal sehen wir dann wie Amuro sich mit der Kopie des Schlüsselzutritts zum Haus von Shinichi verschafft hat aber er wurde auf jeden Fall schon erwartet von keiner geringeren Person als Shuichi aka meine lieben Leute unglaublich krass beide halten sich die Pistole an den Kopf und ich weiß noch ganz genau als dieses Kapitel rausgekommen ist alle so wirklich alle 99% das Kapitel kam übrigens am 1. April raus beziehungsweise ich glaube die Spoiler und alle so ey das ist falsch das ist falsch das ist ein April Scherz alles fake so und ich war einer der einzigen Leute ja die die Balls hatten zu behaupten dass das wahr ist und im Endeffekt war es halt auch so und einer der krassesten Momente an den werde ich mich immer wieder erinnern weil auch die Epicness unglaublich krass ist Shuichi gegen Amuro beide halten sich Pistolen ins Gesicht aber grinsenderweise beide wollten sich ernsthaft abdrücken beide kennen sich ja auch aus der Organisation aber bevor es irgendwie eskalieren konnte obwohl man nie irgendwie die Anspannung hatte dass es überhaupt eskalieren kann sind dann auf einmal die Lichter angegangen ja Yusaku Kuguro und Yukiko haben ihn schon erwartet und bieten ihn erstmal Tee an so unglaublich krass er wurde erwartet aber nicht nur von Shuichi von Yusaku von Yukiko sondern auch von Conan ja er hat das schon so ein bisschen spitz bekommen unglaublich krass und wir wissen bis heute nicht ja Stand 17.2.2022 was sie dort beredet haben wir wissen aber aus diversen Interviews dass Gosho gesagt hat dass eine 3-Allianz sehr sehr wichtig ist und unabdingbar für den Kampf gegen die Organisation diese 3-Allianz schließt Amuro schließt Shuichi Akai und schließt Conan Akai Shinichi ein also auf jeden Fall extrem krass es lohnt sich anzuschauen nach dem offenen Geheimnis und dem Treffen in der Villa der Kudos ist natürlich die Frage was wurde besprochen ja für welche Seite hat sich Amuro entschieden wer war involviert waren noch andere Personen anwesend das wissen wir nicht und ich kann schon mal sagen dass es einige Zeit vergangen bis es dann wieder ein bisschen weiter ging in der Story nämlich mit den 4-Teilen angefangen mit der Episode 971 nämlich das hier ist die Verkehrsabteilung des Polizeipräsidiums ich sage mal so ein 4-Teiler es geht wieder hier um Last Story im Polizeihauptquartier hier geht es definitiv um Shiba und Naiko die ja quasi auch so Kindheitsfreunde sind und sich lieben aber eigentlich geht es erst in Episode 972 richtig los denn wir haben es hier mit einem Polizisten Mörder zu tun ja und Hiyo Eko da arbeitet ja in der Polizei ist ein hochrangiger Polizist der hier sagt dass Amuro Conan Information weitergeben soll ja zu dem Polizisten Killer sage ich jetzt mal und das ist natürlich schon ziemlich merkwürdig denn wir müssen uns immer wieder die Frage stellen okay es wurde zwar Anokata ein Twitter aber wir wissen immer noch nicht wer rum ist ja Hiyo Eko wo da schon so gewisse Neigungen in Bezug auf Conan hat und er weiß eigentlich schon dass Conan dem Kogoror immer hilft dem Schlafenden ja und er eigentlich derjenige ist der die Fälle löst was schon mal sehr sehr komisch ist ja er macht einen sehr sehr bedrohlichen Eindruck und warum entschließt er sich ein hochrangiger Polizist einem anderen Polizist der eigentlich gar nichts damit zu tun hat ja denn wir müssen uns vorstellen dass Amuro ja eigentlich in der schwarzen Organisation ist und auf der anderen Seite ein Nock ist ja ein Nock ist und ein Sicherheitspolizist der ja eigentlich nicht so viel mit der Normalpolizei am Hut hat was das Ganze so ein bisschen verdächtigt macht wir sollten Hiyo Eko da auf jeden Fall im Auge behalten ha 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 nachdem wir also kurz über Hiyo Eko da geredet haben über sein merkwürdiges Verhalten gerade nach dem Einbruch in der Villa der Kudos und so ein bisschen bei der Rum-Thematik sind und ja immer noch nicht wissen wer es ist müssen wir sagen dass wir in Detektiv Conan eine Sache immer haben und zwar wir springen von Handlungsstrang zu Handlungsstrang wie auch jetzt in dem Zweiteil angefangen mit der Episode 984 und zwar Kaito Kid vs. Kome ja das hier sind die Lippen hier haben wir quasi so ein bisschen Love Story zwischen Heiji und Kazuha Kaito Kid verteidet sich hier als Kazuha und es kommt fast zum Kuss und Kaito Kid ist aber in dem Moment äh ähm Kazuha was so ein bisschen lustig ist und ja es ist geil aber wir haben hier auch wirklich sehr sehr viel Story Relevantes nämlich ist Kome wir wissen Kome aka Takaaki Morofushi ist der Bruder von Hiromitsu aka Scotch der ja auch als Nock von der Sicherheitspolizei in die Schwarzorganisation eingeschleust wurde und wir wissen auch dass es dort einen äh eine ungünstige Situation gab wo er sich dann selber gerichtet hat Shuchi Akai und äh Scotch dann sich gegenüber haben herausgefunden dass beides Nocks sind auf einmal kam Moro die Geschichte kennt ihr wurde auch in den anderen Parts erklärt aber wie gesagt er ist ja der Bruder aber er wusste bis heute nicht was mit seinem Bruder passiert ist und Kome hat hier quasi erkannt ja dass nämlich sein Bruder eben bei der öffentlichen Sicherheit arbeitete das wusste er hier auch bis dato noch gar nicht und er hat ja eine merkwürdige Botschaft erhalten einen Briefumschlag ja wo unter anderem Zero drauf stand wo unter anderem auch das Telefon von seinem Bruder ja drin lag mit einem Einschussloch unglaublich krass jemand hat ihm zugespielt Zero wer könnte das sein wer schreibt denn auf den Briefumschlag Zero und schickt es dann quasi einen Familienangehörigen oh man 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 ey das wird immer spannender Leute ich sag's euch wie es ist weg von Hiyoekoda weg von Kome hin zum Apoptoxin 4869 wir begeben uns in den legendären 3 Teile angefangen mit der Episode 993 Ersatz Schauspieler Makoto ja ein Filmset Makoto denkt eine Frau wird hier verletzt der greift ein aber im Endeffekt war es halt nur eine Szene ja und er musste dann quasi weil er den anderen Schauspieler ausgenockt hat ihn ersetzen und richtig geil wir wissen dass Masumi ähm immer schon den Verdacht hatte dass es sich bei Conan um Shinichi handelt sie hat ihn ja auch immer den Zauberer genannt ja weil sie damals als sie zum ersten Mal ihren Bruder gesehen hat vom Strandfall vor 10 Jahren äh ihn niemals zum Lachen bringen konnte ja sie fand es komisch dass ihr Bruder niemals gelacht hat sie hat es immer wieder probiert aber der Einzige der es da wirklich geschafft hat war Conan der schon damals einen auf Möchtegern Sherlock Holmes gemacht hat und sie hat ihn einfach so random als Shinichi angesprochen und er hat einfach so darauf reagiert was sie quasi so verraten hat er probiert es ja immer noch so zu leugnen äh also er hat es Masumi noch nicht gesagt dass es sich bei ihm um Shinichi handelt aber Masumi weiß es einfach schon sie weiß es schon und ähm das Schöne ist hier erfährt sie halt auch dass unter anderem Ihabra so ähnlich einzuordnen ist wie Shinichi ja dass sie auch so ich sag mal ein bisschen altklug ist dass sie sehr sehr großartige Reife hat für ihr Alter sie vermutet sich also sie vermutet es also hier auch dass Ihabra ähnliche Erfahrungen gemacht hat wie ihre Mutter und Conan also durch das Apoploxin 4869 geschrumpft worden zu sein sehr sehr interessant das ist hier aber noch längst nicht alles denn wir erfahren hier auch etwas über Mary aber auch über Zutomo Arca wir wissen Mary damals Strandfall große Frau auf einmal ist sie klein das heißt Apoploxin 4869 wurde sie auch irgendwie verjüngt wir wussten aber nie warum oder wo sie verjüngt wurde und das kam bei einem Flashback heraus denn Masumi und ihre Mutter Mary als sie noch groß war waren in London wir wissen Mary ist auch beim MI6 warum es halb wieso waren sie in London weil Mary einen Tipp bekommen hat dass ihr Ehemann der damals verschwunden ist seit dem Strandfall nämlich Zutomo Arca wieder da sein sollte das Ganze war aber ein Hinterhalt von der schwarzen Organisation und Mary wurde durch das Apoploxin 4869 geschrumpft und ist dann quasi als kleines Mädchen wieder zurückgekommen und dadurch weiß natürlich Masumi wie das Ganze so abläuft und weiß natürlich halt auch dass Leute die mal groß waren geschrumpft werden können also dieser Realitätsbezug der ist für Masumi da und sie ist ja auch nicht dumm wenn wir mal ganz ehrlich sind zumal wir auch Informationen kriegen über die Eltern von Al Heibra aka Shio Miyano denn als Al Heibra mit den Detective Boys bei Agassar war hatte sie so eine Art Schnupfen Erkältung Agassar hat probiert irgendwie zu gucken ob er noch ein Arzneimittel hatte ja irgendwelche Tabletten um den Schnupfen zu lindern und dort hatte er noch eine Packung aber von einer Firma die es schon längst nicht mehr gab diese Firma heißt nämlich Shiro Harto und da hat Al Heibra nämlich direkt angefangen zu erzählen dass dort ihr Vater beziehungsweise auch ihre Mutter mal gearbeitet haben ja und wir wissen auch dass Shiro Harto ich sag mal eine Firma war die sich um gewisse Medikamente gekümmert hat die dann aber aufgekauft wurde von einer größeren Gruppe nämlich der Karasuma Group ob das alles Zufall ist oder auch nicht wir wissen es nicht nachdem wir also jetzt wieder verschiedene Handlungsstränge gestreut haben kommen wir wieder zu einem und probieren diesen zu vervollständigen unter anderem das mit Komei und Scotch denn wir wissen er hat einen Brief erhalten Zero stand drauf und er konnte es halt aber nicht einordnen von wem hat er das bekommen auf jeden Fall hat der Videomaterial gesichtet und hat halt erkannt dass der gute Freund eigentlich auch der beste Freund von seinem Bruder Hiromitsu nämlich den Spitznamen Zero hatte ja und den hatte man sich auch schon mal ich sag mal vorgeknöpft man hat sich also schon mal gesehen das heißt also er vermutet dass quasi das Telefon mit dem Briefumschlag quasi von seinem Freund Zero an ihn geschickt wurde ja und er macht auch direkt weiter er denkt nicht nur dass es seinen Freund gibt sondern er weiß auch dass es sich bei Zero um Amuro handelt den er ja quasi auch schon gesehen hat wir haben sich ja auch schon mal getroffen im echten Leben er hat aber so getan als ob er ihn nicht kennt es quasi einfach so an ihm vorbeigelaufen hat nur Korgoror gegrüßt ja ist so ein übelst krasser Fall in so einer Kirche wir wissen ja auch dass Kaninori Wagita dort anwesend war er war also auch involviert mit Amuro ja dort hingegangen mit Korgoror mit Conan ein übelst geiler Fall sonst lohnt sich auch fernab der Story weil der einfach mega gut gemacht wurde und dann gab es halt auch noch ein privates Gespräch ja mit Kuro da in so einer trauten Runde und dort gab es quasi so ich sag mal Sprichwörter von Komei unter anderem sagt er hier dass jeder Moment kostbar ist ja kein Moment sollte verschwendet werden und dann haben wir quasi so eine Art Kopfkino innerer Monolog wo dann einfach sagt Time is Money Time is Money ähm und das ist einfach episch das ist einfach so episch 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 denn wir wissen Time is Money Time is Money Leute erinnert euch zurück Time is Money ist ein ein Sprichwort was man nicht nur so kennt oder so nein es ist auch ein Sprichwort welches von Rum benutzt wird und auch welches von Rum an Amuro gesendet wurde Time is Money und jetzt denkt man sich so ey wieso ist Komei jetzt involviert wieso hat Komei Time is Money gesagt und richtig geil also er kommt der ganzen Verbindung so auf den Kika so ja und ich kann schon mal sagen dass wir auch im Fall ja wie gesagt es war in der Kirche und ähm dann gab es eine wunderbare Situation die ich einfach nochmal hervorheben möchte weil die einfach von der Art und Weise extrem geil ist Conan und Amuro haben sich dann wieder so unterhalten und das war meiner Meinung nach so ein klein bisschen die indirekte Fortsetzung von diesem Gespräch in der Widow der Kudors unter anderem hat er eben einfach Amuro gefragt ey wie ist Rum so und äh wir wissen in der Vergangenheit gab es oft so dieses wo Conan so vorgetätschelt hat und hat gefragt Amuro du bist doch ein Gegner der Bösen oder du bist doch auf der guten Seite und er hat ja einfach gesagt ja ich kann dir nicht zu viel sagen aber ich kann dir sagen dass Rum ungeduldig ist das heißt also Rum ist ungeduldig wissen wir von dem Fall von damals Kurjaneda Fall ja Tatort äh mega Verwüstung und die Frage ist okay wie können wir das deuten ja ich sage mal so Amuro sagt zu Konne dass Rum ungeduldig ist und wir haben in den vergangenen Fällen Hiyoekoro da gesehen wir haben aber auch Kaninori Wakita gesehen der ja gerade auch in diesem Fall ist ist das vielleicht ein Hinweis oder ist das einfach ein Hirngespinst ist es Fiktion will ich euch die Suppe versalzen oder ist es einfach die Realität und man sieht es noch nicht extrem geil extrem geil nachdem wir also wieder bei dieser Rum Thematik wirklich offensichtlich nah dran sind zu lüften wer denn Rum ist übrigens habe ich vergessen zu erzählen 1003 ist die Episode wer das Ganze auch nochmal nachlesen möchte Band 97 Kapitel 1027 bis 1031 und es geht weiter nachdem wir also Hiyoekoro da hatten ein Verdächtiger nachdem wir also Kaninori Wakita der zweite Verdächtige kommen wir nun zu der dritten Person und auch die einzige Frau im Bunde die auch als verdächtig gilt nämlich Rumi Wakasa bei einem unscheinbaren Detective Boys alle Leute sagen mal die Detective Boys sind langweilig ich sag euch so wie es ist die besten Sachen in Detective Conan sind passiert als die Detective Boys involviert waren Anukata Entüllung der war da Suche nach Maria es waren die Detective Boys einfach da die Detective Boys war da genauso wie hier Kräuter sammeln Episode 1011 Rumi Wakasa geht mit den Detective Boys Kräuter sammeln ein übelst krasser Fall auch richtig geil wir befinden uns hier in der Präfektur Gunmar ja also das heißt auch unser guter allseits geschätzter beliebter Inspektor ähm oder Kommissar ich glaub der wurde befördert ich weiß es aber nicht mehr genau schreib's mir in den Kommentarbereich Yamamura ist auch dabei ja der alle immer so willkürlich beschuldigt aber ich sag euch ganz ehrlich ähm der Fall ist trotzdem phänomenal übertrieben krass meiner Meinung nach eigentlich einer der besten Fälle überhaupt aber ich bin auch ein großer Rumi Fan ich mach euch da nichts vor ich liebe Rumi Wakasa ich liebe ihr Erscheinungsbild ich liebe einfach wie damit gespielt wird auf jeden Fall kriegt sie ein Flashback und dieser Flashback ist aber nicht nur irgendein Flashback nein er ist ein wichtiger Flashback denn er ist das endgültige Beweisstück das letzte Puzzleteil in den ganzen Annahmen die wir immer hatten nämlich woher kennen sich Kaninori Wakita woher kennen sich Hioi Koda woher kennen sich Rumi wir wissen nämlich dass Rumi Wakasa an diesem Tatort vor 17 Jahren da war bei Koji Aneida da fragt man sich wieso ist eine Grundschullehrerin bei einem Tatort wo Rum involviert war wo wo Agenten getötet wo reiche Amerikanerinnen getötet wurden ein Shogi Spieler getötet wurde wo zu Tomo Aka involviert war was hatte sie zu tun und jetzt kommt es beim Flashback hat sie nämlich etwas gehört wir wissen aber nicht direkt ob sie selber mit ihm gesprochen hat oder ob sie nur passiv daneben stand und zugehört und gesehen hat auf jeden Fall sehen wir hier aus ihrer Sicht dass sie Koji Aneida gesehen hat wie er dann quasi auch mit jemandem gesprochen hat sehr sehr protzig war provokativ aber er hat quasi nicht eingesehen dass er hier verloren hat er hat also provoziert und wir wissen auch dass Rumi Wakasa hier sehr sehr angepisst war und ihn als Blödmann als Arschloch bezeichnet hat aber nicht so bösartig sondern dieses Motto nach dem Motto ein Kollege von euch verzockt ein ganzes Geld bei Tipico und ich so ey du Blödmann so weißt du dieses liebende Blödmann zu einer Person die man ja eigentlich mag und das hat hier Rumi Wakasa zu Koji Aneida gesagt das heißt also wir können sehr sehr stark annehmen dass Rumi Wakasa eine gute Beziehung zu Koji Aneida gepflegt hat und wenn Koji Aneida gestorben ist warum er involviert war ist das jetzt der endgültige Beweis dass Rumi Wakasa auf der guten Seite ist oder neutral da gegenüber stand wir wissen es nicht also Gojo spielt hier wirklich mit dem züngelnden Feuer und das ist meiner Meinung nach unglaublich krass zumal sie sich wieder auch ans Auge gefasst hat Flashback das heißt also auch wir können annehmen dass dort an diesem Tag dort etwas passiert ist dass sie wirklich hier eine Verletzung am Auge erlitten hat was vielleicht ein weiterer Hinweis sein könnte dass sie vielleicht rum ist oder Asaka wir wissen es nicht Leute wir wissen es nicht es ist natürlich eine wilde Zeit wir wissen auch dass Masumi unter anderem oft den Verdacht hat okay gut Shinichi Aka Konne muss ja irgendeine Person haben die das Gegenmittel herstellt so hatten wir den Klassenfahrtsfall wo sie schon sehr sehr angegriffen und direkt war dann haben wir zum Beispiel auch den Fall mit Makoto und letzten Endes ist es dann soweit gekommen mit der Episode 1018 bis 1020 ein Dreiteiler nämlich der antike Teller der nicht versteckt werden kann wer das Ganze nachlesen möchte Band 97 98 Kapitel 1035 bis 1038 hat sie wirklich direkt angegriffen denn sie wusste schon okay Ihybra ist ähnlich altklug wie Conan also greifen wir hier mal an sie wollte also wirklich Ihybra hier direkt nach dem Apoptoxin 4869 Fragen beziehungsweise über sie an das Gegenmittel kommen aber sie hat die Rechnung ohne ihren Bruder gemacht denn wir wissen dass Shuichi Akai Subaru Okia ist ist ja quasi mehr oder weniger sein zweites Pseudonym unter dem er hier auftritt aber Masumi weiß halt noch nicht dass Subaru Okia ihr Bruder Shuichi Akai ist und Subaru hat immer wenn Masumi angegriffen hat wirklich so Ihybra verteidigt ja dass sie quasi nie irgendwie etwas rausbekommen konnte und selbst diese wenigen Momente in dem Masumi Ihybra mal direkt gefragt hat kam Subaru und hat auf jeden Fall reingegrätscht das weitere kriegen wir hier in diesem Fall auch eine wunderbare Rückblende hier sehen wir nämlich unter anderem vor 17 Jahren wir wissen vor 17 Jahren der Koja Niederfall dass Tsutomo Akai verschwunden ist und dann quasi die Familie Akai rund um Mary um Shuichi und um Shukuchi dann weggezogen ist beziehungsweise nach Japan haben wir also einen kleinen Flashback aus dem Flugzeug sehr sehr nice zudem Conan ja schon von Anfang an sehr sehr skeptisch gegenüber Mary war und unter anderem so ein paar Vergleiche angestrebt hat wusste ja okay Mary ist irgendwie mehr als nur all das Kind ja das Schwester außerhalb des Territoriums oder die Mutter vielleicht nein er vermutet dass es sich bei Mary um quasi ja eine MI6 Agentin handelt und hier Schluss folgert er und wir wissen natürlich dass Mary ja wirklich vom MI6 kommt also quasi von dem britischen Geheimdienst aber das war es noch nicht nein sondern hat hier nämlich Masumi auch den Verdacht geäußert dass es sich bei Suburokia um ihren Bruder Shuichi Akai handeln könne sehr sehr nice das ist natürlich jetzt Bonuswissen gerade wenn es um das Apoptoxin 4869 geht um die Familie Akai ist ja auch sehr sehr eng verwurzelt mit der schwarzen Organisation nachdem wir so kurz über das Apoptoxin 4869 geredet haben bleiben wir da auch erstmal bei dem Zweiteiler der anfängt mit der Episode 1024 Momiji Okas Herausforderung Kapitel 1039 bis 1042 dort haben wir einen Fall mit Heiji Kazuha er würde quasi Liebe gestehen er möchte Shinichi ausstechen er möchte das von der Klassebad übertrumpfen dazu ist er aber leider nie gekommen wo Momiji Oka und Muga das Ganze vereitelt haben aber am Ende des Falls gab es ja noch mal eine schöne Koji Haneda Spitze denn unter anderem haben wir hier durch den Fall eine Protagonisten die damals bei einer wohlhabenden Familie gearbeitet hat nämlich bei der Haneda Familie und wir kennen Koji Haneda Shokichi Haneda das ist ja ein sehr sehr schöner Nachname der natürlich gewisse Verbindungen mitbringt und deshalb hat natürlich auch Conan hier den Verdacht gehabt dass es sich bei Koji Haneda quasi um einen Sohn einer wohlhabenden Familie handeln muss weil sie quasi Angestellte hat ja heutzutage normaler Haushalt ohne Angestellte das ist ja quasi schon ich sag mal vielleicht im ersten Moment so ein bisschen oberflächlich aber es ist halt eigentlich auch normal dass quasi wenn du mehrere Bedienstete hast in der Regel adelig bist oder halt einfach ein sehr sehr großes Anwesen hast und du die auch brauchst dementsprechend dann halt auch wohlhabend bist ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und Zuhören nachdem ihr euch das gesamte Projekt angeschaut habt wisst ihr auf jeden Fall was passiert ist von Anfang an Detective Conan mit der schwarzen Organisation bis hin zum Jahr 2022 natürlich alles in animierter Form ich möchte nochmal ausdrücklich darauf verweisen dass Non-Kanon Sachen wie zum Beispiel Protagonisten aus Kinofilmen von der schwarzen Organisation hier nicht stattgefunden haben genauso wie Sachen aus dem Manga die noch keine Anime Adaption erhalten haben dazu wird es auf jeden Fall später mehr geben ich bedanke mich nochmal bis zum nächsten Mal euer Kaido Akai zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020